Am folgenden Vormittag brachten wir den Einsatz zu Ende. Der alte Pfarrer wurde in sein Zimmer gesperrt, Kipps und Lockwood griffen zum Brecheisen und stemmten die Steinfliese vor der Küchentür hoch. Nachdem sie eine halbe Stunde lang gebuddelt hatten, entdeckten sie ein kleines Skelett von einem Kind, an dem noch Fetzen der Kleidung hingen. George datierte die Überreste auf das 18. Jahrhundert. Seiner Theorie zufolge handelte es sich bei dem Jungen um einen Bettler, der an die Tür des Gasthofs geklopft hatte, vom damaligen Inhaber eingelassen, ausgeraubt, umgebracht und unter dem Fußboden verscharrt worden war. Ich selbst hielt es zwar nicht für sehr wahrscheinlich, dass jemand ausgerechnet einen Bettler bestahl, aber vielleicht war der Junge ja ein ungewöhnlich erfolgreicher Bettler gewesen, bis zu jenem Augenblick jedenfalls, aber auch egal. Wir würden es nie erfahren. Damit war der Gasthof zur Sonne geisterfrei und wir hatten Oldbury Castle von einer seiner Heimsuchungen erlöst, obwohl wir noch nicht einmal 24 Stunden vor Ort waren. Dieser Erfolg hob unsere Stimmung beträchtlich. Auch Danny Skinner freute sich, obwohl ihm beim Anblick des Kinderskeletts fast die Augen aus dem Kopf fielen. Nach einem späten Frühstück bot er uns eine Führung durch das Dorf an, um uns die anderen, übersinnlichen Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die uns noch erwarteten. Unser erster Halt war die benachbarte Kirche, ein vernachlässigt wirkendes Bauwerk aus Feldsteinen und Ziegeln mit einem gedrungenen Turm und einer Sakristei, deren Dach mit einer Plane abgedeckt war. Der Friedhof war zweifellos sehr alt. Er wurde teils von einer Mauer umgeben, teils von einer Hecke, die auf ein Erdwall gepflanzt war. Die Grabsteine bestanden aus dem gleichen Material wie das Kreuz auf dem Dorfanger und viele waren so verwittert, dass man die Inschriften nicht mehr lesen konnte. Einige standen bedenklich schief, manche waren sogar schon umgekippt. Alles in allem ein friedlicher Ort, wenn auch verwildert und verlassen. »Hier geht das flammende Phantom um«, verkündete Danny. »Die kleine Hetty Flinders hat gesehen, wie es den Toten befohlen hat, aus ihren Dräbern aufzustehen. Setzen Sie den Friedhof bitte ganz oben auf Ihre Liste, Mr. Lockwood.« Seit wir den leuchtenden Knaben ausgetrieben hatten, war die Feindseligkeit des Jungen wie weggeblasen. Jetzt war er unser größter und großohrigster Fan und marschierte stolz neben uns her. »Aber Sie kriegen das bestimmt hin, da bin ich ganz sicher.« »Du selbst hast ihn hier aber nicht gesehen, oder?« Lockwood schaute zum Kirchturm hoch. Krähen kreisten am blassblauen Himmel. »Nee, aber dafür bin ich ihm im Wald begegnet, oben am Jägerhügel, am Ende der Straße da drüben. Man läuft ungefähr eine halbe Meile, dann ist man da. Und als ich ihn gesehen habe, sind ihm noch andere Geister gefolgt, wahrscheinlich die Toten vom Friedhof. Es waren lauter Bleiche, formlose Gestalten und der brennende Umhang des Schattens hat sie eingehüllt. »Aber das sehen Sie ja dann alles selber,« setzte er hinzu und ignorierte geflissentlich Georges skeptisches Gesicht. »Sie schaffen das schon, ganz bestimmt.« »Ich würde gern mit dieser Hattie Flinders sprechen,« sagte Lockwood. »Zu spät. Sie hat die Geister sicher abgekriegt. Sie lag in ihrem schönsten blauen Kleid vor ihrem Haus, das arme Mädel. Aber die anderen Kinder hier im Dorf können Ihnen bestätigen, was ich erzählt habe. Wollen wir?« »Bestätigen, was ich erzählt habe. Wollen wir?« Als wir weitergingen, störten Motorengeräusche den Frieden von Oldbury Castle. Vier Fahrzeuge, drei Autos und ein kleiner Lieferwagen kamen vom Bahnhof her aus dem Wald gebraust. Vor der Brücke fuhren sie langsamer, hupten, weil eine Gänseschar über die Straße watschelte und bretterten dann quer über den Dorfanger. Die Autos waren schwarz. Auf die Plane des Lieferwagens war der rottwelsche Löwe gemalt. Am Gasthof zur Sonne bog die Wagenkolonne nach rechts auf die Landstraße ab, donnerte an der Kirche vorbei und verschwand östlich des Dorfes im Wald. Als sie an uns vorbeikamen, blickten uns ernste Männergesichter durch die Autofenster an, der Krach verebte, die Staubwolken legten sich. Danni Skinner spuckte kräftig ins Gras. »Das waren mal wieder die Typen von Rodville. Sie fahren zu ihrem Institut. Was aus unserem wird, kratzt sie nicht. Die sind keine richtige Agentur. Nicht so wie Lockwood und Co. Die packen's nicht an!« »Das stimmt.« Lockwoods Blick war auf den Wald gerichtet. »Setzt doch bitte die Führung mit Holly, George und Quill fort und zeig ihnen das restliche Dorf. Lucy und ich machen einen kleinen Abstecher zum Jägerhügel, wo du den Schatten gesehen hast. Ich möchte ein Gefühl für die Umgebung bekommen. Wir holen euch dann wieder ein.« Wir sahen der kleinen Gruppe nach, als sie ohne uns weiterzog. »In Wirklichkeit interessiert dich der Jägerhügel gar nicht, stimmt's?« fragte ich dann. »Der Wald? Das sind doch bloß Bäume.« »Nein, was dahinter liegt, nämlich die Felder, wo die historische Schlacht stattgefunden hat, ist viel interessanter. Komm.« Wir folgten der Landstraße an der Kirche vorbei, dann aus dem Dorf hinaus und in den Wald. Dort führte eine wackelige Brücke über einen Bach. Dahinter ging es, so wie Danny Skinner gesagt hatte, mehr oder weniger, zwischen Eichen und Buchen geradeaus und stetig bergauf. Der Wald trug noch sein Winterkleid und hüllte sich in Grau- und Brauntöne, aber hier und da fand schon die Wiedergeburt des Frühlings statt. Hellgrüne Schösslinge durchstießen die Erde, ein Hauch dünner grüner Schleier überzog die Bäume. Es war keine mühevolle Pflicht, an jenem Frühlingsmorgen Seite an Seite mit Lockwood durch den Wald zu spazieren. Die Luft war kühl und frisch, die Vögel zwitscherten emsig. Mal etwas erfreulich anderes, als immer wieder um sein Leben laufen oder kämpfen zu müssen. Lockwood sagte nicht viel. Er war tief in Gedanken versunken. Ich kannte das schon und wusste, nun hatte ihn der Fall endgültig gepackt. Was mich anging, so genoss ich es einfach, mit ihm zusammen zu sein. Nach wenigen Minuten kamen wir an eine Stelle, wo ein schmaler Pfad, der die steile Böschung links von uns zerschnitt, zu einem stillgelegten Steinbruch führte. Am grasbewachsenen Rand des Abhangs hatte jemand Felsbröckchen säuberlich aufgeschichtet und Blumen davor abgelegt. Aus dem Steinhaufen ragte ein Holzkreuz, an dem das vom Regen verwaschene Foto eines Mannes befestigt war. Vielleicht ist hier jemand an der Geistersieche gestorben, meinte ich, oder bei einem Unfall im Steinbruch ums Leben gekommen. Das erste ist wahrscheinlicher. Lockwood blickte mit grimmiger Miene zu den zerklüfteten Felsen hinüber. Die Geistersieche ist hier im Dorf bekanntlich die häufigste Todesursache. Schweigend liefen wir weiter durch den Wald. Nach einer halben Meile tat sich eine Lichtung vor uns auf, Lockwood verlangsamte sein Tempo. »Ab jetzt bleiben wir lieber in Deckung«, sagte er, »nur für alle Fälle.« Wir verließen den Weg und stopften zwischen den Bäumen weiter bergauf, bis wir auf einer Anhöhe herauskamen, bei der es sich vermutlich um den besagten Jägerhügel handelte. Von hier aus hatte man einen weiten Blick auf die Umgebung. Die Bäume standen hier oben nicht mehr so dicht, doch Lockwood trat nicht aus ihrem Schatten, sondern huschte weiterhin lautlos und geduckt von Stamm zu Stamm. Ich tat es ihm nach, so gut ich konnte, bis wir schließlich auf dem höchsten Punkt des Hügels ankamen. Dort legten wir uns im taufeuchten Gras auf den Bauch und blickten auf das Gelände des Rottville-Instituts hinab. Das Institut lag ein Stück entfernt von niedrigen Hügeln umgeben und inmitten von flachen, nicht mehr bewirtschafteten Feldern. Man sah auf den ersten Blick, dass der Ort ideal für eine Schlacht geeignet war, konnte sich ausmalen, wie die beiden Heere in diesem natürlichen Becken aufeinander getroffen waren. Es musste ein atemberaubender Anblick gewesen sein, jedenfalls weit atemberaubender als der Anblick, der sich uns heute bot. Atemberaubender als der Anblick, der sich uns heute bot. Ich weiß selbst nicht, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich irgendein riesiges, imposantes Bauwerk, eine Art Kreuzung zwischen der Entsorgungsanstalt in Clerkenwell und der protzigen, glasverkleideten Rottville-Firmenzentrale auf der Regent Street. Oder doch wenigstens eine Ansammlung geräumiger von Scheinwerfern angestrahlter Lagerhallen, zwischen denen Scharen von Agenten hin und her wuselten. Aber weit gefehlt. Der Weg schlängelte sich unter uns durch die verwilderten Felder und endete vor ein paar unspektakulären Blechbaracken. Sie waren anscheinend nach dem Zufallsprinzip aufgereiht, standen hier und da wie wiederkeunde Kühe beieinander. Es waren billige Blechcontainer, die man rasch irgendwo abladen konnte, mit Wellblechdächern und so gut wie keinen Fenstern. Der Boden zwischen ihnen war planiert und mit Kies bestreut, es gab ein paar hohe Bogenlampen, die die Anlage nach Anbruch der Dunkelheit beleuchteten. Die von den Lampen herabhängenden Kabel machten einen vernachlässigten, schlampigen Eindruck. Das Ganze war von einem Zaun umgeben und die Fahrzeuge, die vorhin durch das Dorf gebraust waren, parkten jetzt dicht hinter dem einzigen Tor, das von hier oben zu erkennen war. Nirgends war ein Mensch zu sehen. Sieht ja ziemlich enttäuschend aus, sagte ich. Allerdings, Lockwood dämpfte die Stimme, aber sein Tonfall verriet, wie aufgeregt er war. Trotzdem ist das Rodville-Institut hier offenbar schwer beschäftigt. Große Blechschuppen, mitten auf ein altes Schlachtfeld geknallt. Und ich frage mich, glaubst du, das hier ist der Ort des Blutes? Gut möglich. Auf jeden Fall wird ihnen das historische Gemetzel bei dem, was sie hier treiben, ordentlich Schub geben. Aber am helllichten Tag können wir gar nichts unternehmen. Der Zaun sieht zum Glück nicht sehr solide aus. Wenn wir heute Abend eine Drahtschere mitnehmen, sind wir ruckzuck drin. Lockwood sah mich an. Wollen wir es riskieren? Ich bin dabei. Vielleicht ist ja auch der Schädel da unten. Ich wusste, dass du das sagst, Lucy. Er lächelte mich durch das sonnenbeschiedene Gras an. Es ist fast wieder wie früher. Wie warm und wohlig es doch war, dort in der Sonne zu liegen, die schon mehr wärmte, als ich erwartet hatte. Ich wäre gern noch eine Weile geblieben, aber wir mussten wieder zu den anderen. Wir trafen sie im Gasthof an, wo sie in einer Ecke der Schankstube saßen und ziemlich erledigt aussahen. Die Führung durch Oldbury Castle hatte darin gegipfelt, dass die Hälfte aller Dorfbewohner aus ihren Häusern gekommen war und sie mit schaurigen Geschichten über Geister und Heimsuchungen überschüttet hatte. Holly hatte ihr Möglichstes getan, alle wieder zu beruhigen und sie aufgefordert, nacheinander in den Gasthof zu kommen und ihre Berichte vorzutragen. Kipps hatte mitgeschrieben und George jede Manifestation ordentlich mit einem roten Punkt auf einer Karte eingetragen. Die letzten Dorfbewohner waren eben erst gegangen. Vor Kipps turmte sich ein Stapel beschriebener Blätter und Georges Karte sah aus, als hätte sie Windpocken. Drei der Punkte waren schwarz umkringelt. An diesen Orten wurde das flammende Phantom gesichtet, erläuterte Holly. Einmal auf dem Friedhof, dann bei den alten Hügelgräbern auf der anderen Seite des Ortes und dann noch auf dem Dorfanger. Denn zwei kleine Mädchen haben mir erzählt, sie hätten am Marktkreuz einen großen, brennenden Mann gesehen. Hier gibt es echt viele Geister, Lockwood. Ich weiß nicht, wie wir die jemals alle bewältigen sollen. Genau das müssen wir jetzt besprechen, gab Lockwood zurück. Ausgezeichnete Arbeit, Kollegen, hervorragende Recherche. Lasst uns was essen und dabei überlegen, welche Schlussfolgerungen wir aus dem, was wir erfahren haben, ziehen können. Bis zum Abend hatten wir eine funktionstüchtige Kommandozentrale für unser weiteres Vorgehen eingerichtet. Die Taschen mit der Ausrüstung waren gepackt, das Essen stand auf dem Tisch. Mr. Skinner hatte uns den Rest der Suppe angeboten, aber George hatte sich zum Glück bereit erklärt, zum Dorfladen zu gehen und einzukaufen. Er war mit Obst, Pasteten und Würstchen im Schlafrock zurückgekehrt. Wir hatten ein Ende des Tresens beschlagnahmt, so weit weg vom Sessel des alten Pfarrers, wie es nur ging, und ein paar Tische zusammengeschoben, damit wir genug Platz für unseren Kriegsrat hatten. In der Mitte lag Georges Karte, daneben stapelten sich Kipps Aufzeichnungen. Wir beugten uns darüber. Holly hatte recht. Die Aussichten waren ernüchternd. Damit haben wir mehrere Nächte zu tun, sagte Lockwood schließlich. Wir müssen uns aufteilen und systematisch Haus für Haus abklappern, er hob den Kopf. Was war das? Ein Auto hat im Hof gehalten, sagte Kipps. Da kommt jemand! Auto hat im Hof gehalten, sagte Kipps. Da kommt jemand! Lockwood spähte Stirn runzelnd aus dem Fenster, doch im selben Augenblick ging die Tür auf, und ein schwallkalter Luft, vermischt mit dem Rauch der Lavendelfeuer am Garten des Gasthofs, wehte herein. Ein hochgewachsener Mann trat durch die Tür, die polternd hinter ihm zufiel. Stille in der Schankstube. Wir musterten den Ankömmling. Um durch die Tür zu passen, hatte er sich bücken müssen. Als er sich jetzt wieder aufrichtete, streifte sein zerzauster Schopf die niedrige Decke. Er war ein stattlicher, gutaussehender Mann in fortgeschrittenem Alter, eine eindrucksvolle Erscheinung mit markantem Kinn und ausgeprägten Wangenknochen. Er trug einen teuren Anzug und darüber einen dicken Wintermantel, der mit Wollstoff gefüttert war, dazu grüne Autofahrerhandschuhe. Seine Bewegungen waren bedächtig, aber zielstrebig. Er strahlte eine einschüchternde Autorität aus. Sein leuchtend grüner Blick wanderte durch den Raum, bis er auf uns fiel. Dann kam er herüber. Wir wussten natürlich, wer er war. Schließlich hingen überall in London Plakate mit seinem Foto. Auf allen grinste er so breit wie die Tastatur eines Konzertflügels und hielt mit smaragdgrün blitzenden Augen irgendeine raffinierte Erfindung in die Höhe, die sich die Schlaumeier an seinem Institut ausgedacht hatten. Oft war er auch Arm in Arm mit einem gezeichneten Cartoon-Löwen zu sehen. Tatsächlich hatte Steve Rodfell selbst etwas von einer Cartoon-Figur, denn er war zwar groß und breitschultrig, wurde aber nach unten hin immer schmaler, bis seine Beine in zwei zierlichen Füßchen ausliefen. Er erinnerte mich immer an die Karikatur einer Bulldogge, allerdings fand ich ihn nicht besonders lustig, denn ich hatte, wie schon erwähnt, einmal miterlebt, wie er einen Gegner kaltblütig erstochen hatte. Er zog sich einen Stuhl heran und nahm uns gegenüber Platz. »Wer von euch ist Anthony Lockwood?« Lockwood hatte sich halb von seinem Stuhl erhoben, jetzt setzte er sich wieder hin und erwiderte höflich, »Der bin ich. Freut mich, Sie wiederzusehen. Wir sind uns letztes Jahr bei der Parade kurz begegnet. Lucy, Holly und George haben Sie damals auch kennengelernt, wie Sie sich vielleicht noch erinnern.« Steve Rotwell gehörte zu den Männern, die gern breitbeinig da sitzen und sich in lässig dominanter Haltung zurücklehnen. Er zog die Handschuhe aus und warf sie auf den Tisch. »An Holly Munro erinnere ich mich. Sie hat mal für mich gearbeitet. Die anderen beiden habe ich auch nicht vergessen. Ihr seid Penelope Fitz-Lakain.« Lockwood zog eine Augenbraue hoch. »Wie bitte?« »Ihr springt, wenn sie pfeift, stets zu Diensten und so weiter. Lakain eben. Ich weiß Bescheid.« »Was für eine haarsträubende Unterstellung!« Lockwood schaute in die Runde und sein Blick blieb an Kipps hängen. »Wobei, auf ihn hier trifft es zu, jedenfalls bis vor kurzem, aber wir anderen sind total unabhängig. Möchten Sie etwas trinken?« »Ich nehme einen Kaffee«, sagte Steve Rotwell. »Hab eine lange Fahrt hinter mir.« »Bringen Sie uns bitte einen Kaffee, Mr. Skinner«, fragte Holly. Der Wirt, der hinter dem Tresen stand und mit großen Augen zu uns herüberschaute, fuhr wie angestochen zusammen und verschwand nach nebenan. »Und falls Sie Hunger haben«, sagte George, »ist bestimmt noch Suppe da.« Rotwell ignorierte ihn. Er knöpfte ohne Eile seinen Mantel auf, lehnte sich wieder zurück und betrachtete Lockwood. »Mr. Lockwood«, sagte er, »was machen Sie hier?« »Ich trinke Tee und schau mir eine Karte an, nicht sehr spannend.« »Ich meine, hier in Oldbury Castle.« Lockwood lächelte. »Es ist Ihnen vielleicht entgangen, da Sie so viel anderes zu tun haben, aber in diesem Dorf treibt ein gefährlicher Geisterschwarm sein Unwesen. Wir sollen uns darum kümmern.« »Warum ausgerechnet Sie? Als Londoner Agentur?« »Weil uns die Dorfbewohner in ihrer Verzweiflung darum gebeten haben.« Mr. Rotwell gehörte außerdem zu den Männern, die, weil sie in jüngeren Jahren als einflussreich und gutaussehend galten, niemals Mühe auf ein Lächeln oder ähnlich banale Umgangsformen verschwendeten. Daher war seine Miene meistens ausdruckslos. Er erwiderte, »Sie wissen sicher, dass eines meiner Institute in der Umgebung von Oldbury Castle angesiedelt ist. Wir sind sozusagen in nächster Nähe. Wir betrachten das Dorf quasi als unser Wohnzimmer.« Lockwood lächelte, sagte aber nichts. »Es gilt allgemein als ungehörig,« fuhr Rotwell fort, »in das Revier einer anderen Agentur einzudringen.« »Man respektiert die Fälle, Klienten und den Einflussbereich der Konkurrenz. Das sind ungeschriebene Gesetze, an die sich alle halten.« »Da ich Sie nun darauf aufmerksam gemacht habe, gehe ich davon aus, dass Sie Oldbury Castle morgen wieder verlassen.« »Man hat mir berichtet,« entgegnete Lockwood, »dass Ihre Angestellten gebeten wurden, sich der hiesigen Massenheimsuchung anzunehmen, es aber abgelehnt haben. Unter diesen Umständen halte ich unseren Einsatz für absolut gerechtfertigt.« »Heißt das, Sie werden nicht abreisen?« »Selbstverständlich nicht.« »Nicht abreisen?« »Selbstverständlich nicht.« Während der nun folgenden Stille trat Mr. Skinner mit einem Kaffee und einem Kännchen Milch an den Tisch und stellte beides vor Steve Rotwell hin. »Danke, warten Sie.« Rotwell griff in sein Jackett, holte eine Brieftasche heraus und entnahm ihr einen nagelneuen Geldschein, den er dem Wirt, ohne ihn anzusehen, in die Hand drückte. Er wartete, bis Skinner wieder außer Hörweite war, hakte dann den Finger in den Henkel der Kaffeetasse, trank aber nicht, sondern blickte unverwandt in die schwarze Flüssigkeit. »Sie haben sich in London einen Ruf erworben, Mr. Lockwood,« sagte er. »Danke.« »Den Ruf, sich in Dinge einzumischen, die Sie nichts angehen.« »Ach ja?«, Lockwood schmunzelte. »Darf ich fragen, wer das behauptet? Haben sich Ihre Angestellten oder Geschäftspartner über uns beschwert? Verraten Sie mir die Namen. Vielleicht kenne ich Sie ja.« »Keine Namen. Ihr Verhalten ist allgemein bekannt. Was zur Folge hat,« fuhr Rotwell fort, »dass ich mir Sorgen mache, wenn ich erfahre, dass Sie überraschend in der Nähe meines Instituts auftauchen, in dem an wichtigen und heiklen Forschungsprojekten gearbeitet wird.« »Sorgen, dass Sie sich vielleicht von Ihrer Agententätigkeit ablenken lassen und Ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken.« Er hob die Tasse an die Lippen, stürzte den Kaffee in einem Zug herunter und stellte die Tasse wieder hin. Eine Pause entstand. Lockwood drehte sich zu mir um. »Hast du irgendetwas von dem verstanden, was Mr. Rotwell gerade gesagt hat, Luz?« »Kein Wort.« »Du, George?« »Nö, er hätte genauso gut Chinesisch sprechen können.« »Dann müssen Sie wohl deutlicher werden, Mr. Rotwell,« sagte Lockwood. »Unser George drückt sich oft so umständlich aus, dass ich auch nichts verstehe, aber sogar er hat offenbar Mühe, Ihnen zu folgen. Was wollen Sie denn nun von mir?« Steve Rotwell machte eine gereizte Handbewegung. »Sie sind hier, weil Sie den Geisterschwarm bekämpfen wollen. Richtig. Aus keinem anderen Grund.« »Wie sollte der aussehen? Beantworten Sie meine Frage,« knurrte Rotwell. »Eine andere Antwort bekommen Sie von mir nicht,« konterte Lockwood. »Mr. Rotwell, Altbury Castle ist weder Ihr Wohnzimmer noch Ihr Revier noch sonst was. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass ich versuche, dieses Dorf von seinen Heimsuchungen zu befreien, dann beschweren Sie sich bitte offiziell bei der B-Büb. Dann werden wir ja sehen, wie weit Sie damit kommen. Bis dahin werde ich weiter meine Arbeit machen. Aber trinken Sie doch noch einen Kaffee und erzählen Sie mir mehr über die wichtigen und heiklen Forschungsprojekte, die Ihr Institut hier durchführt. Das klingt nämlich spannend. Werden Sie uns bald ein paar neuartige Abwehrmittel präsentieren?« Statt einer Antwort griff Rotwell nach seinen Handschuhen und stand schwerfällig auf. Er schaute erst aus dem Fenster, hinter dem sich allmählich die Dunkelheit auf den Dorfanger senkte, dann wandte er sich zum Gehen. Als er so dastand, fiel sein breiter Schatten über Lockwood. »Sie sind ein frühreifes Bürschchen,« sagte er. »Ich möchte hier nicht Ihre Fähigkeiten aufzählen, denn Sie sind sich Ihrer anscheinend nur allzu bewusst.« »Was Ihnen allerdings fehlt, ist die Fähigkeit zu erkennen, wann Sie zu weit gehen, denn Sie, Mr. Lockwood, sind maßlos. Was ich durchaus anerkenne, denn in vielerlei Hinsicht bin ich das ebenfalls. Es bedeutet, dass Sie immer weiter an Ihre Grenzen gehen werden, bis Sie eines Tages böse auf die Nase fallen. »Ich spreche hier vor Zeugen und möchte Sie ganz offen warnen. Legen Sie sich nicht mit mir ran. Sonst werden Sie es bereuen. Ich sage das auch deshalb, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass Sie meine Warnung beherzigen. Allerdings fürchte ich, dass Sie es nicht tun. Sie werden sich mit mir anlegen, weil Sie die Versuchung nicht widerstehen können. Dann müssen Sie eben die Folgen tragen.« Er zog die Handschuhe an und knöpfte seinen Mantel zu. »Bis es soweit ist, wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer kleinen Geisterjagd. Ich bin sicher, dass Sie genau der Richtige für diesen Auftrag sind.« Damit ging er hinaus und die Tür fiel krachend hinter ihm zu. Wir blickten ihm nach. Dann drehten wir uns alle gleichzeitig zu Lockwood um. Er lächelte uns an. Es war ein lässiges, träges Lächeln, aber seine Augen funkelten unternehmungslustig. »Immerhin hat der Kerl Menschenkenntnis«, sagte er. »Ich war mir noch nicht sicher, ob es sich überhaupt lohnt, auszuspionieren, woran er gerade forscht. Meiner Schätzung nach standen die Erfolgschancen im besten Fall 50 zu 50. Aber mit seinem Auftritt eben hat er mir die Entscheidung abgenommen. Jetzt spionieren wir ihn auf jeden Fall aus.« Die Nacht senkte sich auf Oldbury Castle herab. Wir drehten in der Schankstube die Dochte der Petroleumlampen herunter. Danny Skinner legte im Kamin Holz nach. Der Widerschein aufzüngelnder Flammen tanzte auf unseren Degen, die auf dem Tisch lagen, und er tanzte in unseren Augen, als wir wie Räuber, die sich um ihre Beute scharen, unsere Waffengürtel überprüften, unsere Rucksäcke mit Salz- und Eisenspänen bepackten und auf Georges Karte Angriffspläne einzeichneten. Vor uns lagen viele Stunden harte Arbeit, aber die meisten Besucher erreichen ihre volle Kraft erst gegen Mitternacht, sodass jeder von uns, nachdem wir unsere Vorbereitungen abgeschlossen hatten, noch ein bisschen Zeit für sich hatte. Holly las ein Buch, Lockwood streckte sich auf einer Bank aus und döste, George forderte Danny zu einer Partie Schach auf und steckte sehr zu seinem Ärger, nach kurzer Zeit ernsthaft in der Klemme, und ich zog mir einen Stuhl an den Kamin und vertrieb mir die Zeit damit, in den Flammengestalten zu erkennen. Nur Kipps konnte sich nicht recht entspannen. Er ging auf und ab, reckte sich, berührte seine Zehen und vollführte andere ausgefallene Aufwärmübungen, die kuriose Schatten auf die Wände warfen. Sein Haar ragte wie rötliche Brunnenkresse hinter der Schutzbrille auf seiner Stirn hervor, und er konnte es sichtlich kaum erwarten, sein neues Spielzeug bei unserem Einsatz auf die Probe zu stellen. Schließlich konnte er dem Drang nicht länger widerstehen. Er zog die Brille über die Augen, lief ans Fenster und spähte auf den Dorfanger hinaus. »Ich hab schon wieder einen gesehen,« verkündete er aufgeregt, »nur ganz verschwommen, aber es war unverkennbar, das Phantasma eines Mannes dort hinten an der Brücke.« Ich brummte nur, und Lockwood, der den Arm über das Gesicht gelegt hatte, stieß einen tiefen Seufzer aus. »Und da!« Kipps drehte sich ein wenig zur Seite und blickte mit zusammengeknifften Augen durch die Kristallgläser. »Zwei vermummte Gestalten auf dem Anger. Sie stehen dicht beieinander, haben die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen und sehen aus, als würden sie schrecklich frieren. Von ihren Umhängen steigt Geisternebel auf. Jetzt rennen sie los! Jetzt sind sie weg, Troll! Es gibt so viel zu sehen!« George blickte von seinem Schachbrett auf. »Freut mich ja, dass er sich so gut amüsiert, aber bei euch der mürrische, maulfaule Kipps nicht auch lieber? Diese Nacht kann noch lang werden.« Kipps drehte sich wieder zu uns um. »Und da drüben, oh ja, wie gruselig! Dort am Feuer! Ein hageres, verschrumpeltes Wesen mit vorstehenden Zehen!« »Das ist mein Großvater, schon vergessen,« entgegnete Danny Skinner würdevoll. »Er lebt noch!« »Ach so, stimmt ja, es hat mich einfach mitgerissen!« Kipps schob die Brille wieder in die Stirn und sah auf die Uhr. »Komm schon, Lockwood, worauf warten wir noch? Es ist schon kurz vor halb elf. Wir sollten los!« Lockwood schwang die Beine von der Bank und gehnte. »Hast recht, wir können aufbrechen, alles wie besprochen. Zwei Teams, jeweils zwei Stunden unterwegs. Dann treffen wir uns hier wieder und ziehen Zwischenbilanz. »Kipps und ich nehmen uns die Häuserei nebenan vor, wo ein paar Wiedergänger ihr Unwesen treiben. Steh auf, George, du bist sowieso gleich Schachmatt. Das verfluchte Dorf wartet, auf geht's!« »Gleich Schachmatt. Das verfluchte Dorf wartet, auf geht's!« Draußen auf der Straße, ohne die spärliche Beleuchtung im Gasthof, umgab uns die uferlose Dunkelheit der ländlichen Gegend. Der Mond schien zwar, war aber von Wolken verdeckt. Wie von Kipps bereits berichtet, schwebten mehrere Flecken Anderlicht über dem Dorfanger. Nach einer knappen Verabschiedung huschten er und Lockwood lautlos die Hauptstraße hinauf, während George, Holly und ich ein letztes Mal unsere Taschen überprüften. Ich entfernte mich unauffällig ein Stück von meinen Kollegen. An diesem Abend hatte ich mich gegen Ketten entschieden, weil das Eisen meine Gabe zu sehr beeinträchtigte. Jetzt, mit etwas Abstand zu den vielen übersinnlichen Störfaktoren, spürte ich einen eigentümlichen Schauder in der Luft. Er war kaum wahrnehmbar, fast nur wie das leise Surren eines kleinen Elektrogerätes, ganz schwache Energiewellen. Ich blickte zum Himmel auf, spähte in die dunklen Kronen der Bäume ringsum. Wo kamen diese Wellen her? Jetzt hätte ich den Schädel gut gebrauchen können, abermals ertappte ich mich dabei, dass ich mir wünschte, ihn wieder zu haben. »Na schön«, sagte George dann. »Ich lese die Karte, das ist meine Stärke. Lucy und Holly, eine von euch muss die Teambetreuerin sein, Anweisungen erteilen, rasche Entscheidungen treffen und so weiter, ihr müsst euch einigen.« Nach einer kurzen Pause sagte ich, »Mir ist es egal. Holly, willst du? Lucy, willst du?« »Wir verstummten wieder.« »Ich kann dieses Amt nicht übernehmen,« stellte George klar. »Ich bin kein schneller Denker.« Leise vor sich hinsummt, kritzelte er irgendetwas Belangloses auf seine Karte. »Weißt du was, Lucy?« sagte Holly. »Fang du doch an und sei die erste Stunde lang die Teambetreuerin. Wenn du genug hast, übernehme ich die nächste Stunde. Von uns beiden hast du sowieso die größere Erfahrung.« »Einverstanden«, sagte ich. »Guter Plan, danke, Holly.« Ich zog meinen Gürtel zurecht. »Dann wollen wir mal. Was steht als erstes auf deiner Liste, George?« »Die bösartige schwarze Wolke, die da drüben über der Wiese schwebt.« Unser abgesprochener Weg führte uns im Zickzack von einer der gemeldeten Heimsuchungen zur nächsten, wie bei einem Orientierungslauf mit einem Geist an jeder Anlaufstelle. Und die erste war nun mal dort, wo der Geist an dem ehemaligen Richtplatz lauerte. Falls es sich tatsächlich um einen gehängten Hausierer handelte, der verdorbene Pasteten verkauft hatte, dann war er jetzt nur noch eine pulsierende, formlose Masse, von der sich dünne, pechschwarze Tentakel in alle Richtungen schlängelten. Wir näherten uns ihm vorsichtig. Der alte Galgen wurde ja abgerissen, sagte ich, aber sein Standort wurde eindeutig nicht verplombt. Ein Fall für Salz- und Eisenspäne, würde ich sagen, oder was meint ihr? George und Holly waren der gleichen Ansicht, und weil die Stelle klar begrenzt und nicht sehr groß war, hatten wir die Sache schnell erledigt. Holly bot freiwillig an, die Erscheinung auszutreiben. Der nächste Geist auf der Liste war das von Kipps auf der Brücke gesichtete Phantasma. Er ließ sich ebenso umstandslos vernichten. Danach waren ein Mauerklopfer auf dem Anger und ein Lauerer an der Bushaltestelle an der Reihe. Holly und ich putzten sie allesamt weg. »Wenn das so weitergeht, ist dieser Einsatz ein Klacks«, sagte George fröhlich. »Ihr beide habt euren Spaß gehabt. Jetzt bin ich mal dran«, er warf einen Blick auf die Karte. Hinter einem der Häuser in der neuen Siedlung wurde der Schemen einer alten Frau gesichtet. »Mit einer alten Oma werde ich ja wohl noch fertig. Wollen wir mal nachsehen, ob sie da irgendwo rumgeistert?« »Wollen wir mal nachsehen, ob sie da irgendwo rumgeistert?« Bis zu der Reihenhaussiedlung auf der anderen Seite des Angers war es nicht weit. Wenn man über den Zaun kletterte, stand man auf einem Trampelpfad, der zu den Häusern führte. Ihre erleuchteten Fenster schimmerten matt. Auf der Straße war es dunkel. Die Hecken der Vorgärten schienen immer näher an uns heranzurücken. Über uns zerteilten Äste den Himmel in schwarze Bruchstücke. Wir hielten uns dicht beieinander und blieben nicht stehen. »Bis zu dem heimgesuchten Haus müssen wir noch etwas laufen«, sagte George mit gedämpfter Stimme. »Aber weit kann es«, er blieb unvermittelt stehen. »Huch! Wer ist das denn?« Auf dem unbeleuchteten Pfad stand eine Gestalt. Sie wandte sich halb von uns ab, und ihr Rücken wurde vom flackernden Anderlicht einer nicht vorhandenen Kerze angeleuchtet. Das Gesicht war hinter einem Vorhang aus langen, strähnigen Haaren verborgen, der Kopf war gesenkt, die Arme baumelten schlaff an den mitleiderregend herabhängenden Schultern. Doch eine Hand war zu einer festen, weißen Faust geballt. Wir blieben stehen und rührten uns ebenso wenig wie die Erscheinung. »Sie trägt ein Nachthemd«, raunte Holly. »Das ist immer ein schlechtes Zeichen.« »Es ist ein Mädchen, oder?« gab George im Flüsterton zurück. »Sie hat keine Oma-Beine. Allerdings gebe ich zu, dass ich alten Omas nicht oft auf die Beine gucke. Ich habe andere Hobbys.« Wer konnte schon sagen, wer oder was diese Erscheinung einst gewesen war? »Achtung«, sagte ich, »jetzt bewegt sie sich!« Knochige Füße schlurften über die festgetrampelte Erde, und die von schmuddeligem Baumwollstoff umwehte Gestalt drehte sich mit kleinen, schaukelnden Bewegungen wie in Zeitlupe zu uns um. Die nächtliche Kälte begann zu strudeln und wickelte sich wie ein verdrehtes Bettlaken um uns. Wir rückten noch enger zusammen. »Besucher drehen sich immer gegen den Uhrzeigersinn«, sagte George mit hoher gepresster Stimme. »Habt ihr das gewusst? Niemals andersherum. Das ist erwiesen.« »Hochinteressant, George«, entgegnete ich. »Aber jetzt halt bitte mal kurz die Klappe und zieh deinen Degen. Du auch, Holly.« »Ich will versuchen, mit dem Geist Kontakt aufzunehmen. Ihr achtet auf seine Arme und Beine und auf seinen Gesichtsausdruck.« »Dafür wäre es hilfreich, wenn wir das Gesicht erkennen könnten«, brummelte George. Holly zuckte erschrocken zusammen. »Das Nachthemd ist vorn, voller Blut!« Sie hatte richtig gesehen. Ein breiter, schwärzlicher, feuchtglänzender Fleck zierte wie eine Schürze die Vorderseite des Nachtgewandes. Die Gestalt schaukelte immer noch leicht hin und her und hatte sich noch nicht vollständig umgedreht. Auch als sie uns schließlich direkt gegenüberstand, ließ sie den Kopf so tief hängen, dass man nur den Scheitel und die langen schwarzen Haare sah, die im Anderlicht fahl schimmerten. Ich vernahm ein leises Rascheln wie von trockenem Laub. »Wer bist du?« fragte ich. »Sag uns, wie du heißt. Was ist dir zugestoßen?« Ich wartete, hörte aber nur wieder das Rascheln, wenn auch etwas lauter als zuvor. Jetzt zuckte auch George zusammen. »Ich kann das Gesicht immer noch nicht erkennen. Du vielleicht, Holly?« »Nein, ich auch nicht. Lucy?« »Ganz ruhig«, sagte ich, denn ich spürte die zunehmende Panik der beiden. Sie kribbelte in den Nervenbahnen meiner Arme und schwappte in meinen Magensäften. »Ihr müsst Ruhe bewahren«, wiederholte ich. »Ich empfange etwas!« »So viel Blut! Ich empfange etwas!« Eine Stimme wie trockenes Laub, die flüsternd durch Sandpapier raue Lippen drang. Diesmal konnte ich etwas verstehen. Oh je! »Meine Augen! Habt ihr meine Augen gesehen?« Die Gestalt hob den Kopf, der Haarvorhang teilte sich. Ich weiß nicht mehr, ob Holly am lautesten kreischte oder ob es George war. Jedenfalls wurde mein eigener Aufschrei glatt übertönt. Genauso wenig kann ich sagen, ob sich die Besucherin tatsächlich auf uns stürzte. Sicher bin ich aber, dass ich mit dem Degen nach ihr hieb. Dann waren wir auch schon wieder auf der anderen Seite des Zauns und rannten über den Dorfanger. Erst am Marktkreuz blieben wir stehen und rangen keuchend und fluchend nach Luft. »Verfolgt sie uns?«, fragte Holly ängstlich. »Kommt sie hinter uns her?« Ich drehte mich um und späte in die Nacht. »Nein, da bin ich aber froh.« »Warum mussten es ausgerechnet die Augen sein?«, fragte George vorwurfsvoll. »Es hätte doch auch ein Körperteil sein können, der nicht gleich so auffällt. Ein Daumen zum Beispiel oder meinetwegen auch ein Ohr.« »Wo kam der Geist eigentlich her, Lucy? Er war gar nicht auf der Karte eingezeichnet.« »Keine Ahnung. Offenbar ist er neu hier.« »Oder die Zehen. Das wäre hundertmal besser gewesen. Außerdem kann man ohne Zehen nicht laufen. Wenn sie sich dann auf uns gestürzt hätte, wäre sie einfach umgepurzelt.« »Du redest Schwachsinn, George«, sagte ich. »Weiß ich. Aber ich finde, nach dem, was wir eben erlebt haben, darf ich ruhig mal ein bisschen Schwachsinn reden.« Ich traf eine Entscheidung. Wir brauchten alle eine Verschnaufpause. Also kehrten wir zum Gasthof zurück. Wie sich herausstellte, waren auch Lockwood und Kipps schon wieder da. Lockwood lehnte am Tresen und schrieb etwas in sein Notizbuch. Kipps hatte eine Cola in der Hand, die Fairfax-Brille noch auf dem Kopf und wanderte mit langen Schritten auf und ab. »Zwei Wiedergänger«, verkündete er aufgeregt. »Zwei Wiedergänger und ein Irrlicht. Ich habe sie alle drei gesehen. Ich habe sie gesehen und in Nullkommanix erledigt. Ihr könnt Lockwood fragen. Er war dabei.« »Er quatscht mir schon die ganze Nacht die Ohren voll«, sagte Lockwood. »Ich bereue allmählich, dass wir ihm die Brille überlassen haben. Aber wir sind gut vorangekommen. Das stimmt. Wie war es bei euch?« Wir erstatteten ihm Bericht. »Lockwood«, sagte ich dann. »Ich finde, in diesem Dorf herrscht eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Ich nehme ständig irgendwelche fernen, übernatürlichen Störwellen wahr, so ähnlich wie damals unter dem Kaufhaus Elkmeer und in der Nähe des Knochenspiegels.« Lockwood klopfte nachdenklich mit dem Stift auf den Tresen und schwieg eine ganze Weile. Dann sagte er, »Ich würde die Zusammensetzung der Teams gern ändern. Holly, kannst du bitte mit Kipps und George wieder zu dem augenlosen Mädchen zurückgehen und den Geist vernichten? Danach macht ihr mit der nächsten Heimsuchung auf der Karte weiter, Lucy. Wir beide ziehen los und versuchen mal, diese Störwellen, die du wahrnimmst, zu lokalisieren.« Lockwood und ich gingen durch das Dorf. Über dem Wald im Osten leuchtete jetzt der Mond, hinter den Baumkronen schwebten die runden Kuppen der Hügel wie silbrige Sicheln in der Dunkelheit. »Eigentlich sah es sehr hübsch aus, aber es war immer noch tiefe Nacht und die Stille war beklemmend. Ich sehnte mich nach einem Eulenruf oder dem Läuten einer Geisterglocke, nach einem menschlichen Schrei, nach irgendetwas, was mich von dem übersinnlichen Lärm ablenkte, der unaufhörlich in meinem Kopf surrte. Alle paar hundert Meter blieben wir stehen und ich konzentrierte mich, aber es war zwecklos. Das Surren veränderte sich nicht. Vielleicht kam es einfach von zu weit her.« »Wir versuchen es mal im Wald«, schlug Lockwood vor. Unsere schweren Arbeitsschuhe stapften über die Landstraße. Wir waren einen weiten Bogen gelaufen und befanden uns jetzt auf gleicher Höhe mit der Kirche. »Hoffentlich kommen die anderen mit dem Wiedergänger klar«, sagte ich, »beziehungsweise hoffentlich kommt George mit ihm klar.« »George steht auf Mädchen, die ein bisschen beschädigt sind«, erwiderte Lockwood feixend, »aber wahrscheinlich drängelt sich sowieso unser Kips vor. Seit er die Brille hat, ist er nicht mehr zu bremsen, und wie du meintest, hat sich Holly vorhin auch gut geschlagen.« »Sehr gut sogar.« »Ich habe sie ermutigt, mir auf ihre Gaben zu vertrauen.« »Die Zeit, in der sie für diesen Hornochsen Rodville gearbeitet hat, ist ihrem Selbstbewusstsein nicht bekommen. Sie hat immer weniger an sich und ihre Fähigkeiten geglaubt. Es tut ihr gut, wieder im Außendienst unterwegs zu sein. Du bist ein wunderbares Vorbild für sie, Luz.« »Ich weiß ja nicht«, ich blieb unvermittelt stehen, weil mir zum ersten Mal auffiel, dass sich das übernatürliche Hintergrundrauschen veränderte. Es hatte erst nachgelassen, dann war es wieder aufgeflammt. Wir hatten die rostige Geisterlampe auf ihrem kleinen Erdhügel passiert und standen jetzt unter der Böschung mit der Hecke, die den Friedhof umgab. »Können wir mal kurz zur Kirche raufgehen? Ich glaube, ich habe da etwas gespürt.« »Ja«, Lockwood fasste mich am Ellbogen und half mir den steilen Hang hinauf. »Es könnte sich sowieso lohnen. Wenn man Danny Skinner glauben darf, entsteigen in diesem Augenblick die Toten ihren Gräbern.« Doch auf dem Friedhof war alles ruhig, wie ein dunkler Mund voll schiefer Steinzähne schimmerte er im Mondlicht. Wir standen oben auf dem Wall mit der Hecke und hatten einen guten Blick über das ganze Gelände, von der gedrungenen Kirche bis hin zu dem kleinen überdachten Friedhofstor. Ich spitzte wieder meine inneren Ohren. Tatsächlich, das Surren schwoll hier an und wieder ab. Kurze Frage, Luz, unterbrach Lockwood meine Konzentration. »Es geht um uns beide. Bist du eigentlich noch meine Klientin? Oder soll ich dich für diesen Einsatz bezahlen? Ich bin ein bisschen verunsichert.« »Ehrlich gesagt komme ich da auch nicht mehr ganz mit. Mein Herz schlug plötzlich schneller, pulste im gleichen Rhythmus wie das ferne Surren, und auf einmal hatte ich einen ganz trockenen Mund. Warum? Auf dem Friedhof rührte sich immer noch nichts.« »Wir müssen uns irgendwie einigen,« fuhr Lockwood fort. »Rein sachlich betrachtet unterstützen wir einander momentan gegenseitig. Ich helfe dir, den Schädel wiederzufinden und überhaupt bei dieser ganzen Winkman-Angelegenheit, und du hilfst mir bei dem Einsatz in diesem Dorf, und beides findet auch noch gleichzeitig statt. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese äußerst komplizierte Klientin-Agentin-Beziehung regeln. Aber er sah mich an. Es gibt natürlich auch eine viel einfachere Lösung. Ich hörte ihm nicht zu, sondern schüttelte nur den Kopf und hob die Hand. Die groben Feldsteine, aus denen der Kirchturm errichtet war, leuchteten sanft im Mondlicht. Auf einmal raschelte kein Tier mehr in der Hecke, auch der Wind hatte sich je gelegt. Die Stille, die über den Grabstein lag, verriet mir, dass wir nicht mehr allein waren. Aus Lockwoods Verstummen schloss ich, dass er den gleichen Gedanken hatte. Wir ließen die Blicke über den Friedhof wandern. Zwischen den Grabsteinen kam etwas auf uns zu. Erst sahen wir nur von Weitem, wie es sich zwischen den schiefen Kreuzen hindurchschob. Es kam so langsam näher, dass sich es anfangs für den Schatten einer der knorrigen Eiben hielt, die an der Friedhofsmauer standen. Die Gestalt war nur undeutlich zu erkennen. Sie bewegte sich vorn übergebeugt und hatte breite, muskelbepackte Schultern und einen unförmigen Kopf, der sich wie suchend hin und her drehte. Das Wesen streckte beide Arme nach vorn. Seine gewaltigen Beine bewegten sich unbeholfen, aber zielstrebig, pflügten Schritt für Schritt durch die Dunkelheit. Ein Schwall kalter Luft schwappte wie eine Meereswelle über den Erdwall, schlug über uns zusammen und raubte uns den Atem. Schlug über uns zusammen und raubte uns den Atem. »Der ist ja riesig!«, keuchte Lockwood. Schon der Geist im Haus des Kannibalen von Ealing war ein Riese gewesen. Obwohl ich ihn nur undeutlich durch die Milchglas-Scheibe in der Küchentür gesehen hatte, war mir der Eindruck von außergewöhnlicher Größe und Körperkraft noch gut in Erinnerung. Diese Wesenheit hier übertraf ihn allerdings um Längen. Sie überragte sogar einige der Grabkreuze, war noch massiger als Gappis Geist und tappte seltsam steifbeinig voran, als wartete sie durch zehn Sirup. Es war ein abstoßendes und zugleich seltsam hypnotisierendes Schauspiel. Mir waren schon Blutrippen eine steile Betonrampe hinaufgefolgt und ich hatte auf Hausdächern gestanden, während Kreischer wie zerfetzte Spielzeugdrachen um mich herumgewirbelt waren. Doch, ich hatte wahrhaftig schon so einiges erlebt. Aber der Riese hier auf dem Friedhof. So etwas Merkwürdiges war mir in meinem ganzen Leben noch nicht untergekommen. Im Gegensatz zu den meisten Erscheinungen verströmte er kein anderer Licht. Es ging keine Helligkeit von ihm aus, wie von dem leuchtenden Knaben im Gasthof, und auch keine Dunkelheit, wie von dem Geist auf dem Dorfanger. Er wirkte nicht so greifbar wie ein Wiedergänger und sah auch nicht so grausig aus wie ein Alb. Im Grunde war er fast nicht vorhanden. Er bestand aus einer fadenscheinigen Substanz, durch die nun Grabsteine und Kreuze hindurchschimmerten. Seine Extremitäten, die Hände und Füße und sogar die Einzelheiten des Kopfes waren so undeutlich, dass sie sich fast auflösten, eher als nähme man an diesen Stellen eine Brechung der Luft wahr. An den Konturen wiederum schien die Schattengestalt zu flackern, als loderten lauter kleine Flammen von ihr weg. Ja, es sah fast so aus, als hätte sie Feuer gefangen. Doch es war ein kaltes Feuer, und sie zog eine Rauchfahne hinter sich her, die wie der Umhang eines Zauberers über den Friedhof wallte und sich immer weiter ausbreitete. »So was habe ich echt noch nie gesehen«, flüsterte ich, »was kann das sein?« Lockwood hielt den Blick auf die Wolke gerichtet, die der Schatten hinter sich herzog. Er deutete stumm mit dem Kinn darauf und fasste, ohne mich dabei anzusehen nach meiner Hand. Ich folgte seinem Blick. Meine Lippen öffneten sich, mein Mund war wie ausgedörrt, denn die Gestalt, die den Friedhof überquerte, war nicht mehr allein. Andere Gestalten erhoben sich in ihrem Gefolge aus der unkrautüberwucherten Erde. Sie verharrten neben kreuzen und steinernen Engelsfiguren, schwebten über umgekippten Grabsteinen. Von ihren ausgemergelten Gliedmaßen hingen noch die Leichentücher herab, und man konnte auf einen Blick Waberer, Wiedergänger, Irrlichter und Eckensteher unterscheiden, und zwar gleich dutzendweise. Es war eine Zusammenkunft der Toten. Die Bewohner des Friedhofs erhoben sich aus ihren Gräbern und sahen dem flammenden Phantom nach, dass sie keines Blickes würdigte, sondern auf das Tor am anderen Ende des Geländes zutappte und dann auf die Straße einbog, die in Richtung Wald führte. Alles blieb ruhig. Dann gerieten die Geister in Bewegung. Erst einer, dann noch einer, und im Handumdrehen wogte die ganze Horde zum Tor hinaus, als folgten sie dem Ruf einer Stimme, die wir nicht hören konnten. Ein paar kamen sogar die Böschung hoch auf uns zu. Ihre ausgezehrten Gesichter mit den leeren Augenhöhlen starrten uns an, und ich bildete mir sogar ein, ihre Knochen knarren und klappern zu hören. Das Ganze geschah so schnell, dass wir nicht reagieren konnten. Eine Sekunde länger, und sie wären über uns hergefallen. Doch mit einem Mal machte die teuflische Gesellschaft kehrt, schwebte schwungvoll über die Hecke und verschwand auf der Straße in der gleichen Richtung wie das Phantom. Das Knarren und Klappern verklang. Ein kalter Windstoß zerrte an uns. Dann fegte er ebenfalls die Straße hinunter. Wir blieben benommen zurück. Der Friedhof war wieder still und leer, von keinem anderen Licht, als von dem des Mondes erhellt. Plötzlich schmetterte im Baum hinter uns eine Amsel drauf los. Ihr Gesang war zugleich todtraurig und wunderschön. Dann verstummte sie wieder. Lockwood und ich standen noch immer wie gebannt vor der Hecke. Dann merkte ich, dass er immer noch meine Hand hielt. Er bemerkte es im selben Augenblick. Irgendwie lösten sich unsere Finger voneinander und kehrten verteidigungsbereit an unsere Waffengürtel zurück, um jederzeit eine Salzbombe werfen oder den Degen ziehen zu können. Lockwood räusperte sich. Ich strich mir das Haar aus den Augen. Unsere Stiefel malten kunstvolle Muster auf den reif bedeckten Boden. Was war das denn? fragte ich. Du meinst den Geist? Lockwood schielte unter seinen Haarsträhnen zu mir herüber. Ich schätze, das war das flammende Phantom. Er schüttelte den Kopf. Keine Ahnung, aber es war eindeutig, die Erscheinung, von der uns Danny Skinner erzählt hat. Größe und Form stimmten und gebrannt hat sie auch, oder jedenfalls so ausgesehen. Aber hast du gesehen, was ihr gefolgt ist? Die Geister? Klar, habe ich die bemerkt. Auch das hat uns Danny ja beschrieben. Das Phantom ist die Gestalt von dem Relief auf dem alten Kreuz, der Seelensammler. Er hat die Toten aus ihren Gräbern geholt. Das glaube ich nicht. Was denn sonst? Du hast doch selbst gesehen, wie sie aus der Erde gestiegen sind. Er antwortete nicht. Du hast sie gesehen, Lockwood. Wir müssen wieder zu den anderen. Hier können wir nicht darüber diskutieren. Im Wald flatterte ein riesiger Schwarm Vögel kreischend in den Nachthimmel auf. Sie kreisten einmal über uns, dann flogen sie mit klatschenden Flügelschlägen in Richtung Jägerhügel davon. Lockwood und ich schlitterten die Böschung hinunter und liefen schweigend zum Gasthof zurück. Die Eisenkette Tief in der Nacht kehrten auch die anderen zurück und berichteten von durchschlagenden Erfolgen, was die Vernichtung des augenlosen Mädchengeistes und diverse anderer Besucher überall im Dorf anging. Ihre fröhlichen Stimmen, die in der Diele des Gasthofs widerhalten, kündigten ihr Kommen an. Dann traten sie in die Schankstube. George und Kipps stritten sich freundschaftlich über irgendeine harmlose Unstimmigkeit auf der Karte. Holly Monroe war gerade dabei, ihre Degenklinge mit einem hübsch gemusterten Ektoplasma-Wischtuch zu säubern. Bei ihrem Eintreffen saßen Lockwood und ich in fast völliger Dunkelheit. Nur das erlöschende Kaminfeuer warf noch einen matten, dunkelroten Schein auf unsere Gesichter. »Es besteht kein Zweifel daran«, beschloss Lockwood sein Bericht über unsere Erlebnisse, »dass wir das berüchtigte, flammende Phantom gesehen haben. Viel mehr können wir allerdings nicht mit letzter Sicherheit sagen.« »Und, dass es tatsächlich die anderen Geister aufweckt«, ergänzte ich, »vergiss das nicht.« Die Wolke, die es hinter sich herzog, war wie eine Schöpfkelle, die in einem Topf Suppe rührt. Ein Geist nach dem anderen ist an die Oberfläche gekommen, aus seinem Grab gestiegen und dem Phantom in den Wald gefolgt. »Mann, oh Mann, das hätte ich auch gern gesehen«, sagte George. »Hört sich echt krass an.« Seine Brillengläser funkelten, er saß auf einem Tisch und baumelte mit den Beinen. »Hat er denn alle Geister auf dem Friedhof geweckt?«, erkundigte sich Kipps. »Ist aus jedem Grab ein Geist gekommen, oder waren es nur ein paar?« »Es waren sehr viele«, antwortete ich, »aber nicht alle. Aber vielleicht ist das normal, wenn ein Seelensammler unterwegs ist. Lockwood passt es übrigens nicht, dass ich diesen Ausdruck benutze, fügt ich an. Wir hatten nämlich keineswegs einträchtig am Kamin gesessen, sondern uns gestritten.« »Weil das Phantom kein Seelensammler ist«, sagte Lockwood gereizt. »Was es ist, weiß ich auch nicht, aber ganz gewiss kein Engel oder Dämon, der jüngstes Gericht spielt. Schließlich erscheint es die ganze Woche über jede Nacht. Vergiss endlich dieses blöde Relief. Aber es holt die Toten aus ihren Gräbern. »Jetzt hör schon auf!« »Möchte jemand heißen Kakao?«, fragte Holly munter. »Zum Aufwärmen und Beruhigen. Mr. Skinner hat einen Karton mit Tütchen hinter dem Tresen. Ach, wisst ihr was, ich setze einfach mal Wasser auf.« »Dieser Schatten muss ja echt gruselig sein«, mischte sich Kipps ein. Er hatte seine Schutzbrille abgenommen und warf sie jetzt schwungvoll quer durch den Raum, wo sie am Kleiderständer hängen blieb. Die Wirkung dieser zugleich kühnen und lässigen Geste wurde nur dadurch ein bisschen beeinträchtigt, dass die Ledereinfassung große rote Ringe um seine Augen hinterlassen hatte. »Wenn du beim Anblick eines Geistes die Nerven verlierst, Lockwood, muss er schon besonders schauerlich sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal erlebe.« »Ich hab nicht die Nerven verloren«, Lockwood verschränkte die Arme vor der Brust. »Oder sehe ich etwa so aus, George?« »Ja, ja und noch mal, ja. Ich muss Kipps ausnahmsweise recht geben«, George wiegte in ungeheucheltem Erstaunen den Kopf. »Tja, es gibt doch immer ein erstes Mal.« »Na schön. Vielleicht sind Lucy und ich tatsächlich ein bisschen beunruhigt«, räumte Lockwood nach einer gekränkten Pause ein. »Denn, dass er die Toten weckt, ist nur eine der merkwürdigen Eigenschaften dieses Geistes.« Danny hat in allen Punkten die Wahrheit gesagt. »Das Phantom zieht tatsächlich so etwas wie eine Rauchwolke hinter sich her. Und es sieht auch wirklich so aus, als würde es brennen. Und es bewegt sich äußerst sonderbar«, Lockwood seufzte. »Hast du schon mal etwas über eine derartige Erscheinung gelesen, Kipps?« »Noch nie. Jedenfalls nicht in den üblichen Aufzeichnungen. Vielleicht ist in der Schwarzen Bibliothek im Fitzgebäude etwas darüber zu finden. Dort steht eine Menge Spezialliteratur.« Kipps lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Ehrlich gesagt, wundert es mich, dass sich das Rodville-Institut nicht mit diesem Phantom befassen wollte. Da haben sie ja echt was verpasst.« Lockwood nickte, und seine Augen leuchteten grimmig. »Das kann man wohl sagen.« Das Wasser kochte, Holly machte Kakao. Kipps half ihr, und George durchstöberte so lange die Schränke hinter dem Tresen, bis er Chips und Schokolade entdeckt hatte. Kurz darauf saßen wir alle bei einem zünftigen Mitternachtsimbiss um den Tisch unserer Kommandozentrale. Die Ablenkung hob Lockwoods Stimmung, beziehungsweise hob sie nicht nur, sondern ließ sie völlig überschäumen. Ohnehin besaß er die Fähigkeit, von einem Augenblick zum anderen wie ausgewechselt zu sein. War er gerade noch geschockt und wie gelähmt, so konnte er im nächsten Moment wie elektrisiert aufspringen und vor Tatendrang schier sprühen. Und ich? Ich aß und trank, und es ging mir ein bisschen besser, aber so richtig entspannt war ich nicht. Nach dem Schauspiel auf dem Friedhof war das flammende Phantom alles, woran ich denken konnte. Lockwood wartete ab, bis wir alle saßen und jeder einen neuen Becher Kakao vor sich hatte, dann beugte er sich vor. Also, sagte er, ich mache euch einen Vorschlag. Er klingt vielleicht verrückt, aber hört erst mal zu. Der Anblick des Phantoms hat mich zum Umdenken gebracht. Er unterscheidet sich völlig von jedem anderen Geist, mit dem wir es sonst zu tun haben. Was meiner Meinung nach bedeutet, dass wir auch eine ganz andere Strategie als sonst einsetzen müssen, um ihn zu vernichten. Und wie soll die aussehen? fragte Kipps. Willst du ihn in eine Geisterfalle treiben? Ich habe schon mal gesehen, wie das geht. Man zieht mit Eisenketten einen halboffenen Bandkreis und scheucht den Geist mit Leuchtbomben hinein. Eigentlich habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, gab Lockwood zurück und blickte auf seine Uhr. Aber erst mal brechen wir in das Rodville-Institut ein, und zwar, lasst mich überlegen, in einer guten Stunde. Wie bitte? Kipps war mit Lockwoods Art noch nicht so vertraut wie wir drei anderen, die wir nur wissend und schweigend unseren Kakao tranken. Wie bitte? Wiederholte Kipps. Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Das hatte ich schon seit unserer Ankunft hier vor, sagte Lockwood ruhig, und dass Steve Rodville persönlich hier aufgetaucht ist, hat mich nur noch daran bestärkt. Allerdings wollte ich eigentlich noch damit warten, bis wir Oldbury Castle von sämtlichen Heimsuchungen befreit haben, aber dann habe ich das Phantom gesehen und es mir anders überlegt. Außerdem gibt es hier sowieso viel zu viele Heimsuchungen. Bis wir die ganze Karte abgearbeitet haben, ist es Mitte nächster Woche, und was sich in diesem Institut auch abspielen mag, ist dann vielleicht schon abgeschlossen, denn ein vielbeschäftigter Mann wie Steve Rodville kommt garantiert nicht hergefahren, um sich länger in diesen schäbigen Baracken aufzuhalten. Kipps hatte sich einen Krabbenschipp genommen und betrachtete ihn so konzentriert, als enthielte er sämtliche Geheimnisse von Raum und Zeit. Und was spielt sich dort ab, fragte er? Im Institut, meine ich. Genau das müssten wir herausfinden. Ich habe dir ja schon kurz die Schwierigkeiten geschildert, in denen Lucy steckt, Quill, und dass ihr ein seltenes, wertvolles Artefakt gestohlen wurde. Ich habe dir auch von diesem Mr. Johnson und den Verbindungen erzählt, die Rodville zum Schwarzmarkt pflegt. Dass die gestohlenen Quellen in einer der Institutsfilialen lagern, ist klar, aber bis jetzt hatten wir keine Ahnung, in welcher. Als uns dann aber der kleine Skinner von der Massenheimsuchung in Oldbury Castle berichtet hat, läuteten bei mir sämtliche Alarmglocken. Eine unerwartete Geisterplage, diesen Ausmaßes in einem abgeschiedenen Dorf, von dem noch nie jemand gehört hat. Und ganz in der Nähe hat das Rodville-Institut eine Niederlassung. Harold Mailer hat Lucy gestanden, dass er den Schwarzmarkthandel seit drei Monaten mit Quellen versorgt hat. Das entspricht ungefähr dem Zeitraum, in dem Oldbury Castle unter der Geisterplage leidet. Nicht zu vergessen, den Ort des Blutes, den Harrels Geist erwähnt hat. Das Rodville-Labor steht mitten auf einem alten Schlachtfeld, das kann doch alles kein Zufall sein. Und zufällig? Hat das Ganze angefangen? ergänzte George bedächtig. Kurz nachdem wir den Massenausbruch in Chelsea niedergeschlagen haben, isst du diesen Chip noch, Kips? Wenn nicht, hätte ich eine gute Verwendung dafür. Der Einsatz in Chelsea ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich dich gern mitnehmen wollte, Quill, fuhr Lockwood fort. Du warst damals schon dabei. Wenn tatsächlich irgendwelche Rodville-Leute den Geisterschwarm in Chelsea aufgewiegelt haben, dann stecken sie vielleicht auch hinter der Massenheimsuchung in Oldbury Castle. Und diesmal haben sie nicht nur irgendwelche bekannten Geister aufgepeitscht, sondern das flammende Phantom. Warum? Einen Geist, der andere Geister aufweckt, indem er nur an ihnen vorbeispaziert, nicht auszudenken. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht verstehen wir dann ja auch das Problem an sich besser, meinte George nachdenklich. Ihr kennt doch meine Karte in der Portland Row, auf der man sehen kann, wie sich die Geisterepidemie wie eine Seuche über das Land verbreitet hat. Jede ansteckende Krankheit hat ihre Überträger. Vielleicht ist das flammende Phantom ja auch einer. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr von seiner Sorte, und die Epidemie breitet sich deshalb immer weiter aus. Ich kann Steve Rodville zwar auch nicht leiden, entgegnete Kipps, aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, inwiefern er für das alles verantwortlich sein soll. Ich auch noch nicht, entgegnete Lockwood. Aber darum wollen wir der Sache ja nachgehen, und zwar heute Nacht. Wenn wir bis morgen warten, kann es schon zu spät sein. Kipps entließ die Luft aus den aufgepusteten Wangen. Bei der Konkurrenz einbrechen. Ist das euer übliches Vorgehen? Ich nickte. Manchmal schon. Wir sind auch mal in die schwarze Bibliothek im Fitzgebäude eingebrochen. Wie bitte? Jetzt guck nicht so entsetzt, sagte Lockwood grinsend. Du arbeitest doch nicht mehr für sie, oder? Du kannst dir jetzt deine eigene Meinung bilden und eigene Entscheidungen treffen, apropos. Du musst natürlich heute Nacht nicht mitmachen. Kipps zuckte die Achseln. Warum nicht? Ich habe ja sowieso nichts Besseres zu tun. Da kann ich ebenso gut die nächsten paar Jahre im Knast verbringen. Lass die Finger von meinem Krabbenchip, Cubbins. Nimm dir gefälligst selber einen. Dann wäre das ja geklärt, sagte Lockwood, und wir können los. Eins noch. Holly, du hast doch für Steve Rodwell gearbeitet. Da kennst du ihn bestimmt ziemlich gut. Wo liegen deiner Meinung nach seine Beweggründe? Was treibt ihn an? Wo liegen deiner Meinung nach seine Beweggründe? Was treibt ihn an? Dass ich gar nicht mehr auf Holly geachtet, sondern mich ganz auf Kipps Skepsis und Unbehagen konzentriert hatte, zeigte, wie sehr ich sie inzwischen akzeptierte. Jetzt war Kipps der Neue, und Holly trank genauso gelassen ihren Kakao wie George und ich, während Lockwood uns vorschlug, eine renommierte Institution zu überfallen und auszuspionieren. Okay, Holly sah auch beim Kakao trinken so nervtötend graziös aus wie immer, aber das betrachtete ich mittlerweile als ihre persönliche Variante der ganz besonderen Lockwood und Co. Note. Sie hatte sich sogar ein paar Chips genommen. Was ihn antreibt, wiederholte sie, klopfte mit den manikürten Fingernägeln an ihren Kakaobecher und verzog angewidert den hübschen Mund. Geld ist ihm wichtig, aber sonst? Sie blickte ins Feuer. Sonst würde ich noch sagen, dass er unbedingt mit der Agentur Fitz gleichziehen will. Er redet die ganze Zeit über Fitz, weiß stets, was dort vor sich geht und welche Erfolge sie verzeichnen. Er vergleicht jeden Monat seine Auftragszahlen mit ihren. Er will unbedingt die Nummer eins sein. So waren die Rodvills immer schon, warf Kipps ein. Das kann man in allen Geschichtsbüchern nachlesen. Anfangs waren Marissa Fitz und der alte Tom Rodville im Kampf gegen das Problem noch Partner. Dann verkrachten sie sich und Marissa gründete die erste offizielle Agentur. Ein paar Monate darauf machte Rodville es ihr nach, aber seine Agentur wurde nie so bekannt wie ihre, zumindest nicht in der Anfangszeit. Seit damals ist Rodville der schärfste Konkurrent von Fitz. Dieser ganze Institutsquatsch, die albernen kommerziellen Abwehrmittel, die sie erfinden oder auch nicht, dient alles nur dem verzweifelten Versuch, Fitz zu überflügeln. Er rümpfte die Nase. Ein Trauerspiel eigentlich. Naja, Penelope Fitz ist aber auch nicht ohne, hielt Lockwood dagegen. Die Aufweisgesellschaft steht offensichtlich total unter ihrem Einfluss und von denen stammt deine Brille, Kipps. Aber wenn wir meinen Plan in die Tat umsetzen wollen, sollten wir uns ranhalten. In vier Stunden wird es schon wieder hell. Also hielten wir uns ran. Im Grunde unterscheidet sich die Ausrüstung eines Einbrechers gar nicht so sehr von der Ausrüstung eines Agenten. Um beweglicher zu sein, verzichteten wir auf die schwereren Eisenketten und auch den größten Teil der restlichen Eisenspäne. George trieb irgendwo eine Drahtschere auf. Abgesehen davon ließen wir unsere Taschen und Waffengürtel, wie sie waren. Um mit noch leichterem Gepäck unterwegs zu sein, waren zu viele Besucher unterwegs. Zehn Minuten später war Abmarsch. Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, meinen Rucksack zu öffnen und kein Geisterglas zu erblicken. Ein paar Salzbehälter, ein, zwei zusätzliche Leuchtbomben, sogar meine neueste Errungenschaft, der säuberlich zusammengefaltete Geisterumhang, das alles konnte den Verlust des wispernden Schädels nicht wettmachen. Nach dem Nachtmarkt in Vauxhall hatte ich die Hoffnung, ihn jemals zurückzubekommen, so gut wie aufgegeben, aber wenn Lockwood mit seiner Vermutung richtig lag, befand sich der Schädel nur eine Meile entfernt auf dem Laborgelände. Hoffentlich. Bevor wir aufbrachen, sorgten wir noch dafür, dass wir im Dunkeln so wenig wie möglich auffielen. Als Agenten waren wir mehr oder weniger schwarz gekleidet und konnten zusätzlich Handschuhe überziehen, aber von Holly mal abgesehen, waren unsere Gesichter nicht ideal für ein Geheimkommando geeignet. Besonders das von Kipps leuchtete wie ein zweiter Sommersprossiger Mond, also griff Holly abermals zum Schminkschwamm sowie zu einer Dose Schuhcreme aus der Küche der Skinners und im Nu waren wir richtig gut abgedunkelt. Fünf finstere Gestalten verließen geräuschlos den Gasthof zur Sonne. Es war kurz nach zwei Uhr nachts. Nachts. Durch den Wald streiften Geister. Wir sahen ihr Anderlicht von Weitem, aber sie kamen nicht näher, und wir gingen ihnen geflissentlich aus dem Weg. Auch zur Landstraße hielten wir Abstand und sprangen ein paar Meter unterhalb der Brücke über den Bach. Anschließend liefen wir erst in großem Bogen um den Steinbruch herum und schlugen dann den Weg zum Jägerhügel ein. Wir schlängelten uns zwischen den Bäumen hindurch, bis wie vor uns helles Sternlicht schimmern sahen, was bedeutete, der höchste Punkt des Hügels war nicht mehr weit. Das letzte Stück legten wir tief geduckt zurück, so wie Lockwood und ich es am Vortag gemacht hatten. Nirgendwo ertönte Alarm. Dann lagen wir zu fünft, beuchlings auf der Hügelkuppe und blickten auf das Rodville-Institut hinunter. Nachts sah die Anlage komischerweise eindrucksvoller aus als tagsüber. Das Flutlicht der Bogenlampen verschönte die hässlichen Wellblechbaracken und verlieh ihnen einen gleißenden metallischen Glanz. Doch nicht die Lampen fielen uns als erstes auf, als wir dort oben lagen. Sie waren nämlich nicht die einzigen Lichtquellen. Im weiten Umkreis ragten schwach leuchtende Gestalten auf, wie Nägel, die jemand in die winterlichen Felder geschlagen hatte. Das Licht, das von ihnen ausging, war matt-golden und flackerte zuckend, als könnten die Gestalten jeden Augenblick vom Wind davongetragen werden. Ihre Konturen hatten sich jedoch im Lauf der Jahrhunderte verwischt. »Deswegen verzichten Sie auf einen Wachdienst,« raumte Lockwood. »Sie lassen die Wikinger die Arbeit übernehmen.« »Demnach liegen immer noch Gebeine unter der Erde,« sagte George. »Verdammter Mist,« kipps spähte Stirnrunzelnd durch die Schutzbrille. »Und jetzt?« »Ich glaube nicht, dass Sie uns Probleme machen,« sagte ich. »Sie stehen weit genug voneinander weg, dass wir Ihnen ausweichen können. Und Sie sehen nicht aus, als hätten Sie sich in den letzten paar hundert Jahren von der Stelle bewegt. Wenn es um übernatürliche Gefahren geht, haben wir ganz andere Sorgen als ein paar olle Wikinger-Krieger.« »Heißt das, du hast immer noch Störgeräusche?«, fragte Lockwood. »Inzwischen ist das Sorgen richtig laut, und es kommt von dort unten.« Schon auf dem Weg durch den Wald war das Geräusch lauter geworden. Weil es nicht so plötzlich anschwoll wie beim Auftauchen des flammenden Phantoms, war es nicht mehr so beängstigend, aber es hörte sich inzwischen an, als schwirrte ein ganzer Insekten Schwarm durch meinen Kopf. Und genau wie in der Nähe des Knochenspiegels und in den Katakomben von Chelsea wurde mir ein bisschen übel davon. Dass dieses Geräusch von dem Laborgelände ausging, stand für mich fest. Lockwood rutschte ein Stück zu mir herüber und legte mir die Hand auf die Schulter. »Wenn wir auf dem Gelände sind, übernimmst du das Kommando los. Sobald du etwas empfängst, gibst du uns Bescheid. Aber vorher«, warf Kipps trocken ein, »müssten wir uns noch mit einer Kleinigkeit befassen, die man »Zaun« nennt. Wir machten uns daran, den felsigen Abhang hinunterzuklettern. Um keine Steine loszutreten, schoben wir uns nur zentimeterweise voran und nahmen unser altes Tempo erst wieder auf, als wir unten angekommen waren. Das Gelände schien in einer Lichtinsel zu schweben. Dass kein Mensch zu sehen war, machte uns Mut, obwohl das Flutlicht so gleißend hell war, dass man uns sehen konnte. Aber wenn jemand unter den Lampen stand und in die Dunkelheit hinausspähte, wurde er höchstwahrscheinlich geblendet. Was die Besucher betraf, behielt ich recht. Wir konnten mit großem Abstand zwischen den schimmernden Gestalten hindurchruschen, ohne dass sie sich gerührt hätten. Im Grunde waren sie nur noch Säulen aus gelblichem Licht, lediglich bei einem Krieger erkannte man undeutlich bärtige Gesichtszüge. Dann hatten wir sie hinter uns gelassen. Wir huschten zur dunkelsten Stelle am Zaun und warfen uns auf den Boden. Stelle am Zaun und warfen uns auf den Boden. Eine Minute verstrich, bis sich unser Puls wieder beruhigt hatte. Das Gras war kalt. Ich fühlte mich zwischen seiner Schwärze und der des Himmels regelrecht eingezwängt. Als ich den Kopf hob, waren die Stacheldrahtschlingen nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Dahinter erhoben sich die Rückseiten der Gebäude. Aus der Nähe waren die Baracken größer, als sie von oben aus gesehen hatten. Um uns herum war alles dunkel, aber man konnte erkennen, dass einige der Container durch metallene mit Planen verhängte Laufgänge verbunden waren. Der dicke Stoff wogte leicht im Wind. Alles war so still, als würde die Anlage längst nicht mehr genutzt. Dann leg mal los, wandte sich Lockwood an George. Schnipp, schnapp. George hantierte geschickt mit der Drahtschere und hatte im Nu dicht über dem Boden eine Art Klappe ausgeschnitten. Er drückte probehalber mit der Hand dagegen. Wenn wir durchgekochen sind, fällt sie wieder hinter uns zu, meinte er, und niemand kriegt was mit. Mach sie noch ein bisschen größer, raunte Lockwood, falls wir schnell abhauen müssen. Pssst! Es klang wie das Zischen einer stilbewussten Schlange und war das mit Holly vereinbarte Alarmsignal. Wir warfen uns sofort wieder zu Boden und verdeckten unsere versilberten Degen mit dem Körper. Schwere Schritte knirschten im Kies, kamen um die Baracke vor uns herum. Wir lagen im dunklen Gras und drückten das Gesicht auf die Erde, während jemand nur ein paar Handbreit entfernt am Zaun entlang stapfte, dann abbuck und schließlich nicht mehr zu hören war. Vorsichtig hob ich den Kopf und strich mir das Haar aus dem Gesicht. Die Luft ist rein! Die anderen rappelten sich hoch. Nicht schlecht, Cubbins, zischelte Kipps. Ich hätte dir gar nicht zugetraut, dass du dich so dünn machen kannst. Besser gesagt, dass du dich überhaupt dünn machen kannst. Und ich hätte dir nicht zugetraut, dass du geistreiche Wortspiele machen kannst, konterte George, womit ich ganz richtig liege. Er machte sich wieder mit der Drahtschere über den Zaun her, bis er eine briefkastenförmige, schulterbreite Klappe ausgeschnitten hatte, durch die man auch mit einem Rucksack auf den Schultern kriechen konnte. Er hielt das Drahtstück hoch und schon schlüpfte Lockwood durch die Öffnung. Trotz des weiten Mantels passte seine schlanke Gestalt mühelos hindurch und im nächsten Augenblick kauerte er hinter dem Zaun und sah sich nach allen Seiten um. Dann gab er uns ein Zeichen. Einer nach dem anderen, wenn auch unterschiedlich gelenkig, folgten wir ihm auf das verbotene Gelände. »Merkt euch die Stelle?«, flüsterte Lockwood. »Das Schlupfloch ist in der Mitte zwischen diesen beiden schwarzen Pfosten hier. Hast du eine Ahnung, wo wir hin müssen, Lucy?« Das übernatürliche Surren war lauter denn je. Ich spürte es bis tief in meine Gehörgänge, in den Fußsohlen und in allem, was dazwischen war. Ich machte erst ein paar Schritte in die eine Richtung, dann in die entgegengesetzte, schloss dabei die Augen und lauschte dem An- und Abschwellen. »Wir sind schon ganz dicht dran«, verkündete ich. »Wenn ich nach links gehe, wird es stärker.« Mit äußerster Vorsicht schoben wir uns an die linke Ecke der nächsten Baracke heran, blieben aber außerhalb des Lichtscheins, der sich von der Mitte der Anlage über den kiesbestreuten Boden ergoss. Die Wand ragte über uns auf wie eine Wellblechklippe, schwarz, glatt und kalt. Ohne mich vorher noch einmal mit den anderen abgesprochen zu haben, hatte ich die Führung übernommen. Ich blieb stehen, spähte vorsichtig um die Ecke und hätte beinahe vor Schmerz aufgeschrien, als mich die übernatürlichen Kraftwellen mit voller Wucht ins Gesicht trafen. Ein Stück vor uns erhob sich ein Gebäude, bei dem ich instinktiv wusste, dass es das wichtigste der ganzen Anlage war. Dabei sah es gar nicht so viel anders aus als die übrigen, wie eine überdimensionale Blechscheune mit breitem, leicht gewölbtem Dach. Von dem Gebäude führte ein Laufgang zu der Baracke, hinter der wir uns versteckten, und ich sah noch einen zweiten, wie Speichen, die an einer Radnarbe zusammenlaufen. Die Baracke hatte keine Fenster. Aber an dem Ende, das dem Zaun zugewandt war, stand ein zweiflügeliges Tor offen, aus dem weiches, dunstiges Licht herausströmte, begleitet von dem heftigen, übernatürlichen Energiestoß, der mich getroffen hatte. Das Licht fiel auf ein paar Männer in weißen Schutzanzügen. Sie hatten irgendwelche Gegenstände in den Händen, die ich aber nicht richtig erkennen konnte. Keiner von ihnen bewegte sich. Keiner kam oder ging. Ich machte Lockwood Platz, damit er es sich selbst ansehen konnte. »Was hier auch geschieht«, zischelte ich. »Es passiert dort drüben.« Er spähte mit zusammengeknifften Augen in die Dunkelheit. »Da fehlt ein Stück Zaun. Siehst du das? Gleich hinter den Männern. Wozu soll das wohl gut sein? Vielleicht damit ein Auto durchfahren kann. Ein Auto könnte doch genauso gut das Tor zur Straße nehmen, oder?« Darauf hatte ich auch keine Antwort. Ich reckte den Hals und entdeckte noch etwas anderes. Eine Tür in der Baracke, hinter der wir standen. Sie war nur ein paar Meter von uns entfernt und aus glattem Metall, aber mit einer dicken Gummidichtung versehen. Was sich dahinter befand, war nicht zu erkennen. Ich deutete darauf und sagte zu Lockwood, »Wie wär's damit?« Er zögerte. »Ich weiß nicht. Riskant. Womöglich hockte die halbe Mannschaft von Rottweil da drin. Hast du einen besseren Vorschlag? Wir können ja wohl nicht einfach in die Scheinwerferkegel hinaus spazieren. Nein. Lockwood!« Das kam von Holly, die ganz hinten stand und jetzt hektisch über ihre Schulter deutete. Zwei dunkel gekleidete Männer mit blitzenden Waffen am Gürtel waren am anderen Ende der Baracke aufgetaucht. Sie waren stehen geblieben und schauten in die Nacht hinaus, wo die fahlen Lichtgestalten der gefallenen Wikinger über den Feldern schwebten. Sie redeten und lachten und hatten zum Glück keine Ahnung, dass wir ganz in ihrer Nähe waren. Was sich schlagartig ändern würde, sobald sie in unsere Richtung blickten, denn dann würden sich unsere Silhouetten vor dem Licht abzeichnen. »Schnell!« Lockwood scheuchte uns um die Ecke herum, wobei wir dort genau das gleiche Problem hatten. Die Männer vor dem offenen Tor des Hauptgebäudes würden uns sofort sehen, wenn sie den Kopf wandten. Vor lauter Hast prallten wir gegen die Tür. Lockwood packte die Klinke und drückte sie herunter. Die Tür öffnete sich einen Spalt. »Los rein!« Habt ihr schon mal gesehen, wie frisch geschlüpfte Entenküken eins nach dem anderen ins Wasser hüpfen? Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet, aber ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihren Geschwistern zu folgen, zu springen und das Beste zu hoffen. Genauso erging es uns, als wir durch die Tür drängten, erst Holly, Kipps und George, dann Lockwood und ich. Im Nu waren wir drin, und der abgedichtete Einlass schloss sich fest hinter uns. Die Entscheidung war endgültig. Einmal getroffen, war sie nicht mehr rückgängig zu machen. Zu machen. Zuerst die gute Nachricht. Unser Eindringen löste keinen Warnruf aus, keine Alarmsirenen und keine auf uns gerichteten Waffen begrüßten uns. Wir standen in einem spärlich beleuchteten Raum, der zwar viele Schrecknisse barg, aber keine Mitarbeiter des Rodville-Instituts. Das Wellblechdach hoch über unseren Köpfen war leicht gewölbt. An den Wänden waren Lampen angebracht, die mit Kabeln untereinander verbunden waren. Der Fußboden bestand aus einfachen Brettern. Am gegenüberliegenden Ende war mit einer Trennwand ein zweiter Raum abgeteilt, aber wir sahen uns erst einmal in diesem hier um. Es handelte sich zweifelsfrei um ein Labor. Drei lange Metalltische standen parallel zur Längswand dazwischen Stühle. Auf mehreren Rollwagen waren die verschiedensten Gerätschaften aufgebaut, jeweils mit Eisenketten säuberlich voneinander getrennt. Violen, Kolben und Bechergläser aus Silberglas, gewundene Eisenröhren, lodernde Bunsenbrenner, knisternde Elektromagneten. Manche Behälter waren klein, andere riesengroß, und alle leuchteten vor übernatürlichen Kraftwellen. Die Quellen, von denen diese Energie ausging, zeichneten sich hinter den schmutzigen Glaswänden ab. Vergilbte Kiefer und Oberschenkelknochen, Rippen und Wirbel, außerdem verrostete Metallteile, die einst Helme, Schwerter oder Armreifen gewesen sein mochten. Es waren die aufgeladenen Überreste der Schlacht, die hier stattgefunden hatte, und man sah auch die Geister, die an die Artefakte gebunden waren. Jeder einzelne Behälter verströmte ein fahles Anderlicht, in Abstufungen von blau über gelb bis hin zu dunkelgrün, sodass es die Wände der Baracke in ein unheimlich flackerndes Farbenspiel tauchte, und jedes einzelne Artefakt war Teil eines Experiments, war Hitze, Kälte, Druck oder elektrischem Strom ausgesetzt. Hinter dem Silberglas waberte Ektoplasma, und ich erhaschte einen Blick auf grausig verzerrte Gesichter, die sich unablässig im Kreis drehten. Weil die Gefäße verplombt waren, hörte ich die eingeschlossenen Stimmen zwar nicht, spürte ihre Schreie aber trotzdem. »Ist ja irre«, sagte Kipps überwältigt. George pfiff durch die Zähne. »Sieht aus wie in meinem Zimmer in der Portland Row?« Lockwood betrachtete ein bauchiges Glasgefäß, das von einem Bunsenbrenner erhitzt wurde. Das violette Plasma darin brodelte und schlug Blasen. »Kann mir mal einer verraten, was die hier treiben?« »Hauptsächlich Ektoplasma-Forschung, schätze ich«, erwiderte George. »Sie testen, wie das Zeug auf äußere Einflüsse reagiert, auf Hitze, Kälte und so weiter. Das Glas da drüben schwebt in einem Vakuum. Also das ist echt spannend. Seht ihr, wie trüb das Plasma geworden ist? Und der Geist da hinten soll offenbar durch Stromschläge galvanisiert werden. Er schüttelte den Kopf. Das klappt nicht. Das hätte ich ihm gleich sagen können. Vor einem Jahr oder so habe ich das auch mal mit unserem Schädel ausprobiert, und das Plasma hat sich überhaupt nicht verändert. Nur der Geist hat noch schlechtere Laune gekriegt als sowieso schon.« Beim Hereinkommen hatte ich meine inneren Ohren gespitzt und auf ein Zeichen des Schädels gewartet, doch vergebens. Jetzt beobachtete ich eine Zentrifuge, die den darin gefangenen Geist unbarmherzig herumwirbelte. »Ich finde, das ist nicht in Ordnung«, sagte ich. »Es ist irgendwie krank«, George sah mich an. »Ich führe schon seit Jahren solche Versuche durch.« »Eben.« »Diese Experimente dienen doch nur dazu, dem Problem auf den Grund zu gehen, Luz«, mischte sich Lockwood ein. »Man will herausfinden, wie die Geister so ticken.« »Klar ist das teilweise ein bisschen extrem, aber als krank würde ich es nicht bezeichnen.« Ich ging nicht weiter darauf ein. Weder Lockwood noch George konnten für Geister nennenswertes Mitgefühle aufbringen. Und ich? Das war nicht so leicht zu beantworten. Wieder ließ ich den Blick über die Arbeitstische mit ihren Blöcken und Kugelschreibern, Thermometern und Pipetten gleiten. Seltsamerweise musste ich dabei an Emma Marchments Hexenküche aus dem 17. Jahrhundert denken, an die Töpfe und Tiegel, in denen sie ihre Zaubertränke gebraut hatte. Dieses Labor war natürlich viel technisierter, aber im Grunde gar nicht so anders. »Auf jeden Fall wird hier intensiv geforscht«, sagte Lockwood. »Wir sehen lauter laufende Experimente«, fragt sich nur, »wo ist das Personal?« »Anscheinend findet nebenan etwas Interessanteres statt«, brummte Kipps. Womit er höchstwahrscheinlich recht hatte, so dass wir das Labor mit all seinen schreckenerregenden Wundern links liegen ließen und auf die Trennwand am anderen Ende zuging. Plötzlich blieb George stehen und beugte sich über einen Tisch. »Na endlich«, rief er aus, »danach habe ich die ganze Zeit gesucht.« Holly lugte in den Silberglasbehälter auf dem Tisch. »Nach einem morschen Beckenknochen? Quatsch! Nach Zigarettenstummel natürlich!« Er schwenkte eine Glasschale, die jemand als Aschenbecher zweckentfremdet hatte, und schnupperte daran. »Riecht unverwechselbar nach angebranntem Toast mit Karamell. Das sind persisch Milchstummel. Die gleichen haben wir unter dem Kaufhaus Eckmir gefunden. Damit wäre bewiesen, dass auch hier unsere Freunde aus Chelsea zugange sind.« »Wenn du dich schon darüber so freust«, sagte Kipps mit gedämpfter Stimme, »dann schau doch mal hier rein.« Von Namen erkannte man, dass die Trennwand den Raum genau in der Mitte teilte. Die Hälfte hinter dem bogenförmigen Durchgang war das Spiegelbild der vorderen, nur das von dort aus ein röhrenartiger Gang in ein anderes Gebäude führte. Auch hier waren in der Mitte drei lange Tische aufgestellt, doch das Anderlicht, das von ihnen ausging, flackerte nicht vom strudelnden Plasma gefolterter Geister, sondern leuchtete matt und gleichmäßig. Es kam von lauter auf den Tischen ordentlich gestapelten und aufgereihten Gegenständen, Kartons, Dosen und Feuerwaffen und noch anderen, ausgefalleneren Dingen. »Ein Waffenlacher«, flüsterte Lockwood. »Hast du schon mal so riesige Leuchtbomben gesehen, Kipps?« Kipps hatte seine Bergkristallbrille in die Stirn geschoben und sah sich staunend um. »Damals im East End haben wir auch ganz schöne Kracher eingesetzt, aber die hier sind noch größer.« George pfiff wieder durch die Zähne. »Cool! Was die wohl anrichten, wenn sie hochgehen? Die Dinger sind ja so groß wie Kokosnüsse. Bestimmt fliegt davon das ganze Dorf weg!« »Bestimmt fliegt davon das ganze Dorf weg!« Wir wanderten zwischen den Tischen hindurch, öffneten Kartons und späten in Tüten. Professionelle Wissbegier hatte uns gepackt. Es handelte sich eindeutig um Agentenausrüstung, aber Waffen wie diese hatten wir noch nie gesehen. »Diese Gewehre können Sprengkapseln mit Eisenspänen und Salz drin abfeuern«, sagte Lockwood. »So was hätten wir in Ehling gut gebrauchen können, aber was soll das hier sein?« Er war vor einem Metallständer mit einer besonders ungewöhnlichen Waffe stehen geblieben. Sie bestand aus einem schwarzen Schaft und einem langen Lauf und gleich vor dem Abzug war mit Eisenschellen eine Silberglaskugel am Magazin befestigt. In der Kugel, die schwach leuchtete, lagen ein paar kleine Knochen. »Im Grunde ist es eine konventionelle Schrotflinte«, schlussfolgerte Lockwood. »Aber sie wurde umgebaut. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, wenn man sie abfeuert, kommt ein Geist herausgeflogen.« Er schüttelte den Kopf. »Echt krass. Ich vermute mal, dass die B-Büb so etwas nicht belegen würde.« »Bestimmt nicht«, sagte ich und betrachtete ein Tablett mit lauter kurzen Rundhölzern. Sie sahen wie Staffelstäbe aus und hatten an einem Ende ebenfalls eine Glaskugel. Die B-Büb würde überhaupt nichts von dem billigen, was hier lagert. Ich nahm einen Stab vom Tablett und hielt ihn den anderen hin. In der Kugel strudelte übernatürliches Licht. »Kommt euch das irgendwie bekannt vor?« Meine Kollegen antworteten nicht, sondern glotzten den Stab nur mit offenem Mund an, was ich als Zustimmung interpretierte. Bei der Agentenparade im vergangenen Herbst hatten zwei Bewaffnete den Festwagen überfallen, auf dem Penelope Fitz und Steve Rodville mitgefahren waren. Einer von ihnen hatte auf Mrs. Fitz geschossen, aber zu Beginn des Attentats hatte es Geisterbomben wie diese hier gehagelt. Als die Glaskugeln zerbrochen waren, schlüpften Geister heraus und stürzten sich auf die Teilnehmer und Zuschauer der Parade, aber wer die Stäbe geworfen hatte, war nie aufgeklärt worden. Bis heute. Lockwood fasste sich als erster. »Das, das ist ja interessant.« »Aber dann kann Mr. Rodville nicht dahinter stecken«, wandte Holly ein, »denn die Attentäter wollten ihn doch damals auch umbringen.« »Meinst du?« entgegnete ich. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie die Waffen auf ihn gerichtet hätten. Und geschossen haben sie auf Penelope Fitz.« »Unsinn, Mr. Rodville hat sich verteidigt, er hat sogar einen der Attentäter erstochen.« »Ja, das hat er«, stimmte Lockwood zu und wurde hinterher als großer Held gefeiert, obwohl wir, Mrs. Fitz, das Leben gerettet und seinen Plan damit durchkreuzt haben. Er stand in jedem Fall auf der Gewinnerseite. »Ich weiß ja, dass Rodville die Agentur Fitz zum Teufel wünscht«, sagte Kipps, »aber dass er so weit geht, hätte ich nicht gedacht.« »Das kann ich nicht glauben.« Holly hatte Tränen in den Augen. »Ich habe für ihn gearbeitet.« »Okay, genug gesehen«, sagte Kipps grimmig. »Wir müssen hier verschwinden, ein Telefon finden, die B-Büb anrufen und endlich Barnes verständigen.« »Noch nicht«, sagte Lockwood. »Spinnst du? Das sind eindeutige Beweise.« »Und was unternimmt die B-Büb dann deiner Meinung nach? Sie stürmen garantiert nicht einfach eins von Rodvilles Laboren. Selbst wenn sie uns Glauben schenken, was ich für sehr fraglich halte, würden sie erst mal ihre Zeit damit verplempern, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse zu beantragen und sich mit ihren Anwälten zu beraten. Bis sie hier einen Fuß über die Schwelle setzen, ist das ganze Zeug längst weg.« Kipps haute wütend mit der Faust auf den Tisch. »Und was schlägst du stattdessen vor? Sollen wir so lange hier herumspazieren, bis Rodville uns entdeckt und uns seine Geisterbomben in den Rachen rammt?« »Es gibt nur noch ein Gebäude, zu dem ich gern hinspazieren würde«, gab Lockwood zurück. Und zwar das Hauptgebäude. »Wir müssen unbedingt herausfinden, was sich dort abspielt. Und ich weiß auch, wie wir ungesehen hinkommen.« Seine Augen leuchteten und er deutete über die Schulter auf die Einmündung des mit Planen verhängten Verbindungsganges. »Ich stimme dir zu, dass dort drüben das entscheidende Geschehen stattfindet und das garantiert, die gesamte Belegschaft dort versammelt ist, hielt Kipps dagegen. Dort einzudringen wäre glatter Selbstmord. Wir haben getan, was wir konnten.« Er blickte in die Runde. »Bin ich denn der Einzige, der so denkt?« Niemand antwortete ihm. Wir waren Lockwood gegenüber loyal genug, um ihm nicht in den Rücken zu fallen, auch wenn Kipps Argumente nicht von der Hand zu weisen waren. »Anderer Vorschlag, noch einfacher.« Kipps griff sich einen Geisterstab. »Wir nehmen eins dieser Schätzchen als Beweisstück mit und halten es Barnes unter den Schnurrbart, damit nicht mal er behaupten kann, dass wir Schwachsinn erzählen. Das wird die Einsatzwagen der Bibüb hundertprozentig von der Leine lassen. Das verspreche ich euch.« Doch Lockwood schüttelte den Kopf. »Abgelehnt. Eine Gelegenheit wie diese kommt nicht wieder. Wir dürfen sie uns nicht entgehen lassen. Die Stäbe hier sind gar nichts, verglichen mit dem, was uns am Ende dieses Ganges erwartet. Das weißt du genauso gut wie ich. Und jetzt lass uns nicht länger hier herumtrödeln und, was ich weiß, fiel ihm Kipps ins Wort, ist, dass ihr die Befriedigung deiner Neugier wichtiger ist als die Sicherheit deines Teams. Von mir aus kannst du gern dein eigenes Leben aufs Spiel setzen, aber nicht das von Holly und Lucy. Legst du es wirklich drauf an, demnächst noch mehr Leute auf dem Gewissen zu haben?« »Einen Augenblick lang hatte es den Anschein, als sei Kipps zu weit gegangen. Lockwoods mit Schuhcreme bepinseltes Gesicht war ausdruckslos. Er machte einen Schritt auf Kipps zu, doch dann schaltete sich seine emotionale Notbremse ein und er gewann die Beherrschung zurück. »Du hast recht«, sagte er leise. »Das kann ich nicht leugnen. Ich habe nicht richtig nachgedacht.« Er holte tief Luft. »Gut.« »Dann gehen wir eben folgendermaßen vor. Ihr steckt den Stab ein und geht damit zur Baby, wie Kipps vorgeschlagen hat. Wir müssen Barnes wirklich hinzuziehen.« Ich bleibe hier und werfe einen Blick in das Hauptgebäude. »Nein, George, keine Widerrede.« »Wenn Sie mich erwischen, lenke ich Sie so lange ab, bis ihr das Gebäude verlassen habt. Das wär's. Ab mit euch.« Die Situation hätte seine Autorität auf eine entscheidende Probe stellen können, denn Holly, George und ich hatten alle drei schon den Mund aufgemacht, um gegen seine Entscheidung zu protestieren. Doch im selben Augenblick hörten wir es scheppern, und eine übernatürliche Druckwelle fegte durch den Verbindungsgang. Sie traf uns von hinten und war so stark, dass ich eine Gänsehaut bekam, und sie brachte Stimmen und das Geräusch eiliger Schritte mit sich. Wenn man einen Streit rasch beenden will, gibt es nichts Besseres als eine unmittelbar drohende Gefahr. Wir gingen sofort in Deckung. Lockwood huschte geduckt los, rollte sich blitzschnell über einen der Gänge und kauerte sich unter das hintere Ende eines Tisches. Kipps und Holly verschwanden in die gleiche Richtung, George in die entgegengesetzte. Ich warf mich unter den nächstbesten Tisch, schlängelte mich zwischen irgendwelchen Kartons hindurch und kroch vorsichtig weiter, als auch schon zwei Paar Arbeitsschuhe hereinkamen und an mir vorbeistapften. Ich warf einen Blick über die Schulter und sah zwischen den metallenen Tischbeinen ein Mann und eine Frau. Beide waren mittleren Alters und hatten dicke Schutzbrillen in die Stirn geschoben. Auf ihren weißen Laborkitteln prangte der rottwelsche Löwe. »Wie lange noch?« fragte die Frau und ging zum nächsten Tisch weiter. »Höchstens zehn Minuten. Er ist jetzt schon zwanzig Minuten weg, und bis jetzt ist er immer spätestens nach einer halben Stunde wieder zurückgekommen.« »Dann beeilen wir uns lieber.« Sie gingen zu der Trennwand hinüber und verschwanden im Labor. Ich drehte mich instinktiv wieder um. Lockwood war unter das andere Ende meines Tisches gehuscht und hockte mir gegenüber. Sein Haar war zerzaust, die Schuhcreme auf seinem Gesicht verschmiert, aber Augen und Mund strahlten. Er suchte kurz meinen Blick, dann winkte er mir zum Abschied zu. Und schon war er weg, in dem Verbindungsgang verschwunden. Als ich mich umsah, erblickte ich Holly, die sich unter dem hintersten Tisch auf den Bauch geworfen hatte. Kips war ganz in meiner Nähe, wie eine Buchstütze zwischen zwei Ständer mit Salzgewehren gezwängt, und in der gegenüberliegenden Ecke erspähte ich entweder die größte Salzbombe der Welt oder Georges Hintern, der hinter einer Kiste mit griechischem Feuer hervorragte. Jetzt tauchte auch sein bebrilltes Gesicht auf und schaute zu mir herüber. Die drei wurden auch ohne mich klarkommen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, was ich damit sagen will. Es war mal wieder einer dieser Momente, einer dieser großen, spontan, eher intuitiven als vernunftgesteuerten Momente, einer der Momente, die uns zu dem Menschen machen, der wir sind. Ich sprang auf und flitzte hinter Lockwood her. Draußen hatte der Wind aufgefrischt, die Plane des Laufgangs schlug knatternd gegen die seitlichen Metallstreben und hing von oben in schlaffen Ausbuchtungen herab. Der Gang zog sich in einer einzigen langen Kurve, es roch nach Salz und Eisenspänen. Aber er führte direkt ins Zentrum der Anlage. Dort erwartete mich eine zweiflügelige Tür aus dicken Eisenplatten. Eine Schranke gegen das Übernatürliche, so wie die Tür zu Jessicas Zimmer in der Portland Row. Lockwood stand davor, hatte sein Degen gezogen und wollte die Tür offenbar gerade aufdrücken. Mit einem Satz war ich neben ihm. Als er mich erblickte, stieß er einen leisen Fluch aus und sagte ärgerlich »Was willst du denn hier? Hab ich nicht gesagt, du sollst das Gelände verlassen?« »Du vergisst wohl, dass ich nicht mehr deine Angestellte bin«, konterte ich. »Ich muss deine Anweisungen nicht befolgen. Du hast deine Methoden und ich meine, das solltest du doch inzwischen mitgekriegt haben.« Ich schenkte ihm mein schönstes Carlyle grenzen. »Verdammt, ja, allerdings«, er zuckte die Achseln, doch dann huschte ein breites Lächeln über sein Gesicht. Die Neugier auf das, was wir gleich zu sehen bekommen würden, ließ seinen Unmut verfliegen. »Leider kann ich nicht durch Türen schauen, also müssen wir volles Risiko gehen. Sieh dein Degen!« Wir hatten Glück, denn als wir die Tür einen Spalt aufdrückten und das übernatürliche Kraftfeld uns fast den Atem raubte, erblickten wir weder grässliche Geister noch Rodville-Mitarbeiter, sondern nur jede Menge Leere zu stapeln aufgetummte Holzkisten. Salz und Eisenspäne waren herausgerieselt und bildeten auf dem Fußboden kegelförmige Häufchen. Über dem Ganzen wölbte sich ein hohes Dach, das in fahles Licht getaucht war. Wir waren am Ziel. Das hartnäckige Surren in meinem Kopf, das mich schon seit unserem Eintreffen im Gasthof geplagt hatte, wurde jetzt so heftig, dass ich mich einen Augenblick benommen an die Wand lehnen musste. Dann stieß Lockwood die Tür noch weiter auf, und wir bahnten uns einen Weg durch das Kistenlabyrinth, bis wir bei den vordersten Stapeln angekommen waren. Der Durchgang dazwischen war nur sehr schmal, doch dahinter erstreckte sich eine große, helle und belebte Fläche. Wir blieben hinter den Kisten stehen und sahen uns um. Wahnsinn, war alles, was ich herausbrachte. Lockwood hatte aus seinem Mantel die dunkle Brille zutage gefördert, die er nur aufsetzte, wenn ein Todesschein besonders gleißend oder das übernatürliche Licht besonders grell war, und klappte die Bügel so energisch auf, zack, zack, als wären es zwei Messerklingen. Er war sichtlich in Hochstimmung. In seinem Gesicht leuchtete die vorbehaltlose Entschlossenheit, die ihm Kipps eben noch vorgeworfen hatte und die auch Steve Rodville nicht entgangen war und die mich seit unserer ersten Begegnung immer wieder umhaute. Eine Entschlossenheit, die ihn bis hierher geführt hatte. »Da ist es«, sagte er. »Das, wonach wir die ganze Zeit gesucht haben.« Mit leisem, triumphierendem Lachen, setzte er die Brille auf. Brille auf. Wie soll ich beschreiben, was wir in der riesigen Halle vorfanden, dem Herzstück des ganzen Instituts? Es fällt mir schwer, denn auch damals konnten wir erst einmal nur vermuten, was wir da gerade sahen. Zunächst einmal war der Raum, abgesehen von den Kisten, so gut wie leer. Nackte Wellblechwände unter dem hohen Dach, matte Lampen. Als würde man in einer riesigen Kirchenruine stehen und in das verlassene Kirchenschiff blicken. Ein Laufgang wie der, durch den wir gekommen waren, mündete in die Wand zu unserer Rechten. Ganz hinten erkannte ich undeutlich das große Tor, das wir schon von draußen gesehen hatten, das weit offene Tor, hinter dem die dunkle Nacht lag. Undeutlich, weil die Fläche vor uns zwar leer war, aber etwas in ihrer Mitte die Sicht trübte. Dort, wo wir standen, gab es ein aus Brettern gezimmertes, niedriges Podest. Sonst bestand der Untergrund nur aus nackter, schwarzer Erde. Alles Gras war längst verdorrt, der harte Boden war mit Knochenresten durchsetzt. Hier hatte die historische Schlacht stattgefunden, und genau deshalb hatte man das Hauptgebäude an dieser Stelle errichtet. Das Institut machte sich die übernatürliche Aufladung des Ortes zunutze. In der Mitte der leeren Fläche bildeten Eisenketten einen großen Kreis, größer als jeder Bannkreis, den ich je gesehen hatte. Er hatte einen Durchmesser von gut vier Metern, und auch die Ketten selbst waren gewaltig. Sie glichen jenen, mit denen die Schiffe in den Londoner Docks festgemacht waren, und wogen bestimmt eine Tonne. Der Grund für diese Menge an Eisen war ganz offensichtlich. Die Besucher innerhalb des Bannkreises, und es waren sehr viele Besucher. Es mochte an der hemmenden Wirkung der Ketten liegen, dass sie sich nur als mattgraue Umrisse manifestierten, die einander überlagerten und hin- und herwogten wie ein Schwarm Fische in einem zu kleinen Becken. Obwohl sie so durchscheinend waren, begriff ich sofort, dass es sich nicht um Schemen waberer oder andere relativ harmlose Geister vom Typ 1 handelte. Nein, das hier waren mächtige Wesenheiten. Es war ihre geballte übernatürliche Energie, die ich seit unserer Ankunft in Oldbury Castle spürte. Ihre Quellen waren in dem Kreis auf einen Haufen geworfen worden und unter den ruhelos hin- und herzuckenden Gestalten gerade noch zu erkennen. Das mussten die Artefakte sein, die aus der Entsorgungsanstalt herausgeschmuggelt und auf dem Schwarzmarkt verkauft worden waren. Man hatte sie aus ihren Schutzbehältern geholt und in diesem Bannkreis aufgehäuft, um eine multiple Quelle von unvorstellbarer Kraft zu erschaffen. Auch den Schädel, vermutete ich dort, konnte ihn aber nicht entdecken, denn alles, was sich innerhalb des Kreises befand, war eigenartig verschwommen, als hätte es seine Festigkeit eingebüßt, sobald es hineingelegt worden war. Fast hatte man den Eindruck, als stiege in der Mitte des Raumes eine dicke Dampfsäule auf, doch auch diese Beschreibung wäre zu eindeutig. Es war eher so, als würde der Blick getrübt, sobald man genauer hinsah. Man hatte das Bedürfnis, sich die Augen zu reiben, aber noch stärker war der Drang, einfach wieder wegzuschauen. »Was haben diese Idioten da bloß angestellt?« sagte ich halblaut. »Was bezwecken Sie damit?« Lockwood tippte mir auf den Arm. »Sieh dir die Kette hier vorn mal an, Luz. Das ist der Knackpunkt.« Dicht vor unserem Podest war ein Metallstab in die Erde gerammt, an dem ungefähr in Höhe meiner Schulter eine weitere mitteldicke Eisenkette befestigt war. Sie führte, ohne durchzuhängen, von dem Stab direkt in den Bannkreis hinein und zwischen den aufgetürmten Quellen hindurch. Wegen der eigentümlichen Lichtverhältnisse war nicht zu erkennen, wo sie aufhörte. Bestimmt war das andere Ende irgendwo befestigt, aber wo oder woran, konnte ich nicht sagen. Auf jeden Fall hielt diese Kette die Besucher im Bannkreis einigermaßen in Schach, denn rechts und links davon war die Luft zwar dunstig, aber völlig geisterfrei. Dass es mit dieser Kette eine besondere Bewandtnis hatte, war auch daran zu erkennen, dass sich die anwesenden Mitarbeiter des Rodville-Instituts, es waren insgesamt zwölf, um den Metallpfosten versammelt hatten. Manche hielten Klemmbretter in den Händen und trugen Laborkittel, so wie der Mann und die Frau, die durch das Waffenlager gegangen waren, andere hatten dicke Schutzanzüge, Helme und übergroße Handschuhe angelegt. Auch der nichtssagende Mr. Johnson war dabei, selbstverständlich ebenfalls mit Klemmbrett, lief aufgeregt hin und her, sah sich die Aufzeichnungen seiner Kollegen an und warf immer wieder einen Blick auf die Stoppuhr in seiner Hand. Steve Rodville war ebenfalls anwesend, auch er trug Schutzkleidung, war aber an seiner stattlichen Statur, dem blitzenden Degen und den auf Hochglanz polierten Schuhen sofort zu erkennen. Allerdings stand er ein Stück abseits und trank aus einer versilberten Thermosflasche. Alle schienen auf etwas zu warten. »In dem Kreis ist jemand«, raunte mir Lockwood ins Ohr. »Wer denn? Siehst du ihn? Nicht bei diesem Licht.« »Aber offenbar kann man dank der waagerecht gespannten Kette den Kreis betreten, ohne dass einem die Geister etwas antun.« Er biss sich auf die Lippe. »Ich glaube aber nicht, dass dies als Schutz schon ausreicht. Wer auch immer da drin ist, muss noch andere Vorkehrungen getroffen haben.« »Und was macht er dort?« »Das wird sich gleich zeigen.« »Du hast ja gehört, was die beiden vorhin gesagt haben. Es muss gleich losgehen.« Wie zur Bestätigung flog hinter uns die Tür zum Waffenlager auf, und der Mann und die Frau von vorhin eilten zu ihren Kollegen. Fast im selben Augenblick schrillte Mr. Johnsons Stoppuhrblechern los. Ich zuckte heftig zusammen, aber da wirkte er das Schrillen auch schon ab. Alle beobachteten gebannt und reglos die an dem Pfosten befestigte Kette. Nichts tat sich. Steve Rodville nahm noch einen Schluck aus seiner Thermosflasche. Ein Ruck ging durch die Kette. Als hätten sie alle einen Stromschlag bekommen, erwachte die Rodville-Mannschaft plötzlich zum Leben. Die Wissenschaftler zückten Salzkanonen, wuchteten sich Druckluftbehälter auf den Rücken und stellten sich in einem großen Halbkreis um den Pfosten herum auf. Inzwischen ruckte die Kette heftiger. Die Geister im Kreis gerieten in Aufruhr und huschten aufgescheucht durcheinander. Dann wichen sie plötzlich alle gleichzeitig von der Kette zurück. In der Dunstsäule in der Mitte des Kreises erschien ein schwankender Schatten. Erst war er nur schwach zu erkennen, dann wurde er dunkler und immer größer. Die ungeschlachte Gestalt bewegte sich halb tappend, halb torkelnd fort, um ihren unförmigen Kopf züngelten Flammen. Das Wesen kam immer näher, hangelte sich eine Hand nach der anderen an der waagrechten Kette entlang und das übernatürliche Surren verstummte mit einem Mal. Der Schatten ließ sich davon nicht beirren, sondern näherte sich dem Rand des Bannkreises. Lockwood schnappte nach Luft, mir entschlüpfte unwillkürlich ein leiser Schrei. Dann war die Gestalt auf einmal nicht mehr zu sehen. Doch im nächsten Augenblick stapfte das flammende Phantom, begleitet von je aufbrandendem Lärm und donnernden Flammen über die dicken Ketten auf dem Boden hinweg. Weg. In diesen ersten Sekunden war die Gestalt kaum zu erkennen. Fahles, mattgoldnes Feuer umspielte sie, loderte von ihrem glatten Rumpf auf und schlug züngelnd und knisternd über ihrem Haupt zusammen wie eine lebendige Krone. Darunter war sie von oben bis unten mit einer dicken, blau-geederten Eisschicht überzogen, und zu meinem Entsetzen schien sie kein Gesicht zu haben, nur zwei schmale Augenschlitze. Sie war riesig, einen Kopf größer noch als die Rodville-Mitarbeiter, die jetzt mit ihren Salzkanonen auf sie zutraten und sie von allen Seiten besprühten, sodass sie in Wolken aus tosendem Dampf gehüllt war. Gelenke quietschten und knirschten, als sich das Wesen weiter an der Kette entlang hangelte. Eisstücke fielen von ihm ab und zerschellten auf dem Boden, die Flammen wurden kleiner und erstarben. Nun sah man, dass die Gliedmaßen unter dem Eis aus einzelnen Eisenplatten bestanden, die durch Bolzen und Scharniere miteinander verbunden waren. Die Füße, die monströsen Finger, alles war in Metall verpackt. Konzentrische Eisenbänder umspannten den Unterleib, während vor der Brust gewaltige ovale Platten saßen, in deren Zwischenräumen die Glieder eines Kettenhemdes zu erkennen waren. Der Kopf steckte in einem unförmigen Helm, der mit Nieten am Nackenpanzer befestigt war und abgesehen von den Augenschlitzen keine anderen Details aufwies. Wie die ganze Rüstung war der Helm hässlich, plump und auf brutale Art zweckmäßig. Unweit des Pfostens kam die brennende Gestalt schwankend zum Stehen. Ein Transportwagen wurde herangefahren und die Labormitarbeitern ihrer Schutzkleidung legten los. Hände in dicken Handschuhen ließen Riegel aufschnappen und öffneten schließen. An der Vorderseite des Helms sprang ein Visier auf und ein leichenblasses Gesicht erschien. Bis zu diesem Augenblick war ich mir noch nicht sicher gewesen, doch jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Vor uns stand das flammende Phantom, die Gestalt aus Feuer und Rauch, die wir auf dem Friedhof beobachtet hatten. Und sie war kein Geisterwesen, sondern ein Mensch, ein ganz gewöhnlicher, lebendiger Mensch in einem Eisenpanzer. Noch dazu einer, am Ende seiner Kraft, wankend und kurz von dem Umfallen. Laboranten wuselten um ihn herum wie Ameisen um ihre verwundete Königin, hielten seine gewaltigen Metallarme, stützten ihn von allen Seiten. In qualvoll ruckartiger Zeitlupe ließ er sich auf dem Transportwagen nieder. Elektromotoren surrten, der Wagen fuhr durch den Laufgang davon, die Institutsangestellten eilten hinterher. Steve Rodville hatte die ganze Zeit abseits gestanden und die Prozedur ungerührt beobachtet. Jetzt schraubte er seine Thermosflasche wieder zu, rieb sich die Nase und folgte seinen Untergebenen mit langen Schritten. Die Tür des Laufgangs schlug zu, die Halle war wieder leer. Die ganze Zeit über hatte ich stocksteif dagestanden, und es war, als hätte ich vergessen, wie man spricht. Du Lockwood, brachte ich heise heraus. Der Mann in dem Eisenpanzer? Glaubst du wirklich? Er schüttelte den Kopf. Später. Hast du deinen Geisterumhang dabei? Ja, leg ihn um. Ich öffnete meine Tasche und tat wie geheißen. Auch Lockwood entfaltete sein. Ungeschützt gehe ich noch nicht mal in die Nähe dieses Kreises, sagte er. Aber das hier ist unsere einzige Chance, uns anzuschauen, was da los ist. Wir verließen unsere Deckung und näherten uns der Mitte des Raumes. Die grauen Schemen hinter den Ketten schwebten in ihrer milchigen Dunstsäule hin und her, der übernatürliche Lärm hämmerte in meinem Kopf. Es war eisig kalt. Wir zogen unsere Handschuhe an. Selbst aus der Nähe war es unmöglich, auszumachen, wo das andere Ende der gespannten Kette hinführte, denn es war, als läge ein Nebel über dem Kreis, der die Kette einfach verschluckte. Ein Mann betritt den Bannkreis, überlegte Lockwood halblaut. Er legt einen Schutzpanzer an und begibt sich mitten in diese gewaltige multiple Quelle. Aber was macht er dann? Was findet er dort vor? Erinnerst du dich noch an Georges Hosenbodengleichnis, fragte ich. Dass Quellen Orte sind, an denen das Gewebe der Welt fadenscheinig geworden ist. Er meinte, dass man nur genug Quellen zusammenpacken muss, um ein Fenster zur anderen Seite zu erschaffen. Wenn das stimmt, muss das hier ein riesengroßes Fenster sein. Die Rodville-Leute wollen wissen, was auf ... Doch diese Vorstellung war so ungeheuerlich, so bedrohlich, dass ich den Satz nicht zu Ende brachte. Lockwood betrachtete den Kreis gelassen. Ja, falls es tatsächlich nur ein Fenster ist. Er fügte noch etwas an, aber das bekam ich nicht mehr mit, denn in dem grässlichen, übernatürlichen Surren hörte ich plötzlich meinen Namen. Hörte ich plötzlich meinen Namen. »Lucy!« »Der Schädel«, rief ich aus, »ich höre ihn!« Ich trat noch näher an den Bandkreis heran und musterte die wirbelnden Silhouetten darin. Welche der grauen, vorbeihuschenden Gestalten mochte er sein. »Bist du sicher, dass du ihn gehört hast?« Sogar Lockwood, dessen Gabe des Hörens gegen Null ging, nahm jetzt das bösartige Geräusch wahr, das aus dem Kreis drang. Offengestanden wunderte ich mich selbst darüber, wie ich diese eine Stimme deutlich heraushören konnte, und doch, da war sie wieder. »Lucy!« Ich zuckte die Achseln. »Ich glaube, meine übersinnlichen Fähigkeiten werden immer stärker. Womöglich bin ich über irgendeine besondere Wellenlänge mit ihm verbunden.« »Das wäre eine Erklärung«, sagte die Stimme. »Die andere wäre die, dass ich direkt neben dir bin.« Ich sah mich verdutzt um. An der Wand links von mir stapelten sich leere Silberglasbehälter, offene Geistergläser und anderes Verpackungsmaterial und ein noch verschlossenes Gefäß, das mir ausgesprochen bekannt vorkam. Es lag auf dem Boden, als hätte man es achtlos beiseite geworfen, sodass die abstoßende, durchscheinende Fratze darin auf der Seite lag. Sie blähte die Nasenflügel und starrte mich mit ihren Glubschaugen an. »Ja, ich weiß«, sagte der Geist mörrisch, »jede popelige Quelle weit und breit liegt in diesem Kreis. Nur mich haben sie übersehen. Blutverschmierte Taschentücher, Socken, falsche Zähne, Morsche Schrecke, egal was, alles ist dort drin gelandet. Sogar eine Hand voll heimgesuchter Knöpfe haben sie hineingeworfen, aber ich war ihnen die Mühe nicht wert.« »Schädel«, ich lief zu dem Glas und stellte es aufrecht hin. Der Deckel war zerkratzt und am Rand gesplittert. »Was haben sie dir angetan?« Ich räusperte mich und schob mit finsterer Miene rasch hinterher, nicht, dass es mich interessieren würde. »Ich muss zugeben, dass ich ebenfalls erstaunt bin, dich hier zu sehen«, erwiderte der Schädel. »Wobei ich natürlich damit gerechnet habe, dass du nach mir suchst. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass du genug Grips hast, mich auch zu finden.« »Das ist reiner Zufall. Wir sind auf einem Einsatz hier, der nichts mit dir zu tun hat. Aber wo du jetzt schon mal da bist«, ich setzte meinen Rucksack ab und machte Platz darin. »Trotzdem verstehe ich nicht, warum du verschmäht wurdest. Schließlich bist du ein Typ drei.« »Das ist diesen Vollidioten anscheinend entgangen.« Der Geist beherrschte seine Empörung nur mit Mühe. »Außerdem haben sie den Deckel von meinem Glas nicht aufgekriegt. Er ist offenbar festgerüstet oder so. Sie haben es mit aller Gewalt versucht, als wäre ich ein Glas saure Gurken, aber dann haben sie die Geduld verloren. Wie oberpeinlich. Sogar der olle Mumienkopf, den wir neulich gefunden haben, ist mit reingeflogen. Und auch der Geist der Hexe ist da drin und dreht sich kreischend im Kreis, nur ich nicht.« »Aber was hast du da eigentlich an? Du siehst ja wie eine gestopfte Gans aus.« »Einen Geisterumhang. Und jetzt halt die Klappe.« Ich war damit beschäftigt, das Glas in den Rucksack zu buxieren und warf dabei einen flüchtigen Blick über die Schulter. Lockwood stand immer noch dicht vor dem Kreis und betrachtete die Stelle, an der die gespannte Kette in der Dunstsäule verschwand. »Ich hab den Schädel gefunden«, rief ich ihm zu. »Lass uns hier verschwinden.« »Gleich«, er starrte weiter in den strudelnden Dunst und befühlte dabei geistesabwesend die Federn auf seinem Umhang. »Wie ich sehe, hast du Lockwood als Kanonenfutter mitgenommen,« sagte der Schädel. »Ganz schön pfiffig. Dann lass uns doch die Gelegenheit nutzen und abhauen, solange er abgelenkt ist.« Ich zuckte zusammen. War gerade aus dem Laufgang, in dem die Rodwell-Leute verschwunden waren, ein Geräusch gekommen. »Lockwood«, sagte ich, »wir müssen jetzt wirklich los.« »Lass ihn doch. Du machst dir viel zu viele Gedanken um ihn schon immer. Er ist schließlich austauschbar. Hey, wenn du die Augen zumachst oder das Licht ausknipst, könnte auch ich Lockwood sein.« Diese Bemerkung würdigte ich keine Antwort. Ich war beunruhigt. Lockwoods Blick war seltsam verträumt. Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen, ein Gesichtsausdruck, der mir gar nicht gefiel. Seine Augen hatten wieder das gleiche Leuchten, das mir schon aufgefallen war, als er sich mit Kipps gestritten hatte, als würde er in weite Ferne blicken. Auf jeden Fall bekam er nicht mehr richtig mit, was um ihn herum vorging, denn ich hatte mich leider nicht verhört. Aus dem Laufgang drangen Geräusche. Ich ließ meinen Rucksack stehen, war mit ein paar Schritten bei Lockwood und packte ihn am Arm. »Wach auf«, sagte ich, »Sie kommen zurück«, er blinzelte. »Was? Ja, klar, wir gehen ja schon am besten wieder durchs Lapp.« Doch der Weg, den wir gekommen waren, war uns versperrt, denn auch hinter den Kisten waren jetzt Geräusche zu vernehmen. Eine Tür öffnete sich quietschend. Die Geräusche aus dem Laufgang waren Schritte, Stimmen und das Summen des elektrischen Transportwagens. Ich zog Lockwood wieder am Ärmel. »Wir müssten durch das Tor fliehen!« Lockwood wieder am Ärmel. »Wir müssten durch das Tor fliehen!« Doch ich hatte die Rechnung ohne die Rotville-Agenten gemacht, die sich draußen vor dem Hauptgebäude aufhielten. Als wir um den Kreis herumgelaufen waren, erblickten wir sie. Sie standen immer noch dort. Rasch kehrten wir um. »Wir sitzen in der Falle«, stöhnte ich, »und können nirgendwo mehr hin.« »Nirgendwo«, wiederholte der Schädel in meinem offenen Rucksack an der Wand. »Da hast du ausnahmsweise mal recht. Nirgendwo ist die einzige Möglichkeit, die euch bleibt.« »Was soll das heißen?« Dann ging mir ein Licht auf. »Ach so? Nein, kommt nicht in Frage. Dann freu dich schon mal auf Mr. Rotville.« Ich gab mir einen Ruck. »Sag mal, Lockwood, diese Geisterumhänge, was halten die wohl aus?« Doch er hatte bereits den gleichen Gedanken gehabt, und ich stellte erschrocken fest, dass er ihm offenbar gefiel. Er hatte sich bereits zu dem Bandkreis umgedreht. »Los, los«, sagte er. »Mir nach!« »Ich muss noch meinen Rucksack holen, da ist der Schädel drin. Zu spät. Halt dich an der Kette fest und folge mir. Und auf keinen Fall loslassen. Oh Gott, nein!« Ich war Lockwood schon in unzählige heimgesuchte Räume gefolgt. Wir waren auch schon zusammen von hohen Gebäuden gesprungen. Doch die paar Schritte auf diesen Kreis zu mit seiner übernatürlichen Eiseskälte, die mir entgegenschlug, und den grauen Gestalten, die sich immer wilder im Kreis treten, als wollten sie uns willkommen heißen, das war der schwierigste Vertrauensbeweis, den ich in meinem ganzen Leben erbringen musste. Ich packte die gespannte Kette und zog den Geisterumhang eng zusammen. Hinter uns ertönten schon die Stimmen der Rotville-Mitarbeiter, die jetzt die Halle betraten. Der übernatürliche Lärm der Geister umtoste mich wie ein Orkan, und die Kette war so kalt, dass ich es sogar durch die Handschuhe spürte. Hand über Hand, immer weiter hangeln, näher, noch näher, und mit einem großen Schritt über die wuchtigen schwarzen Ketten auf dem Boden. Lockwood war schon im Nebeldunst verschwunden. »Wir sehen uns auf der anderen Seite!« wisperte der Schädel in meinem Kopf. »Ein Schritt, dann noch zwei.« Ich kniff die Augen fest zu. »Lucy«, sagte Lockwood, »ja?« »Du kannst die Augen wieder aufmachen. Ist alles in Ordnung?« »Ah, so würde ich es nicht unbedingt ausdrücken, aber wir sind erst mal in Sicherheit. Lass trotzdem auf keinen Fall die Kette los.« Ich öffnete die Augen. Das Erste, was ich sah, war Lockwood. Er stand so dicht vor mir, dass sich unsere Kapuzen fast berührten. Genau wie ich klammerte er sich mit aller Kraft an die eisernen Kettenglieder. Auf unseren Handschuhen bildete sich eine Eisschicht, mit der auch die ganze Kette überzogen war. Eiszapfen hingen daran herunter. Auch auf Lockwoods Umhang bildete sich eine Eiskruste. Kristalle wuchsen knisternd zwischen den glänzenden Federn, und ich hörte, dass mit meinem Umhang das Gleiche passierte. Komisch war nur, dass die Innenseite mollig warm war. Der Umhang hüllte mich in einen Kokon aus Wärme und Ruhe und hielt das Chaos ringsum von mir fern. Das Chaos. Wir standen im Zentrum eines gewaltigen Strudels aus Ektoplasma. Schemenhafte Gestalten wirbelten an uns vorbei, glitten dicht heran, wichen wieder zurück. Gekrümmte Finger streckten sich nach Lockwood aus, zerfielen zu Staub und wurden wieder von dem Mahlstrom aufgenommen. Der Boden unter uns war mit Quellen übersät, und nur die Schutzwirkung der Umhänge und die gespannte Eisenkette hielt die tobenden Geister ab. Die Umhänge dämpften sogar den Lärm. Um uns herum heulten und brabbelten geisterhafte Gesichter, trotzdem hörte ich sie kaum. Sonst hätte ich bestimmt den Verstand verloren. »Na, das ist ja mal lustig«, sagte Lockwood munter. »Eines muss man diesen Medizinmännern wirklich lassen, sie verstanden ihr Handwerk. Deshalb konnten sie auch in diese Geisterhütten gehen und lebendig wieder rauskommen. Diese Umhänge bestehen nur aus Federn und Silberösen, schützen aber genauso wirksam wie der Panzer des flammenden Phantoms. Eigentlich sind sie sogar noch besser, weil sie viel leichter sind. Zusammen mit der Kette wehren sie alle Gefahren ab, solange wir uns hier drin verstecken müssen.« Hinter ihm schob sich jetzt eine hünenhafte Gestalt aus dem Gewaber. Es war nur ein Umriss, der von anderen wirbelnden Gestalten halb verdeckt wurde, aber ich erkannte ihn sofort. Er streckte die gewaltige Pranke nach uns aus, wurde aber von dem erbarmungslosen Kraftstrom erfasst und weggerissen. Lockwood sah mein entsetztes Gesicht. »Hast du den alten Gappi erspät?« »Ja, der ist auch hier. Und ein paar andere Gruselgestalten auch. Wenn du heute Nacht gut schlafen willst, Luz, würde ich sie mir nicht ansehen. Konzentrier dich lieber auf mich und die Kette.« Die Kette führte etwa auf Schulterhöhe an Lockwood vorbei und verlor sich im Nebel. »Wo ist denn der andere Pfosten?« fragte ich. »Wo ist sie festgemacht?« »Anscheinend führt sie mitten durch den Kreis und auf der anderen Seite wieder hinaus.« »Gut so. Wir lassen Rod will genug Zeit, das zu erledigen, was er zu erledigen hat, und dann schleichen wir uns nach der einen oder der anderen Seite davon.« Ein vertrautes Gesicht zog mein Blick auf sich. Starr blickende schwarze Augen, wachsweißes Gesicht, wolkig umflossen von hellem Haar. Es schnellte aus dem Strudel heraus, funkelte mich böse an und zog sich wieder zurück. Der Schädel hatte also recht gehabt. Auch Emma Marchment, die Hexe, war hier. »Was glaubst du, wo wir eigentlich sind?« wandte ich mich wieder an Lockwood. Sein Gesicht war dicht vor meinem und der Späte mit zusammengeknifften Augen über meine Schulter, so wie er es immer tat, wenn er seine Gabe einsetzte. Wir stehen immer noch in dem Bandkreis. Da drüben ist hinter dem Nebel das offene Tor zu erkennen und gegenüber der Umriss der Kisten dort, wo wir reingekommen sind. Ich kann auch die Gläser und Behälter und deinen Rucksack mit dem Schädel sehen. Dass alles so blass und grau aussieht, ist nur eine optische Täuschung. Seine Stimme verklang. Eine optische Täuschung? Na klar, hervorgerufen von den zahllosen Quellen um uns herum. Wenn du meinst, tatsächlich konnte man die Umgebung des Bandkreises noch hinter dem wirbelnden Dunst ausmachen, wenn auch verschwommen und seltsam zweidimensional. Das Tor, die Kisten, der Metallpfosten, das Bretterpodest. Trotzdem, diese Kette machte mich echt fertig. Kennt ihr das, wenn ein Strohhalm in einem Glas Limo dort, wo er eintaucht, abzuknicken scheint? Das liegt an der Brechung, hatte mir George mal erklärt, und das Irre war, dass sich die Kette ganz genauso verhielt. Direkt neben uns führten ihre vereisten Glieder aus dem Kreis heraus. Man konnte ihr mit dem Blick bis zu dem Pfosten folgen, an dem der Gepanzerte zusammengeklappt war. Sie bildete eine schnurgerade Linie, das wusste ich, weil ich mich schließlich an ihr entlang gehangelt hatte, aber sie sah nicht so aus. Dort, wo sie in den Bandkreis mit den Quellen eintrat, schien sie seitlich abzuknicken und obendrein deutlich blasser zu werden. Warum war das so? Es beunruhigte mich. Und wo waren die Institutsmitarbeiter geblieben? Wir hatten doch gehört, wie sie hereinkamen. Nur deshalb standen wir doch hier mitten in dieser blöden Halle, an einer eiskalte Kette geklammert und von einer Schar zorniger Geister umzingelt. So sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte die Rodville-Leute weder sehen noch hören, was immerhin bedeutete, dass auch sie uns wahrscheinlich genauso wenig sehen und hören konnten. Dieser Gepanzerte, sagte ich. Glaubst du, das war das flammende Phantom, das wir auf dem Friedhof gesehen haben? Lockwood nickte. Ja, aber ich kann nicht behaupten, dass ich verstehe, was da vor sich geht, denn als wir ihn gesehen haben, war er so durchsichtig wie ein Geist. Er wirkte nicht greifbar, oder? War eigentlich kaum vorhanden. Wie passt das damit zusammen, dass er plötzlich in dieser Halle auftaucht? Wir sind meilenweit von Oldbury Castle entfernt. Ich kapier's einfach nicht. Ich auch nicht. Nur noch ein paar Minuten, setzte Lockwood hinzu. Da standen wir nun umbraust von wirbelnden Schreckensgestalten. Von wirbelnden Schreckensgestalten. Auf einmal überkam es mich. Ich musste mit ihm reden, sofort. Hör mal, Lockwood, dass ich gekündigt habe. Was ist damit? Das lag an dir. Er sah mich unter seiner eisbedeckten Kapuze hervor erstaunt an. Hä? Wieso das denn? Weil... Ich holte Tiefluft. Weil du andauernd für mich dein Leben riskierst. Andauern, stimmt doch, oder? Irgendwann wurde mir klar, dass ich dich in Gefahr bringe, wenn ich noch länger in der Agentur bleibe. Dann bin ich unter dem Graufhauseck mir diesem Geist begegnet. Er hat mir die Zukunft offenbart. Eine Zukunft, in der du um meinetwillen gestorben bist. Da habe ich begriffen, dass du dich irgendwann umbringen würdest. Und ich konnte es nicht ertragen, Lockwood. Ich konnte es einfach nicht. Und deswegen... Meine Stimme klang erstickt. Deswegen habe ich gekündigt. Nur deswegen. Weil es besser so ist. Nicht wegen Holly? Quatsch! Natürlich nicht. Nur deinetwegen. Aha. Er nickte bedächtig. Verstehe. Ich wartete. Aus dem Gewaber streckten sich bleiche Finger nach uns aus, krümmten sich und wurden wieder weggerissen. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? fragte ich schließlich. Er schaute auf seine eisbedeckten Handschuhe. Was gibt's da noch zu sagen? Vielleicht hast du ja recht. Auf diese Weise sehen wir einander nicht mehr so oft, und vielleicht verlängert sich so mein Leben. Trotzdem. Er warf einen kurzen Blick auf die uns umkreisenden Geister. Seien wir doch mal ehrlich. Bei dem Leben, das ich führe, mache ich es wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange. Ich berührte seinen Handschuh. »Ihr kommen hier wieder raus«, sagte ich. »Sowieso. Aber ich meine nicht nur diesen Einsatz. Kipps hatte recht, was mich betrifft, und Rod will übrigens auch. Ich akzeptiere keine Grenzen. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, gehe ich niemals auf Nummer sicher. Und irgendwann wird auch mich das Glück mal verlassen«, er zuckte die Achseln. »So war ich schon immer.« Ich dachte an das verwaiste Zimmer in der Portland Row. »Was glaubst du, woher das kommt?« Er zögerte. Sein Blick suchte meinen. Dann sah er wieder woanders hin. »Dreh dich bloß nicht um«, sagte er. »Da ist schon wieder Solomon Guppies Geist. Die anderen Phantome machen offenbar einen Bogen um ihn, was beweist, dass sogar die Toten Geschmack haben. So, jetzt ist er wieder weg.« »Also.« »Danke, dass du mir erklärt hast, warum du damals gegangen bist. Ich darf dich aber darauf hinweisen, dass du trotz aller guten Absichten jetzt wieder inmitten eines Geisterschwarms neben mir stehst.« »Stimmt«, sagte ich. »Ich weiß auch nicht, wie es wieder so weit kommen konnte.« »Ich beschwere mich ja gar nicht darüber, im Gegenteil. Natürlich bin ich froh, dass du bei mir bist. Ich glaube, du beschützt mich irgendwie.« In diesem Augenblick wärmte mich nicht nur der Umhang. Ich lächelte ihn an. »Außerdem möchte ich dir noch etwas sagen«, fuhr Lockwood fort. »In Guppies Haus meintest du, es sei Penelope Fitz' Idee gewesen, dich anzuheuern.« »Doch, gib's zu, das hast du gesagt. Mag sein, dass Mrs. Fitz glaubt, es sei ihre Idee gewesen. Aber ich habe schon den ganzen Winter über nach einem Vorwand gesucht, dich zurückzuholen. Aber ohne einen überzeugenden Grund hättest du mich ablitzen lassen. Stimmt doch, oder?« »Allerdings«, als ich nickte, knackte das Eis auf der Rückseite meiner Kapuze. »Hundertprozentig.« »Mrs. Fitz hat mir einen perfekten Vorwand geliefert, aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr. Trotzdem möchte ich noch ergänzen«, er räusperte sich. »Dass du, wenn du vielleicht irgendwann doch wieder zu Lockwood und Co. zurückkehren willst, ich meine auf Dauer und als gleichberechtigte Kollegin, nicht nur als Klientin, Verstärkung, Groupie oder Mitläufer oder was immer du jetzt bist, na ja, dann hätten wir immerhin noch das Vergnügen, eine gewisse Zeitspanne miteinander zu verbringen, vor meinem allzu frühen Ende, meine ich.« Er sah mich an. Ich sagte nichts. Ringsum kreischten die Geister, unselige Gestalten krömmten sich, wir schauten einander an. »Hab ich nicht recht?« »Glaub schon.« »Dann denk doch mal drüber nach.« »Hab ich schon. Na gut.« »Na gut? Was?« »Ich kehre zu euch zurück, wenn du mich wieder nimmst, meine ich, und wenn mich die anderen auch wieder haben wollen. Ach, die lassen sich bestimmt überreden. Obwohl George dann seine Unterhosen woanders unterbringen muss. Großartig! Lockwood grinste mich breit an. »Wir sollten uns öfter in so einen gruseligen Geisterkreis stellen und uns aussprechen.« Sein Kopf fuhr jähr in die Höhe. »Moment mal!« Ich hatte es auch gespürt. Durch den Stoff meiner Handschuhe hindurch, die Kette hatte gebebt. »Da!« Schon wieder. Wir wechselten einen Blick. »Das Phantom.« »Es kommt zurück«, sagte Lockwood. Ich spähte durch die vorüber sausenden Geister an der Kette entlang. »Das ist nichts zu sehen.« Lockwood fluchte unterdrückt. »Hier drinnen möchte ich dem Kerl lieber nicht begegnen. Weiß der Himmel, was dann passiert. Uns bleibt nichts anderes übrig los. Wir müssen es riskieren. Wir steigen auf der anderen Seite raus und rennen durch das Tor. Wenn wir schnell genug laufen, sind wir schon vom Gelände runter, ehe die Männer reagieren können. Einverstanden?« »Und wisst ihr was? Angesichts der Umstände war ich tatsächlich einverstanden.« »Auf geht's!« sagte ich. Die Kette schaukelte jetzt heftig, und als ich mich umdrehte, sah ich aus dem Dunst eine unförmige Gestalt auftauchen, die die Geister überragte. »Los!« So schnell wir konnten, hangelten wir uns an der Kette entlang, und wieder erfüllten die Umhänge ihren Zweck. Die Besucher wichen zurück, und wir stiegen unbehelligt aus dem Kreis. »Lauf!« Schon war Lockwood auf und davon. Sein Geisterumhang flatterte hinter ihm her. Es sah aus, als wollte er gleich abheben. Er hatte sein Degen gezogen. Ich ließ die eiskalte Kette los. Der gegenüberliegende Pfosten befand sich ein Stück hinter dem Kreis und rannte geduckt hinter Lockwood her durch die leere Halle und das offene Tor. Niemand versuchte uns aufzuhalten. Wir rannten einfach weiter, zwängten uns durch die Lücke im Zaun und landeten auf dem dunklen Feld dahinter. Auch dann hielten wir noch nicht an, rannten und rannten, hörten aber keine Verfolger hinter uns. Bis wir irgendwann langsamer liefen und keuchten stehen blieben. Zum ersten Mal sahen wir uns richtig um. Mit den Feldern war eine Veränderung vorgegangen. Sie waren mit Eiskristallen bedeckt. Nebel umwallte uns, und der gefrorene Boden erstreckte sich glitzernd unter einem schwarzen Himmel. Ringsum war es totenstill. Der Wind, der zuvor über die Felder geweht hatte, war verstummt und die Nacht bitterkalt. Dicke Taue und Hufeisen aus Eis füllten die Furchen und Mulden der harten schwarzen Erde, alles war weiß. Eine stumpfe Helligkeit lag über dem Feld, der Anhöhe dahinter und den dunklen Bäumen oben auf dem Hügel. Wo diese Helligkeit herkam, war nicht auszumachen. Am schwarzen Himmel gab es weder Mond noch Sterne. Wir standen ganz allein da und schauten dorthin zurück, wo wir hergekommen waren. Wenigstens verfolgt uns niemand, sagte Lockwood schließlich. Seine Stimme klang dünn, trug in der frostigen Luft nicht weit. Das ist schon mal gut. Waren am Tor überhaupt noch irgendwelche Wachen? fragte ich. Das Sprechen fiel mir schwer. Ich habe keine mehr gesehen. Nein, offenbar sind sie weggegangen, Glück gehabt. Ja, Glück. Das Flutlicht der Anlage war ausgeschaltet, die hohen Bogenlampen hingen wie tote Rieseninsekten über den Wellblechdächern. Die Container glichen hellgrauen Papierstücken, die jemand auf eine dunkle Tafel geheftet hatte. Nicht einmal in dem Hauptgebäude, aus dem wir gerade geflohen waren, brannte noch Licht. Das ganze Forschungsinstitut war in den gleichen stumpfgrauen Schein getaucht wie die Felder und die Bäume. Stromausfall, sagte Lockwood. Vielleicht sind die Wachen ja dadurch abgelenkt worden. Die Außenseite seines Umhangs war dick vereist und ich spürte das Gewicht des meinen ebenfalls. Doch die isolierende Wirkung der Federn war noch intakt, denn ich ahnte die mörderische Kälte ringsum eher, als dass ich sie spürte. Weißliche Schwaden wirbelten um uns herum. Wo kommt bloß dieser Nebel auf einmal her? fragte ich. Und so bitterkalt war es vorhin doch auch noch nicht. Irgendeine Auswirkung ihrer Experimente vielleicht, meinte Lockwood. Keine Ahnung. Und dieses komische Licht, alles sieht so blass und grau aus. Im Mondschein scheint vieles anders. Lockwood blickte zu den Bäumen hinüber. Was denn für ein Mond? Hinter den Wolken. Aber es gab keine Wolken. Wir gehen lieber weiter, sagte Lockwood. Die anderen müssten inzwischen schon fast im Dorf sein. Sie werden Hilfe holen. Wir müssen zu ihnen, damit sie sehen, dass uns nichts passiert ist. Ich verstehe das alles nicht. Ich stand immer noch da und blickte in den Himmel. Wir müssen zu ihnen, Luz. Ja, klar. Wir liefen los. Unter unseren Schuhsohlen knackte der Frost und unser Atem blieb dort, wo wir ihn ausstießen, in der Luft hängen, sodass wir ihn bei jedem Schritt durchpflügten. Es ist echt kalt, sagte ich. Wir haben Glück, dass sie uns nicht verfolgt haben, entgegnete Lockwood wieder und warf einen Blick über die Schulter. Aber seltsam ist es schon, dass uns überhaupt niemand hinterherkommt. Doch wir waren die einzigen Lebewesen, die sich über die endlos weiten Felder bewegten. Ohne uns vorher miteinander zu beraten, schlugen wir den Weg durch den Wald ein. Auch hier herrschte das eigenartige Licht. Der graue Dunst schien alles zu durchdringen, der Weg lag knochenweiß vor uns. Dünne Nebelschlieren wandten sich zwischen den Bäumen hindurch. Schon komisch, flüsterte ich. Nirgends ein Mensch. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht unsere Freunde vor uns erblicken würden, doch die Straße war leer und man konnte in dem weichen, stumpfen Licht ziemlich weit sehen. Dann kamen wir an der Abzweigung zum Steinbruch mit dem kleinen Mahnmal vorbei. Die Blumen, die den Steinhaufen geschmückt hatten, waren verschwunden. Das Foto darauf war mit Eis überzogen. In dem grauen Wald gab es kein Geräusch, keinen Wind. Glitzernde Brocken fielen von unseren Umhängen und wir atmeten nur flach, weil jedes Luftholen in den Lungen stach. Bald würden wir das Dorf erreicht haben und unsere Freunde wiedersehen. Vielleicht ist ja doch noch jemand unterwegs, sagte Lockwood nach einer Weile des Schweigens leise. Aus unerfindlichen Gründen widerstrebte es uns beiden, in normaler Lautstärke zu reden. Ich glaube, auf dem Weg zum Steinbruch habe ich jemanden gesehen, gleich hinter dem Mahnmal, du weißt schon. Willst du zurückgehen und nachschauen, wer es war? Nein, nein, ich glaube, wir gehen lieber weiter. Nein, nein, ich glaube, wir gehen lieber weiter. Danach legten wir einen Schritt zu, stapften knirschend die gefrorene Straße entlang. Wir durchquerten den schweigenden Wald und kamen an die Brücke über den Bach. Der Bach war verschwunden. Die Brücke spannte sich über eine dunkle, trockene Rinne aus schwarzer Erde, die sich zwischen den Bäumen hindurchwand. Lockwood richtete den Strahl seiner Taschenlampe darauf. Ihr Licht wirkte schwach und flackerte. Wo ist denn das Wasser geblieben? fragte ich erstaunt. Lockwood lehnte sich ans Gelände, als wäre er erschöpft, und schüttelte nur stumm den Kopf. Meine Stimme klang vor Panik ganz spröde. Der Bach kann doch nicht einfach weg sein. Wurde er in der Zwischenzeit irgendwo aufgestaut? Guck dir doch die Erde an. Knochen trocken. Hier ist niemals Wasser geflossen. Aber wie? Er richtete sich wieder auf. Seine Hand löste sich mit einem kratzenden Laut vom Geländer. Eiskristalle glitzerten auf seinen Handschuhfingern. Wir sind gleich im Dorf, sagte er. Vielleicht kann man uns die Sache dort erklären. Jetzt komm! Doch als wir von der Landstraße abbogen, hatte sich auch das Dorf verändert. Es war schon vorher nicht gerade gut beleuchtet gewesen, aber jetzt waren sämtliche Häuser rund um den Dorfanger dunkel. Ihre Umrisse verschmolzten mit dem Zwielicht und waren kaum noch zu erkennen, und über dem Anger selbst strudelten Nebelschwaden. Sogar der Kirchturm hob sich kaum vom Zinn grauen Himmel ab. Warum sind hier auch alle Lichter aus? fragte ich beunruhigt. Nicht nur aus, Lockwood zeigte auf die Kirche. Die Geisterlampe ist weg. Das stimmte. Aber warum? Der kleine Erdhügel neben der Kirche war leer, doch die verrostete, kaputte Geisterlampe war nicht einfach nur verschwunden. Nichts verriet mehr, dass sie jemals dort gestanden hatte. Ich sagte nichts dazu. Was auch. Seit wir das Institut wieder verlassen hatten, ergab nichts mehr einen Sinn. Eine schleichende, umfassende Falschheit hatte sich über alles gelegt. In Form von Kälte, Stille, dem weichen, blassen Licht und der schrecklichen, auslaugenden Einsamkeit. Das alles machte einen ganz wirr und benommen. Und wo sind die Leute alle hin? brachte ich heraus. Irgendwer muss doch noch da sein. Jetzt, wo es dunkel geworden ist, haben sich alle in ihre Häuser verkrochen. George und die anderen sind bestimmt schon im Gasthof. Lockwood klang nicht sehr überzeugend. Außerdem ist das Dorf bekanntlich schon halb verlassen. Hier gibt es nicht mehr so viele Leute. Das heißt, wir gehen zum Gasthof. Ja. Doch als wir vor dem Gasthof standen, lag er genauso dunkel da wie die anderen Häuser. Das Schild war dick vereist. Die Tür ließ sich leicht öffnen, doch aus dem Haus kam ein leicht abgestandener Geruch. Wir scheuten beide davor, zurück einzutreten. Daraufhin machten wir kehrt, liefen wieder zum Dorfanger und überlegten, was wir jetzt tun sollten. Als ich zu Boden schaute, fiel mir auf, dass dort, wo meine Arbeitsschuhe unter den gefrorenen Umhangfalten hervorlubten, das Leder und die Stahlkappen weiß vor Eis waren, unsere Umhänge waren so steif, dass sie bei jeder Bewegung knarrten. Dann fiel mir noch etwas anderes auf. Von Lockwoods Umhang stieg ein feiner, grauer Dunst auf und trieb durch die dunkle Luft davon. Die Oberfläche flimmerte, als flackerten kalte Flammen darauf. Lockwood, dein Umhang. Ich weiß, deiner auch. Er sieht aus wie, wie bei dem flammenden Phantom auf dem Friedhof, als er so eine Dunstschleppe hinter sich hergezogen. Lass uns nachdenken. Lockwoods Gesicht war angespannt, doch seine Augen blitzten trotzig. Was haben wir gemacht, dass alles hier verändert haben könnte? Mir fällt nur eines ein. Was haben wir im Institut getan? Wir sind in den Bannkreis gestiegen, richtig, und? Und wir sind wieder herausgekommen. Auf einmal war mir alles klar. Wir haben den Kreis auf der anderen Seite verlassen. Wir sind der gespannten Kette gefolgt und auf der anderen Seite wieder herausgekommen. Stimmt. Das könnte wichtig sein. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber... Das alles hier, sagte ich. Das alles hier ist nicht das, wonach es aussieht. Lockwood sah mich mit aufgerissenen Augen an. Und wenn wir den Kreis gar nicht verlassen haben, Lucy, wenn wir immer noch drin sind. Wie dunkel der Anger war, wie dicht der aufsteigende Nebel, wie unerbittlich die Stille. Wir müssen zum Institut zurück, sagte Lockwood. Nicht nötig. Meine Stimme klang vor Erleichterung ganz schrill. Das ist alles Unsinn. Da kommen sie. Das ist alles Unsinn. Da kommen sie. Vom anderen Ende des Angers wankten drei Gestalten durch den Nebel auf uns zu. Glaubst du, das sind sie? fragte Lockwood skeptisch. Wer soll es denn sonst sein? Er spähte unter seiner dampfenden Kapuze hervor. Nein, so groß sind sie nicht, das sind Erwachsene. Und hat uns Skinner nicht erzählt, dass die Häuser auf dieser Seite des Angers unbewohnt sind? Ist doch egal. Vielleicht können uns die Leute wenigstens sagen, was hier los ist, entgegnete ich. Und guck mal, da kommt noch jemand. Ein kleines Mädchen trat aus einem Vorgarten auf die Straße. Es öffnete das Gartentor und schloss es sorgfältig hinter sich, ehe es auf uns zukam. Es trug ein hübsches blaues Kleid. Ich habe die Kleine hier noch nie gesehen, sagte ich. Du? Nein. Lockwood drehte sich um sich selbst und spähte in alle Richtungen. Drüben am Ententeich war der Nebel besonders dicht, aber man sah jemanden zwischen den kahlen Weiden am gegenüberliegenden Ufer entlang gehen. Eine Dame mit langem, fahlem Haar. Und die Frau dort habe ich auch noch nicht gesehen, sagte Lockwood. Überhaupt niemanden von denen, aber wir haben schon von ihnen gehört. Jetzt regte es sich überall im Nebel. Leute traten aus den Häusern, Riegel wurden zurückgeschoben, Gartentore geräuschlos geöffnet. Lass uns hier verschwinden, Lucy, sagte Lockwood. Aber das kleine Mädchen. Danny Skinner hat uns von ihr erzählt, weißt du nicht mehr. Hattie Flinders, mit ihrem schönsten Kleidchen. Hattie Flinders? Ach ja, sie war tot. Mit bedächtigen, aber zielstrebigen Schritten kam das Mädchen in dem blauen Kleid und die anderen Bewohner des dunklen Dorfes auf uns zu. Man erkannte immer mehr Einzelheiten. Manche waren modern gekleidet, andere weniger. Ihre Gesichter waren so grau wie der gefrorene Boden. Ein paar schreckliche Sekunden war es, als hielte uns eine fremde Macht an Ort und Stelle fest. Unser Blut war wie Wasser, unsere Arme und Beine fühlten sich wie kalter Stein an. Doch die Geisterumhänge wärmten uns, und unser Überlebenswille war noch nicht erloschen. Gleichzeitig schüttelten wir die tödliche Lähmung ab und rannten los. Wir liefen Schulter an Schulter und zogen die Kapuzen tief ins Gesicht, um uns vor der Kälte zu schützen. Unsere dicken Sohlen trommelten über den gefrorenen Anger. Dampf stieg von unseren vereisten Umhängen auf und wehte wie ein Kometenschweif hinter uns her. Der Anger war eigentlich nicht groß, aber er schien sich auszudehnen, während wir ihn überquerten. Wir brauchten ewig, um uns der Kirche auch nur zu nähern. Schließlich hatten wir den Turm erreicht. Als ich nach oben spähte, sah ich auf dem Dach eine weitere Gestalt stehen, und auch sie schaute zu mir herunter und suchte meinen Blick. Dann liefen wir den Weg am Friedhof entlang. Hinter der Hecke ertönten Geräusche, Kies knirschte, Stoff raschelte und raunte. Gestalten tauchten auf, zwängten sich durch die Büsche und zeichneten sich dabei vor dem Himmel ab. Hinaus aus dem Dorf und wieder die kalte Landstraße entlang. Jede Bewegung war mühsam, entweder lag es an der Kälte oder an etwas anderem. Meine Beine waren schwer wie Blei, als würde ich durch zähen Schlamm warten oder eine Rolltreppe in der falschen Richtung hochlaufen, und Lockwood, der sonst so leichtfüßig war, kämpfte mit dem gleichen Problem. Unser Atem ging stoßweise. Wenn wir uns umdrehten, sahen wir, wie sich die Gestalten vom Friedhof und jene aus dem Dorf auf der Straße zusammenrotteten und uns folgten. Wir nahmen den kürzesten Weg, erst über die Fußgängerbrücke, dann über den ausgetrockneten Bach und weiter in den Wald. Am Abzweig zum Steinbruch stand ein Mann vor dem Mahnmal. Sein Gesicht glich jenem auf dem Foto und war genauso unscharf wie vom Regen verwaschen. Er stellte sich uns in den Weg und streckte die Hand nach uns aus. Lockwood und ich wichen ihm aus, verließen die Straße und bogen in den Wald ab. Dort war der Boden mit einer dicken Schicht aus schwarzem abgestorbenen Gestrup bedeckt, die wie Staub aufweilte, als wir darüber hinweg trampelten. Die Äste der Bäume griffen wie mit scharfen Krallen nach uns, schnappten nach unseren Gesichtern und verhackten sich in unseren Kapuzen. Wir liefen durch hell und dunkel, duckten uns, sprangen über Hindernisse und kämpften gegen die kalte, zähe Luft an. Zwischen den Bäumen waren Umrisse aufgetaucht, die sich träge bewegten, aber trotzdem mühelos mit uns Schritt hielten. Sie kamen von links und rechts immer näher. Lockwood, der dicht vor mir lief, nahm eine Leuchtbombe vom Gürtel und schleuderte sie auf den nächstbeste Gestalt. Die Bombe prallte gegen eine Baumwurzel, hüpfte noch ein Stück weiter und zerbarst. Doch man hörte kein Geräusch und es kam auch nichts heraus, kein Lichtblitz, kein grellweißes Feuer. Ich hatte instinktiv die Augen zugekniffen, aber als ich erst ein Auge und dann das andere wieder öffnete, kamen unsere Verfolger über Wurzeln und des Unterholz still, aber unbeirrt weiter auf uns zu. Schlitternd und schnaufend erklommen wir einen vereisten Abhang und rutschten plötzlich eine steile Böschung hinunter. Wir landeten im Gestrüpp. Schwarze Dornen durchbohrten meinen Geisterumhang, verfingen sich in den Silberösen und verhakten sich an mehreren Stellen. Ich wurde festgehalten und sträubte mich zappelnd, worauf der Geisterumhang zerriss. Er riss einfach der Länge nach durch. Ich schrie auf. Schneidende Kälte bohrte sich wie eine Messerklinge zwischen meine Schulterblätter, eisig wie der Tod. Ich bekam keine Luft mehr. Um mich herum trudelten Federn wie dampfende Blutstropfen auf den gefrorenen Boden. Ich bekam keine Luft. Dann war Lockwood bei mir, er zog mich an sich und unter seinen Umhang. Der weiche Stoff umhüllte mich. Die elende Kälte hielt noch kurz an und zog sich dann wie eine Hand widerstrebend zurück. Ich holte zittrig Luft und spürte Lockwoods Wärme, unsere gemeinsame Wärme. Wir hockten nebeneinander. Er hatte den Arm um mich gelegt, mein rechtes Knie drückte sich fest an sein linkes. Unsere Gesichter waren so dicht beieinander. Meins tiefer, seins etwas höher, dass sich unsere Wangen berührten, während wir unter der brennenden Kapuze hervor in das wirbelnde Grau rings umspähten. Wir waren so plötzlich in der Tiefe verschwunden, dass unsere Verfolger noch irgendwo über uns sein mussten. Momentan drohte uns keine Gefahr. »Alles in Ordnung, Lucy.« Ich nickte und blinzelte mir den Reif aus den Wimpern. Kaum war meine Kapuze heruntergefallen, hatte das allgegenwärtige Eis auch mein Gesicht überzogen. »Halte weiter in den Nebel hinein. Aber wir müssen ganz eng zusammenbleiben. Der Umhang ist nicht groß. Du musst ganz dicht neben mir laufen. Los, kriegst du das hin.« »Ich versuch's.« »Dann los. Sie kommen.« Also hochrappeln hinaus aus dem Gestrüpp und die Böschung wieder hinauf. Dunkle Gestalten kamen zwischen den Bäumen hervor, wollten uns den Weg abschneiden. Wir hatten die Kuppe des Hügels schon fast erreicht. Hieß er nicht Jägerhügel? Der Name hatte jede Bedeutung verloren. Unter diesem grau-schwarzen Himmel hatte nichts mehr einen Namen. Die Felder am Fuß der Anhöhe waren in noch dichteren Nebel gehüllt als vorhin, sodass die Institutsgebäude kaum mehr zu erkennen waren. Ihre Dächer ragten leblos und dunkel wie Findlinge aus dem Dunst. Die Arme umeinander geschlungen, rutschten und stolperten wir den Abhang hinunter und wirbelten bei jedem Schritt Wolken von Eiskristallen auf. Nun mussten wir nur noch die Felder hinter uns bringen, aber jede Bewegung war eine Qual. »Halt!« keuchte ich. »Ich brauch eine Pause.« »Ich auch.« Wir blieben stehen und drehten uns gleichzeitig und schwerfällig unter der Kapuze um und sahen, wie sich eine wahre Springflut von Gestalten über die Hügelkuppe ergoss und den Hang herabschwappte. »Vielleicht ist eine Pause doch keine so gute Idee,« keuchte Lockwood. Weiter ging es, bordlos durch den Nebel. Dann teilten sich die Schwaden und wir sahen einen großen, bärtigen Mann vom Boden aufstehen. Als wir vorbeieilten, wandte er sich nach uns um. Er trug ein langes Schwert. Sowohl die Klinge als auch seine Haut glitzerten von Eis. Stolpernd, fast stürzend, rannten wir weiter. Die Nebelschwaden schlossen sich wieder und hinter uns schlurften Schritte über den harten Boden. »Ein Wikinger hat uns gerade noch gefehlt,« schnaufte ich. »Wie Motten, die zu einer Kerzenflamme hinfliegen,« entgegnete Lockwood. »Unsere Wärme, unser Leben, es zieht sie unwiderstehlich an. So sind sie auch dem Schatten gefolgt. Nimm noch mal alle Kraft zusammen, Lucy, wir sind gleich da.« Gefolgt, »nimm noch mal alle Kraft zusammen, Lucy, wir sind gleich da.« Man sah schon den Zaun um die Anlage und die Öffnung darin. Dahinter gähnte schwarz das offene Tor des Hauptgebäudes. »Ich kann nicht mehr,« japste, »ich lauf weiter. Wir sind ja schon da. Das haben wir gut gemacht.« Durch den Zaun und über den vereisten Kies. Wir standen vor dem Tor. Das Innere der Halle war von Nebel erfüllt, und auch hier war der Boden dick vereist. Wir blieben kurz stehen, keuchend und völlig erschöpft. Unsere Handschuhe unter dem dampfenden Geisterumhang glitzerten. Unser Atem hörte sich an, als rasselte er in unseren Knochen. »Wie sieht's aus?« erkundigte sich Lockwood. Ich drehte mich um. »Sie kommen immer noch hinter uns her. Jetzt sind sie am Zaun.« »Dann wollen wir mal.« Wir wankten durch das offene Tor. Es war dieselbe Halle, daran bestand kein Zweifel. Das hohe Dach, die Wellblechwände. Weiter hinten zeichneten sich die Kistenstapel durch den Nebel ab. Doch das Licht war auch hier ganz eigenartig. Die grauen, körnigen Umrisse schienen sich wie Schuppen zu überlagern. Der Nebel spielte meinen Augen Streiche. Nichts mehr sah gerade und rechtwinklig aus, weder der Boden noch das Dach oder die Türen. Alles schien aus Wachs zu sein, aber aus erwärmten, halb geschmolzenem Wachs, das gleich zerfließen würde. Feine Risse zogen sich über den stumpfgrauen Boden vor meinen Füßen. Alles war spröde vor Kälte, und unsere Schuhsohlen klirrten, als wären sie aus Eisen. In der Mitte der Halle war der Nebel so dicht, dass man nicht hindurchschauen konnte. »Die Kette!« keuchte Lockwood. »Wo ist sie los?« »Keine Ahnung.« Als ich mich wieder umdrehte, sah ich durch das Tor unsere Verfolger herannahen. »Verdammt, wo ist sie?« »Wir sind schon fast am anderen Ende der Halle. Wahrscheinlich sind wir dran vorbeigerannt.« In unserer Panik fingen wir an, im Kreis zu laufen, wobei Lockwood in die eine Richtung wollte und ich in die andere. Beinahe hätten wir auch noch seinen Umhang zerrissen. Erschöpft und verzweifelt hielten wir wieder an. Hinter uns ertönten Schritte. Um uns herum war nur strudelnder Nebel, die zerfließenden Wände aber da. In einer Ecke stand ein schlachsiger Jugendlicher mit struppigen Haaren, die Hände in den Hosentaschen und sah mich an. Er stand mitten in einem Haufen leerer Gläser und Behälter und war so grau wie die anderen Einwohner des dunklen Dorfes, bis auf sein Grinsen, das sogar in dem wabernden Zwielicht ironisch aufblitzte und mir seltsam vertraut war. Er streckte den Arm aus und zeigte hinter mich. Als ich mich umwandte, erblickte ich den Pfosten mit der Kette. Da ist sie ja! Ich fasste Lockwood an der Schulter und drehte ihn herum. Schau mal da! Warum haben wir das denn nicht schon vorher gesehen? sagte Lockwood ärgerlich. Waren wir denn blind? Jetzt aber schnell! Wir stolperten zu dem Pfosten hinüber. Als ich mich noch einmal umdrehte, hatten sich die Nebelschwaden wieder verdichtet. Der grinsende Junge war verschwunden und wir standen allein neben dem Pfosten mit der eiskalten Eisenkette. »Halt dich fest!« befahl Lockwood. »Wir bleiben weiter zusammen. Du gehst vor. Immer an der Kette entlang. Bleib auf gar keinen Fall stehen!« Er hatte wieder seinen Degen gezogen und blickte grimmig um sich. Der Nebel, der sich jetzt wie ein Theatervorhang bauschte, verdunkelte sich von herandrängenden Gestalten. Ich sah Hattie Flinders hellblaues Kleid aufleuchten. Wahrscheinlich war es gar nicht mehr weit bis zu der Stelle, an der die Kette in den Kreis hineinführte, aber es zog sich ewig hin, allein schon deshalb, weil wir uns unter dem Umhang aneinanderklammern mussten, sodass wir nur schwerfällig wie zwei Pinguine watscheln konnten. Obendrein tauchten jetzt überall Dorfbewohner aus dem Nebel auf und wir fuchtelten beide mit unseren Degen, um sie in Schach zu halten. Als die Quellen und der Geisterstrudel in der Mitte des Kreises in Sicht kamen, war ich so erleichtert, dass sich Solomon Guppy und Emma Marchment beinahe wie alte Freunde begrüßt hätte. Ohne zu zögern stiegen wir über die Ketten auf dem Boden und hangelten uns durch die Wand aus wirbelnden, kreischenden Geistern, bis wir wieder im stillen Auge des Aufruhrs ankamen. Der Gepanzerte war nirgends zu sehen. Wir hangelten uns Zentimeter für Zentimeter weiter. Wenn Rodwell auf der anderen Seite wartet, sagte Lockwood, dann ist das eben so. Lieber lasse ich mich von ihm umbringen, als dass mir etwas, etwas anderes zustößt. Ich warf einen Blick über die Schulter. Glaubst du, die Dorfbewohner können uns in den Wannkreis folgen? Eigentlich müssten die Ketten sie davon abhalten, aber wer weiß. Die Grenze zur anderen Seite hat hier ein echt großes Loch und es sind sehr viele Geister. Ich hoffe bloß, dass Steve Rodwell und seine Kumpel dann ebenfalls Bekanntschaft mit ihnen machen. Hast du dein Degen gezogen, Luz? Jawohl. Und wenn ich ihn nicht in den nächsten fünf Minuten jemandem in den Hintern rammen darf, bin ich schwer enttäuscht. Dann wollen wir mal sehen, ob wir sie überrumpeln können. Komm weiter. Wieder waren die tobenden Geister einen Augenblick lang überall um uns. Dann traten wir aus dem Bannkreis in die Wärme, den Lärm und das herrlich blendende Licht der wirklichen Welt hinaus, wo eine Schlacht tobte. Bitte. Auch ohne die Explosionen, die grellen Magnesiumblitze, die Rufe, Schreie und zischenden Leuchtbomben hätten wir Mühe gehabt, in jenen ersten Augenblicken etwas zu begreifen. Der sinnliche Kontrast zu dem Ort, den wir gerade verlassen hatten, war einfach zu groß. Die brutale Helligkeit versenkte jeden klaren Gedanken. Der Schmerz war betäubend. Ich kniff die Augen fest zusammen, als die Wand aus Geräuschen und Hitze mich traf, als hätte mir jemand mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen. Verwirrt und hilflos wankte ich zurück und spürte neben mir, dass es Lockwood ebenso erging. Dann nahm mich ganz plötzlich auch die Feuchtigkeit war. Das Eis auf dem Geisterumhang schmolz. Kalte Rinnsale liefen mir den Nacken herunter und über Schultern und Arme. Ich löste mich von Lockwood, warf den Umhang ab, machte einen großen Schritt nach vorn und rannte prompt gegen etwas Hartes. Ich stolperte, fiel hin und landete platt auf dem Gesicht. »Na, war der Ausflug schön?« Ich spuckte Erdkrümel aus, dann öffnete ich die Augen einen Spalt und entdeckte vor mir mit verschwommenem, aber allmählich klarer werdendem Blick meinen offenen Rucksack mit dem Geisterglas. Der Rucksack stand immer noch dort, wo ich ihn zwischen den leeren Behältern zurückgelassen hatte. Auf dem Glas tanzten die Spiegelungen weißer Lichtblitze und das Gesicht darin beobachtete mich mit unverholener Schadenfreude. Dieses Grinsen kannte ich nur allzu gut. »Da bist du ja wieder,« kicherte der Schädel hämisch. »Du siehst total fertig aus, gefällt mir, aber du solltest dich lieber schnell aufrappeln, sonst machen sie diese Halle ohne deine Hilfe dem Erdboden gleich.« »Wer denn?« »Deine Freunde!« Schockierende Nachrichten, überbracht von einem sprechenden Schädel. Es gibt kaum ein wirksameres Rezept, um Schmerzerschöpfung und seelische Verwirrung zu vergessen. Ich wusste nicht, ob ich erfreut oder entsetzt sein sollte, wahrscheinlich war ich beides. Aber ich wälzte mich auf die Seite, zwang meine unwilligen Muskeln, mich in eine aufrechte Haltung zu bringen, und als das endlich geschafft war, hatte ich auch einigermaßen begriffen, was hier vor sich ging. Die alte Wikinger-Angelsachsen-Schlacht war nicht mehr das letzte Scharmützel auf diesem öden Fleckchen Erde. Ein neues Gefecht war in vollem Gange. Wohin ich auch blickte, explodierte griechisches Feuer, zerplatzten Salzbomben und prasselten Eisenspäne gegen die Wände. Auf dem Boden lagen Holztrümmer, die von dem Podest stammten, über das ich gestolpert war. Die Kampfhandlungen schienen sich auf eine Ecke des Gebäudes zu konzentrieren, zwischen den Kistenstapeln unweit der Tür zum Waffenlager und dem Laufgang, in dem wir Rotwills Leute vorhin hatten, verschwinden sehen. Wir hatten uns in den Kreis begeben, weil wir gehört hatten, wie sie zurückkamen, und sie waren tatsächlich hier, jedenfalls die meisten. Allerdings nicht mehr als Beobachter eines Experiments. Kein Klemmbrett mehr für Mr. Johnson, keine Thermosflasche für Steve Rodwell. Beide Männer sowie der Rest der Mannschaft liefen panisch durcheinander, als ein Hagel kleinerer Explosionen rings um sie niederging. Vor dem Laufgang loderte ein helles Magnesiumfeuer und versperrte ihnen den Fluchtweg. Der elektrische Transportwagen war umgekippt, seine Räder drehten sich in der Luft. Offenbar war er gegen die Wand geprallt. Der Ausgangspunkt des Angriffs war der Stapel brennender Kisten auf der gegenüberliegenden Seite, beziehungsweise die drei flinken Gestalten, die immer wieder aus ihrer Deckung auftauchten, Geisterbomben schleuderten und Sprengkapseln abfeuerten. Mehrere Rodwell-Leute, die sich hinter dem Transportwagen verbarrikadiert hatten, erwiderten das Feuer. Und der Mann in dem unförmigen Eisenpanzer, das vormalige flammende Phantom, mühte sich ab, auf den Kistenberg hinauf zu klettern, was ihm allerdings nicht besonders gut gelang. Sein Panzer validiert, der Helm saß schief, außerdem bekam er die Knie nicht hoch genug. Alle waren so auf den Kampf konzentriert, dass bis jetzt noch niemand von unserer Ankunft Notiz genommen hatte. Neben mir rührte sich etwas. Es war der furchterregend zerzauste Lockwood, der seelenruhig den nassen, dampfenden Geisterumhang zusammenrollte und in seinen Rucksack stopfte. »Alles in Ordnung, Lucy? Wird dir wieder warm?« »Geht so. Sag mal, was ist hier eigentlich los?« »Sieht wie eine Rettungsaktion aus.« Lockwood deutete staunend auf eine schlanke Gestalt, die sich hinter zwei Kisten duckte. Die strobeligen Haare standen ihr vom Kopf ab, ihr Gesichtsausdruck war wild entschlossen, beinahe animalisch und in den schmalen Händen hielt sie einen wuchtigen Kapselwerfer. »Ist das, ist das wirklich Holly?« fragte ich. »Sieht ganz so aus.« Kipps hatte sich an einem strategisch günstigen Punkt vor der Wand postiert. Ruhig, konzentriert und unerbittlich ließ er ein wahres Sperrfeuer aus Salzbomben los. Zwei davon trafen den Gepanzerten mit voller Wucht, fegten ihm den Helm vom Kopf und warfen ihn um, sodass er wie eine betrunkene Schildkröte schaukelnd auf dem Rücken liegen blieb. Doch den Vogel schoss ein anderer ab. »Sieht ihr George an?« sagte ich. Lockwood pfiff durch die Zähne. »Der reinste Dervish!« George bot wirklich einen sehenswerten Anblick. Er schnellte wie ein Schachtelteufel hinter den Kisten hervor und schleuderte seine Leuchtbomben direkt auf Steve Rodville, wobei er sich so deutlich zeigte, als wollte er den Feind provozieren. Dazu kamen die Streifen von Magnesiumsalz, die sich über seine Schuhcreme verschmierten Wangen und Stirn zogen und wie eine weiße Kriegsbemalung wirkten. Mit gebleckten Zähnen, gesträubten Haaren und im Feuerschein rotflackernden Brillengläsern ließ er eine Salve nach der anderen los, wobei er die Wurfgeschosse von einem gewaltigen Waffengurt abpflückte, den er quer über die Brust geschnallt hatte. Zwischendurch stieß er schrille, unartikulierte Schreie aus. »Ich könnte noch den ganzen Tag zuschauen,« sagte Lockwood, »aber ich glaube, wir sollten unseren Kollegen lieber zu Hilfe eilen. Geh schon, ich komme gleich nach, muss nur noch was erledigen. Geh schon, ich komme gleich nach, muss nur noch was erledigen.« Seit dem Einbruch in meine Wohnung war ich zweimal kurz davor gewesen, mir den Schädel im Glas zurückzuholen, aber beide Male gezwungen gewesen, ihn zurückzulassen. Das sollte mir nicht noch einmal passieren. Der Geist grinste, als ich mir den Rucksack schnappte. »Endlich sind die beiden Freunde wieder innig vereint. Eigentlich müsste jetzt leise Geigenmusik für uns erklingen, aber die Schreie des Sterbenden tun's auch.« Ich ließ den Blick über das Getümmel schweifen. »Hier stirbt doch niemand, oder?« »Vielleicht nicht, aber das liegt nicht daran, dass sich deine Kollegen nicht redlich bemühen. Ich habe jedenfalls schon ein paar hässliche Magnesiumverbrennungen erspäht. »Einige dieser Wissenschaftler dürften morgen Probleme beim Sitzen haben.« »Gut, dann erklär mir rasch, was hier passiert ist.« Ich richtete mich gerade wieder rechtzeitig auf, um zu sehen, wie Lockwood auf das Podest sprang, wobei er die Brust des Gepanzerten als Tritthocker benutzte. Ich hatte den Rucksack auf dem Rücken, meinen Degen gezückt und war bereit, mich ins Gewühl zu stürzen. »Das wollte ich dich auch eben fragen,« erwiderte der Schädel, als ich loslief. »Ich würde zu gern erfahren, was ihr erlebt habt. Bestimmt spannenderes als diese öde Klopperei.« »Kannst du nicht einfach mal eine Frage beantworten?« Ich kletterte ebenfalls über den Gepanzerten, trat nach einem Rodville-Wissenschaftler, der eine Pistole auf mich richtete und sprang auf das Podest, wo ich hinter einer Kiste in Deckung ging. Licht vor mir explodierte etwas und zischende Feuerwölkchen sausten über meinen Kopf hinweg. »Ach, das ist schnell erzähl. Diese Pappnasen wollten gerade wieder einen Mann auf die andere Seite schicken, wurden aber vom Eintreffen deiner aufgebrachten Freunde davon abgehalten. Das ist alles. Finito. Und jetzt halt dich ran und bring die Sache zu Ende.« »Na schön«, sagte ich. »Und wenn du die andere Seite sagst, dann...« »Du weißt schon, aber du weißt es ganz genau.« »Vielleicht wusste ich es, aber jetzt war zum Glück nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Geduckt huschte ich zwischen den Kisten hindurch zu den anderen. Holly war die Erste, auf die ich traf. Ich tippte ihr von hinten auf die Schulter und grinste sie vergnügt an. »Ah! Hallo, Holly! Hey, nicht schießen! Ich bin's! Ich bin's! Ah! Aber du bist doch tot!« »Quatsch! Hat dir schon mal ein Geist auf die Schulter getippt oder mit dir gesprochen?« Ich wartete. »Oder dir eine runtergehauen? Wenn du nicht sofort aufhörst zu schreien, findest du's gleich raus!« »Aber ihr seid doch in den Bannkreis. Mir geht's gut und Lockwood auch. Siehst du, da drüben ist er, bei George. Heulen brauchst du aber auch nicht.« Ich umarmte sie kurz. »Na, würde ein Geist so etwas machen? Jetzt krieg dich wieder ein, alles wird gut. George schlägt sie in die Flucht!« Was sogar einigermaßen stimmte. Bei Lockwood und Co. war George dafür berüchtigt, dass er weder zielgenau werfen noch fangen konnte. In der Küche in der Portland Row konnte daher die Weitergabe von Obst, Schipstüten oder ähnlichem lebensgefährlich sein. Man bekam Sachen an den Kopf, Gläser gingen zu Bruch, Pfirsiche klatschten an die Wand über der Spüle. Komischerweise wirkte sich dieses Unvermögen jetzt und hier zu Georges Vorteil aus. Jedes Mal, wenn er hinter den Kisten hervorschoss und mit einem wilden Schrei abwechselnd Leuchtbomben oder Geisterbomben auf den Feind schleuderte, wusste niemand, wo die Dinger landen würden. Der Bewegung seines Armes zu folgen war sinnlos, denn das Geschoss konnte ebenso gut in eine völlig andere Richtung fliegen und einen gänzlich ahnungslosen Rodville-Mitarbeiter umkegeln. Daher ging jedes Mal, wenn George wieder auftauchte, sämtliche Rodville-Mitarbeiter in Deckung und viele flüchteten bereits an der Wand des Gebäudes entlang ins Freie. Im Vorgefühl des Sieges wagte sich nun auch Kipps mit einer Riesentüte Geisterbomben im Arm aus seiner Deckung. Lockwood lief zu ihm und half nach einer knappen Begrüßung, die Stäbe durch die Halle zu schleudern. »Wie lange dauert dieser Kampf schon, Holly?« Holly hob ihren Kapselwerfer und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. Ihre Haare und Hände waren mit grauer Asche bepudert. »Noch gar nicht so lange, seit ihr in dem Bannkreis verschwunden seid. Wart ihr etwa hier, als wir?« Dann kam mir ein anderer Gedanke. »Aber das, das ist doch schon ewig her, oder? Stunden, ach was, höchstens zehn Minuten.« »Aber man braucht doch allein schon eine halbe Stunde von hier aus bis nach Oldbury Castle und noch mal mindestens zwanzig Minuten, um von dort hierher zurückzurennen. Ich musste es laut aussprechen, um es mir selbst klarzumachen. Inzwischen kam mir das, was wir auf der anderen Seite des Kreises erlebt hatten, seltsam, unwirklich, schwerelos, beinahe traumartig vor. »Was redest du da?« Holly feuerte eine Sprengkapsel auf den ramponierten Gepanzerten ab, der mit unkoordinierten Bewegungen das Weite suchte. Seine Brustplatte hatte sich gelöst und schwang wie ein Pendel hin und her. Stiefel, Handschuhe und andere Bestandteile lagen wie Eisenschrott auf dem Boden. Holly tätschelte ihre Waffe. »Das Ding hier ist echt super. Steht dir auch super, aber jetzt komm mit zu den anderen. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft.« »Jetzt komm mit zu den anderen. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft.« Die Reihen der Feinde lichteten sich. Die meisten Institutsmitarbeiter hatten inzwischen die Flucht ergriffen. Die Verbliebenen schienen sich trotz Steve Rodvilles gellenden Befehlen ebenfalls schleunigst aus dem Staub machen zu wollen. Halb hinter den umgekippten Transportwagen geduckt, war Rodville selbst weder geflohen, noch hatte er auf irgendwelche modernen Waffen zurückgegriffen. Er hatte seinen Degen gezogen. Als Holly und ich näher kamen, winkte George mir zu. Hinten an seinem Schultergurt hing groß und glänzend wie eine Kokosnuss eine der überdimensionalen Leuchtbomben aus dem Waffenlager. »Hi, Luz.« »Hi, George.« »Wie ich sehe, amüsierst du dich prächtig. Da hast du dir ein ziemlich dickes Ding unter den Nagel gerissen.« »Ja, das ist meine Lebensversicherung. Aber ich denke mal, diese Geisterbomben hier tun es fürs Erste auch.« Lockwood hatte gerade einen der Stäbe in Steve Rodvilles Richtung geschleudert, die Glaskugel am Ende zersplitterte, eine gekrümmte weibliche Gestalt, blassblau schimmernd und durchsichtig, stieg hinter dem Agenturinhaber auf. Ohne sich umzudrehen stieß er mit dem Degen über die Schulter und durchbohrte die Erscheinung. Das Ektoplasma verdampfte zischend. »Habt ihr das gesehen?« rief George. »Der Typ hat gerade eine alte Oma durchgesäbelt. Wie armselig ist das denn?« »Typisch, Rodvilles.« Kipps schleuderte die nächste Geisterbombe. Der Stab prallte von der Wand ab und blieb einfach auf dem Boden liegen. »Hey, das Ding ist nicht mal losgegangen«, erdrohte Steve Rodvilles mit der Faust. »Was verkaufen Sie denn für einen Schrott?« »Also eins musst du zugeben, Kipps«, sagte George. »Als du noch für fitz gearbeitet hast, habt ihr solche tollen Abenteuer nicht erlebt. Geht's dir da nicht gleich viel besser?« »Wieso?« »Zum Beispiel, weil es dich ein bisschen davon ablenkt, dass du du bist. Achtung!« Steve Rodvilles war der Kragen geplatzt. Mit einem Wutschrei sprang er über den Transportwagen, stand mit zwei langen Schritten auf dem Podest und holte mit dem Degen nach Kipps aus. Doch eine andere Klinge wehrte den Hieb ab und beide Klingen klirrten dicht über Kipps Kopf gegeneinander. »Stellt euch eine Totenkopflagge vor, bloß umgedreht, dann habt ihr das Bild vor Augen.« Es war natürlich Lockwoods Degenklinge, und ein paar Herzschläge lang standen die beiden Gegner reglos da. Kipps war im ersten Schreck wie gelähmt gewesen, zog jetzt aber den Kopf wie eine Schildkröte langsam zwischen die Schultern, bis er außer Reichweite der bebenden Klingen war. Dann brachte er sich mit leichen, blassem Gesicht in Sicherheit. Steve Rodvilles war größer als Lockwood und beträchtlich schwerer. Er legte sein ganzes Gewicht auf den Degen. Lockwood glich den Druck durch behutsame Drehungen seines schmalen Handgelenks aus. Abgesehen davon rührte sich keiner der beiden. »Ich habe Ihnen neulich etwas prophezeit«, sagte Steve Rodvilles. »Erinnern Sie sich noch daran?« »Allerdings«, erwiderte Lockwood. »Sie haben mir vorhergesagt, dass ich mich mit Ihnen anlegen würde.« Er wies mit der freien Hand auf das brennende Gebäude und die flüchtenden Angestellten. »Zählt das als Anlegen?« »Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben Recht behalten.« »Das war noch nicht alles, was ich sagte.« Rodvilles machte einen Satz nach hinten und zog dabei seine Klinge zurück. Gleichzeitig trat er ein brennendes Holzstück in Lockwoods Richtung, der aber darüber hinweg sprang, sodass es funkensprühend gegen eine der Kisten hinter ihm flog. »Ich habe Ihnen auch prophezeit, dass Sie es bereuen werden, und genau dafür werde ich jetzt sorgen.« Rodvilles griff wieder an, wobei er die Degenspitze schwungvoll herumwirbeln ließ. Lockwood parierte die kreisenden Hiebe einmal, zweimal, auch ein drittes Mal, wurde jedoch rückwärts von dem Podest hinuntergedrängt. Er sprang leichtfüßig auf den Boden. Sein schwererer Gegner landete mit einem dumpfen Aufprall. »Die Arbeit von Jahren,« knurrte Rodvilles. »Das Ergebnis jahrelanger Studien, und Sie ruinieren das alles in einer einzigen Nacht.« »Selber schuld?« Lockwood war immer noch in der Defensive und wehrte die Attacken des Älteren ab, so gut er konnte. Ihre Experimente haben Angst und Schrecken über Oldbury Castle gebracht. Sie haben es auf dem Gewissen, dass so viele Geister erwacht sind. Zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen, und das alles, weil ihr gepanzerter Hampelmann auf der anderen Seite herumgetrampelt ist und die Toten aus ihrem Schlaf geweckt hat.« Er tänzelte zur Seite und hieb nach Rodvilles Handgelenk, doch der Schlag prallte am verzierten Handschutz des gegnerischen Degens ab. Steve Rodville wich einen Schritt zurück. »Sie haben mehr herausgefunden, als ich Ihnen zugetraut hätte. Aber ich glaube nicht, dass Sie alles verstanden haben. Andernfalls hätten Sie nämlich begriffen, dass der Tod dieser Dorfbewohner ein vergleichsweise geringer Preis dafür ist.« Mit einem wirbelnden Doppelstoß zwang er Lockwood dazu, an die gespannte Kette zurückzuweichen. »Das Gleiche könnte man von Ihrem Tod übrigens auch sagen.« Er führte einen gewaltigen Abwärtshieb, Lockwood duckte sich weg und die Klinge durchtrennte die Kette. Das Ende, das an dem Pfosten befestigt war, fiel zu Boden. Der lose Rest wurde in den Kreis gesaugt, wie Spaghetti in einen aufgerissenen Rachen, und war verschwunden. Lockwood wich stolpernd zurück, wodurch er dem Bannkreis und der Säule aus umherwirbelnden Geister noch näher kam. Er sah erschöpft aus, und ich ahnte auch, warum. Meine eigenen Erlebnisse jenseits des Kreises hatten mich völlig ausgelaugt. Meine Beine und Arme waren wie Gummi, in meinem Kopf drehte sich immer noch alles. Wenn es Lockwood ähnlich ging, konnte er wahrscheinlich gerade mal noch sein Degen festhalten. »Jetzt kriegst Rodville ihn!« entfuhr es Holly. Kipps nickte. »Er hat ihn in die Enge getrieben!« »Denkste!« George hatte noch eine letzte Standard-Leuchtbombe an seinem Gurt. Er nahm sie ab, zwinkerte uns zu und warf sie auf Rodvilles Kopf. Jedenfalls glaube ich, dass er dorthin zielte. Leider flog die Bombe einfach vorbei und landete am Rand des Bannkreises, wo sie mit gewaltiger Wucht explodierte. Als sich der Rauch verzogen hatte, züngelten Flammen über den Boden, und die dicken Eisenketten waren rußgeschwärzt und verdreht. Ein paar Kettenglieder hatten sich sogar aufgebogen. Sofort schwärmten die Gestalten innerhalb des Kreises auf diese Schwachstellen zu. »Oha! Das war gar nicht gut«, sagte Kipps. »Wo hast du denn werfen gelernt, Cubbins?« »Leider hat er es nie gelernt«, gab ich zurück. »Das ist ja das Problem.« Ich drängte mich an meinen Kollegen vorbei und sprang vom Podest. Lockwood und Rodville kreuzten wieder die Klingen. Lockwood hieb wild um sich, aber sein Gesicht war blass. Er parierte die ganze Zeit nur Rodvilles Attacken und wurde abermals rückwärts Richtung Bannkreis getrieben. Rodville witterte seine Chance. Mit zwei mächtigen Hieben drängte er Lockwood noch dichter an die geschwächten Ketten heran. Drängte er Lockwood noch dichter an die geschwächten Ketten heran. Die Besucher im Kreis spürten Lockwoods Nähe und schoben sich noch zahlreicher nach vorn, mit bleichen, ausgestreckten Händen und aufgerissenem Mund. Das übernatürliche Tosen schwoll wieder an, und ich sah, dass die Ketten unter dem Druck von innen leicht in Bewegung gerieten. Lockwood focht tapfer weiter. Er parierte, er duckte sich, doch seine übliche Kraft und Geschicklichkeit hatten ihn verlassen. Im nächsten Augenblick war auch seine Waffe weg. Rodville hatte sie ihm einfach aus der Hand geschlagen. Lockwood machte einen Satz nach hinten und stand direkt vor dem Bannkreis. Dünn, blass, wehrlos, aber immer noch trotzig und herausfordernd. Er blickte seinen Feind mit flammenden Augen an. »Gleich müssen ihre Freunde dran glauben«, sagte Steve Rodville, »aber ihnen gebührt natürlich der Vortritt.« Er holte mit dem Degen weit aus. In diesem Augenblick kam ich dazu. Ja, Rodville hatte den Degen erhoben, aber er stand auch ein wenig vorgebeugt und mit herausgestrecktem Hintern da und bot in jeder Hinsicht ein hervorragendes Ziel. Ich holte mit dem Fuß aus und platzierte einen heftigen Tritt. Ein 1a Volltreffer, wenn ich mich mal selbst loben darf. Rodville taumelte nach vorn. Lockwood konnte sich gerade noch zur Seite werfen. Rodville stolperte über die dicken Ketten am Boden und landete halb im Bannkreis auf dem Bauch. Er versuchte sofort, sich aufzurappeln, doch schon überzog Eis seinen Rücken und kroch in seine Haare. Er richtete sich schwerfällig halbwegs auf, wobei die Sehnen an seinem Hals vor Anstrengung hervortraten, aber irgendetwas hinderte ihn am Aufstehen. Die grauen Gestalten scharrten sich um ihn. Sie zogen an dem Arm, der schon im Kreis lag, und zerrten ihn weiter herein, erst mit einem Ruck, dann mit einem zweiten. Beide Male konnte Rodville sich wieder losreißen, doch seine Kräfte schwanden zusehends. Die Eisschicht erstreckte sich inzwischen schon auf seine Stirn, überwucherte seine Wangenknochen und umhüllte das markante Kinn. Das war das Ende. Rodville unternahm noch einen letzten Versuch aufzustehen, schrie ein letztes Mal auf. Dann wurde er in den Kreis gesaugt. Es geschah so schnell, geräuschlos und so mühelos, als hätte ihn der Kreis inhaliert. Eben hatte er noch dort gekauert, ein stattlicher, von Eis bedeckter Mann. Im nächsten Augenblick war er verschwunden. Steve Rodville, der Chef der Agentur Rodville, war nicht mehr. Die grauen Gestalten wirbelten triumphierend umher, die Ketten bebten und die aufgebogenen Glieder glitten über den Boden. Etwas drückte den Bannkreis von innen auf. Er würde nicht mehr lange standhalten. Lockwood kam unsicher auf die Beine und hob seinen Degen auf. Er war weiß wie ein Laken, nahm meine Hand und zog mich eilig zu den anderen. George! Was denn? Wir müssen den Kreis zerstören. Diese Monsterbombe auf deinem Rücken. Ich meinst die dicke Brenda? Du hast dem Ding einen Namen gegeben? Ich hab sie irgendwie lieb gewonnen. George nahm die silbrige Kokosnuss von seinem Schultergurt und wog sie in der Hand. Aber von mir aus, wo soll ich sie hinschmeißen? Halt! Am besten überlässt du sie Lucy. Die steht näher dran. Nein, gib sie ihr einfach in die Hand. Nicht werfen! George überreichte mir die Leuchtbombe und ich staunte, wie schwer sie war. Hier ist ein Zeitschalter dran, Luz, sagte er. Was meinst du? Reichen zwei Minuten? Ich warf einen Blick auf den sich auflösenden Bannkreis und die stürmisch dagegen drängenden Gestalten. Ich erkannte Emma Marchmans Geist, hohläugig und mit rotem Mund und Solomon Guppies aufgedunstene Gestalt. Und ich glaubte, in dem brodelnden Dunst ein blaues Kleid aufleuchten zu sehen. Die beschädigten Kettenglieder würden nicht mehr lange halten. Wenn der Bannkreis aufbrach, würden alle diese Geister in die Welt hinausschwärmen. Ich stellte den Zeitschalter ein. Ich glaube, eine Minute ist besser, sagte ich. Wie schnell können wir rennen? Wie schnell können wir rennen? Wie sich herausstellte, lautete die Antwort auf diese Frage gerade noch schnell genug. Die erste Detonation erfolgte, als wir eben den Zaun hinter uns gelassen hatten und über das Feld dahinter sprinteten. Sie war so gewaltig, dass sie das Dach des Hauptgebäudes wegpustete und uns der Länge nach ins Gras warf. Einen Augenblick lang wurde die Nacht zum Tag und wir sahen die vielen verschiedenen Grün- und Gelbtöne sämtlicher Kräuter und Gräser glasklar in 3D. Dann regneten die ersten Metalltrümmer auf uns herab und jedes Interesse an Botanik hatte sich erledigt. Wir rannten weiter. Ein paar Minuten später erreichten wir den relativ sicheren Hügel. Dort ließen wir uns unter die Birken auf seiner Kuppe fallen und schauten zu dem brennenden Institut hinunter. Als Lockwood wieder zu Atem gekommen war, wanderte sein Blick über George, Kipps und Holly, die in unterschiedlichen Haltungen erschöpft im Gras lagen. »Danke, dass ihr uns gerettet habt«, sagte er. »Lucy und ich haben uns noch nie so gefreut, jemanden wiederzusehen. Wir dachten, ihr werdet alle nach Hause gegangen.« »Wären wir auch fast«, erwiderte Holly. George nickte. »Nachdem ihr uns im Waffenlager zurückgelassen habt, gab es eine Auseinandersetzung darüber, was zu tun ist. Kipps wollte deine Anweisung Folge leisten und gehen, aber das brachte ich nicht fertig. Ich wollte hinter dir her und Holly war auch dafür. Daraufhin meinte Kipps, wenn er schon von einer Klippe springen muss, dann wenigstens mit einer Knarre in der Hand und fing an, uns so viele Waffen aufzuladen, wie wir tragen konnten. Zwei Wissenschaftler, die noch mal zurückkamen, hielten uns kurz auf, aber dann zogen wir los. Ihr hättet uns sehen sollen, wie wir bis an die Zähne bewaffnet den Gang runter sind«, er kicherte. »In der Haupthalle haben wir uns erst mal hinter den Kisten verschanzt, aber dann kam die böse Überraschung, als wir gesehen haben, wie ihr in dem Bannkreis verschwunden seid.« »Dann wart ihr das, die durch den Gang angekommen sind«, mir fiel die Kinnlade herunter. »Lockwood und ich dachten, es wären noch mehr Rodville-Leute. Nur deswegen sind wir in den Bannkreis geflüchtet.« »Ach so«, sagte George, »das tut mir leid, aber ihr wollt uns ja jetzt wohl nicht vorwerfen, dass wir zurückgekommen sind, oder?« »Edenfalls, als ihr da zwischen den Geistern verschwunden seid, waren wir fix und fertig. Geisterumhänge hin oder her, wir dachten, ihr wär tot.« Und kurz darauf kamen auch Rodville und seine Bande zurück, und dieser Typ mit seinem bescheuerten Eisenpanzer marschierte auf den Bannkreis zu, weil er rein wollte. »Das war das flammende Phantom«, sagte ich. »Nein, fragt nicht. Wir haben euch viel zu erzählen, aber das kann warten. Was geschah dann?« »Tja, was war dann«, sagte Kipps, der immer noch im Gras lag. »Dann ist George ausgerastet.« George nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. »Ich wusste nicht, dass der Typ das Phantom ist«, sagte er, aber ich wusste, was es mit dem Kreis auf sich hat, und wie gesagt, ich dachte, ihr seid nicht mehr am Leben. Auf einmal war ich wie angestochen und nur noch wütend, und dann habe ich eine hervorragende Forschungseinrichtung in Brand gesteckt. Er seufzte abgrundtief. »Kann passieren, aber letztendlich ist ja alles gut ausgegangen.« »So kann man es auch formulieren«, sagte Lockwood. Das Inferno war inzwischen auf die Verbindungsgänge übergesprungen und erreichte das Waffenlager mit seinen Vorräten an Leuchtbomben und anderem Feuerwerk. »Wir dachten, ihr wär tot«, rechtfertigte sich George noch einmal. »Wir waren stinksauer.« In diesem Augenblick erfolgte eine gewaltige Detonation. Die verbliebenen Gebäude des Rochville-Instituts flogen in die Luft. Wo sie gestanden hatten, stiegen blumenkohlähnliche Wolken aus weißem Feuer empor. »Du, Lucy«, sagte Lockwood, »wenn wir wieder zu Hause sind und George das nächste Mal den letzten Keks haben will. Erinnere mich daran, dass er ihn kriegt. Meinetwegen kann er die ganze Packung haben.« Wir saßen alle fünf auf dem Hügel und schauten dem Werk der Zerstörung zu. Der Horizont hinter den Hügeln weiter im Osten färbte sich rosig, und bald waren die Felder um uns herum mit glitzernder Asche bedeckt wie mit Schnee. Unerwarteter Besuch Seit über tausend Jahren, wahrscheinlich schon seit der letzte Rabe den letzten Fleischfetzen von den Skeletten der Wikinger und Angelsachsen auf dem historischen Schlachtfeld gepickt hatte, war Oldbury Castle ein verschlafenes Nest gewesen, vergessen und von niemandem beachtet. Etliche Jahrhunderte, in denen einiges passiert war, waren einfach an dem Dorf vorübergegangen. Nicht einmal die jüngste Geisterepidemie hatte dem Ort zu mehr Aufmerksamkeit verholfen. Doch mit dem Rotville-Skandal, wie die Zeitungen die Katastrophe im Institut nannten, änderte sich das auf einen Schlag. Mit einem Mal war Oldbury Castle der berühmteste Ort in ganz England. Schon am nächsten Morgen ging es los. Um halb neun, ungefähr drei Stunden nachdem die ersten Detonationen, deren schwarzer Qualm, noch immer über den Bäumen strudelte, den Himmel hinter den Hügeln hatten aufleuchten lassen, kamen die ersten Fahrzeuge ins Dorf gerollt. Der Strom sollte nicht mehr versiegen. Den ganzen Tag über bretterte eine nicht enden wollende Kolonne aus Autos, Lastwagen und fensterlosen Kleinbussen bis zum Platzen mit B-Büb-Mitarbeitern, Rotville-Agenten und Polizisten besetzt, durch den Wald heran. Kurz darauf, nachdem sich die Neuigkeit herumgesprochen hatte und die ersten Journalisten auftauchten, sperrte die B-Büb das ganze Dorf ab. An der Brücke westlich des Angers wurde ein Kontrollposten errichtet und ein weiterer an der kleinen Straße, die in östlicher Richtung durch den Wald führte. Wachen wurden aufgestellt und niemand durfte mehr hinein oder hinaus. Was uns ganz recht war. Wir waren ohnehin nicht in der Verfassung, irgendwo hinzugehen. Wir schliefen lange, verbrachten den ganzen Tag in der Schankstube des Gasthofs und ließen uns im Ort nicht blicken. Hin und wieder bekamen wir etwas von dem mit, was sich draußen abspielte. B-Büb-Teams versorgten sich beim Wirt mit Essen und Trinken und mit Hilfe der Informationsbrocken, die sie gegenüber Danny Skinner und seinem Vater fallen ließen, konnten wir uns eine recht gute Vorstellung von dem machen, was vor sich ging. Aufräumtrupps warteten durch die Überreste des Instituts. Der Großteil der Gebäude war zerstört worden und das, was noch übrig war, hatte man rasch gesperrt und gewährte nur hochspezialisierten Agentenzutritt. Insbesondere der Zutritt zu den Ruinen des Hauptgebäudes war verboten, aber es war allgemein bekannt, dass in den benachbarten Baracken gewisse, nicht zulässige Waffen gefunden worden waren, die höchstwahrscheinlich die Ursache für die Explosion und den Brand gewesen waren. Noch sensationeller war jedoch die Nachricht, dass Steve Rodville nicht aufzufinden war. Er hatte das Labor am Vortag noch besucht, war aber seither nicht mehr gesehen worden. Bis jetzt war er das einzige mutmaßliche Opfer. Mehrere überlebende Wissenschaftler, die man in der näheren Umgebung aufgegriffen hatte, wurden noch vernommen. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis sie uns auch holen, ließ sich Kipps aus seinem Sessel am Kamin vernehmen. Er hatte den Rollkragen hochgezogen, sein Gesicht war zerschunden und geschwollen. Die anderen sahen nicht besser aus, wie eine Handvoll angestoßenes Obst, das man achtlos in eine Schale gelegt hat, wo es vor sich hingammelte. Lockwood spielte mit Holly Karten. Er schüttelte den Kopf, zuckte aber sofort zusammen und rieb sich den Nacken. »Ich glaube eigentlich, dass wir ganz gut davon kommen«, sagte er. »Was Rodville auf diesem Gelände getrieben hat, durfte den Tatbestand krimineller Machenschaften erfüllen. Bei den Geheimbaffen mal angefangen und von den Geisterbomben, die bei dem Attentat auf die Agentenparade eingesetzt wurden, ganz zu schweigen. Nicht zu vergessen den Bahnkreis. Es würde mich sehr wundern, wenn Johnson und die anderen wahrheitsgemäß berichten würden, was letzte Nacht passiert ist. Zumindest nicht gleich bei der ersten Befragung. Viel hängt natürlich auch davon ab, was das Feuer übrig gelassen hat.« »Ich habe nachgedacht«, sagte Holly. »Sollten wir nicht von uns aus die Bebüb informieren?« Sie hatte sich am Morgen noch länger als sonst schon in unserem gemeinsamen Bad aufgehalten und sah wie durch ein Wunder fast wieder so makellos aus wie immer, trotz der Brandwunden an Stirn und Kinn. Aber weil ich ja jetzt wusste, dass hinter dieser Fassade die schwer bewaffnete, zerzauste Verrückte steckte, die ich in der Nacht zuvor kennengelernt hatte, betrachtete ich sie mit echter Zuneigung. »Die Bebüb? Worüber denn?« fragte George. »Sie haben doch auch so genug Beweise dafür, was da los war.« »Nein, ich meine, dass wir Sie über den Bahnkreis informieren sollten, über den Gepanzerten, der hindurchgegangen ist. Das ist doch wichtig. Wir müssen es Ihnen sagen, oder?« »Dem guten alten Borns«, brummte Lockwood. »Ich weiß er nicht. Der ist doch nicht mal dann gut auf uns zu sprechen, wenn er allerbester Laune ist. Meint ihr wirklich, er würde uns zuhören?« »Wahrscheinlich steckt er uns eher ins Gefängnis«, entgegnete George. »Brandstiftung, Einbruch, täglicher Angriff. Er könnte uns sofort wegen allen möglichen Einbuchten.« »Ich stimme Holly zu«, mischte ich mich ein. »Ich finde auch, dass wir Spans erzählen müssen. Diese Sache ist eine Nummer zu groß, um sie einfach tot zu schweigen. Als wir in der ersten Nacht hier auf dem Friedhof waren, haben wir gesehen, wie das flammende Ver... äh, der Typ im Eisenpanzer die Geister aufgescheucht hat, indem er einfach nur vorbeigegangen ist. Und dann, letzte Nacht...« Meine Stimme brach. Ich zitterte trotz des Kaminfeuers und konnte erst nach einer kurzen Pause weitersprechen. »Letzte Nacht haben Lockwood und ich im Grunde genau dasselbe getan. Nur, welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben.« »Schlussfolgerungen, die man uns bei der B-Büb vermutlich sowieso nicht glauben würde, fürchte ich.« Lockwood ließ die Karten sinken. »Aber vielleicht habt ihr ja auch recht. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, Barnes alles zu erzählen, falls wir demnächst mal die Gelegenheit haben.« Es fiel uns auch deshalb so schwer, darüber mit Inspektor Barnes oder auch nur untereinander zu sprechen, weil das, was wir erlebt hatten, so überwältigend gewesen war. Vor allem Lockwood und ich hatten Schwierigkeiten, unsere Erfahrungen auf der anderen Seite des Kreises verständlich zu schildern. Wir waren uns einig, was wir erlebt zu haben glaubten. Auch darüber, an einem Ort gewesen zu sein, der unserer Welt, die wir kannten, sehr ähnlich sah, nur dass er nicht von den Lebenden, sondern von den Toten bewohnt wurde. An diesem Ort waren wir die Eindringlinge gewesen, und unsere Anwesenheit hatte die Bewohner zum Handeln gezwungen, genauso wie es beim flammenden Phantomgeschehen war. So viel war uns beiden in etwa klar. Aber auch nur mit diesem vagen Wissen zurechtzukommen, war ungefähr so, als stünde man am Rande eines gähnenden Abgrunds und müsste gleich den Schritt ins Leere wagen. Dieser Schritt war nicht leicht. Verstand und Gefühl sträubten sich dagegen. Als Lockwood und ich nach unserer Rückkehr zum Gasthof den anderen Bericht erstattet hatten, waren sie sehr still geworden. Sogar George hatte nicht mehr viel gesagt, obwohl seine Brillengläser funkelten, als er lange ins Feuer schaute. Faszinierend, sagte er schließlich. Total faszinierend. Darüber muss ich erst mal in Ruhe nachdenken. Holly war sofort auf etwas ganz anderes angesprungen. Wenn das stimmt, sie hatte uns forschend in die Augen geblickt. Dann wüsste ich gern, wie ihr euch jetzt fühlt. Geht es euch gut? Ist alles in Ordnung? Alles bestens, hatte Lockwood lachend geantwortet. Mach dir keine Sorgen. Die Umhänge haben uns hervorragend geschützt. Stimmt doch los. Und ich hatte ihm lächelnd zugestimmt. Doch als ich später in den Spiegel schaute, kam es mir vor, als wäre ich noch blasser als sonst. Es war schwer zu sagen. Ebenso wenig, wie ich beurteilen konnte, ob das Schwächegefühl, das ich spürte, einfach nur die normale Erschöpfung nach einem Einsatz war. Wahrscheinlich schon. Außerdem hatte ich jetzt sowieso nicht die Energie, mich näher damit zu befassen. Damit zu befassen. Wer an diesem ersten Vormittag jedoch mehr als genug Energie übrig hatte, war der Schädel. Zu seinem großen Kummer war er die ganze Zeit über mitsamt unserer Ausrüstung in der Speisekammer des Gasthofs verstaut gewesen. Holly hatte sich geweigert, ihn nach unserer Rückkehr mit auf unser Zimmer zu nehmen, und ich konnte es ihr offengestanden nicht verübeln. »Warum hast du mich überhaupt gerettet?« grummelte er, als ich den Kopf durch die Speisekammertür streckte. »Wenn du mich jetzt in so ein feuchtes Loch verpannst! Ich hab zwar keine Nase, aber ich weiß auch so, dass es hier schauderhaft nach Zwiebeln und Pisse stinkt! Quatsch!« Ich trat über die Schwelle und sog beherzt die Luft ein. Von Zwiebeln eindeutig keine Spur. Außerdem ist das ja wohl allemal besser, als eingeäschert zu werden, so wie die anderen Quellen aus dem Institut. Also sei gefälligst dankbar. »Ich überschlage mich geradezu vor Dankbarkeit.« Die leeren Augen wurden schmal. »Und wo wir gerade beim Thema sind, hast du mir vielleicht irgendetwas zu sagen?« Ich kratzte mir die Nase. »Was denn?« »Du bist doch aus einem bestimmten Grund hier.« »Ehrlich gesagt will ich nur die Kartoffeln fürs Mittagessen holen. George macht Pommes. Aber wenn ich schon mal hier bin...« »Na los, spuck's aus!« Ich holte Tiefluft. »Das warst du, oder?« sagte ich. »Auf der anderen Seite. Als wir uns verlaufen hatten und die Kette nicht mehr gefunden haben, da hast du mir gezeigt, wo sie ist.« Das Gesicht gränzte. »Und dir das Leben gerettet, meierlich? Hört sich das nach mir an?« »Na egal, wer es war. Ich bin dem Betreffenden jedenfalls sehr dankbar. Außerdem habe ich wohl noch etwas anderes begriffen. Du sagst doch dauernd, der Tod ist mitten im Leben und das Leben ist mitten im Tod. Jetzt weiß ich, wie du darauf kommst. Weil die Geister in die Welt der Lebenden eindringen, während... während die Lebenden in...« Ich brachte es nicht über die Lippen. Außerdem vollführte das grünliche Gesicht etwas ziemlich Abstoßendes mit seiner Zunge. Kurzes Schweigen. »Na endlich!« sagte der Schädel dann. »Das wurde aber auch Zeit! Für diese Erkenntnis hast du Monate gebraucht. Ja, letzte Nacht warst du der lebende Beweis für meine Worte. Vielleicht kapierst du jetzt auch, warum wir beide so gut miteinander auskommen, weil wir beide zwei Welten bewohnen. Du spürst die andere Welt die ganze Zeit über. Du hast schon immer flüchtige Eindrücke von ihr erhascht. Und jetzt warst du tatsächlich dort. Du und ich. Wir sind zwischen Leben und Tod gefangen, Lucy. Deshalb bilden wir ja auch ein ideales Team.« Er nickte mir kameradschaftlich zu. »Hä? Erinnerst du dich noch an meinen Vorschlag? Carlyle und Totenkopf. Das Angebot gilt noch. Meinetwegen kann dein Name sogar an erster Stelle stehen.« »Du hast anscheinend Lockwood vergessen.« Diese Unterhaltung war jetzt weit genug gegangen. Ich holte das Netz mit den Kartoffeln und trug es zur Tür. »Ach, Lockwood, Schmockwood! Der fühlt sich doch noch mehr zum Tod hingezogen als wir beide, das weißt du selber. Er macht es nicht mehr lange. Dagegen ist deine Partnerschaft mit mir eine sichere Sache, weil jetzt warte doch mal. Wo willst du denn hin? Spinnst du? Wir stehen kurz vor einer wichtigen Entscheidung und du hast nur deine Pommes im Kopf. Komm zurück!« Aber ich war schon draußen. Manchmal reichen schon Pommes, damit man bei Verstand bleibt. Für die Jahreszeit war es ungewöhnlich mild, deshalb aßen wir im Garten des Gasthofs. Ab und zu brausten Babyfahrzeuge vorbei. Danny Skinner, dessen Verehrung für uns nach den Ereignissen der Nacht schwindelnde Höhen erreicht hatte, blieb stets in unserer Nähe und löcherte uns mit Fragen, die wir nicht beantworten konnten oder wollten. Gerade schaukelte er wieder wie ein Affe mit dem Gartentor hin und her und beobachtete die Rauchwolke hinter den Bäumen. Ein großer schwarzer Wagen kam aus dem Wald und hielt direkt vor dem Gasthof. Ihm entstieg Inspector Montague Barnes, der erschöpfte und zerknitterte denn je aussah. Er drückte das Tor auf, an dem Danny immer noch hing, ging quer über den Rasen, blieb vor unserem Tisch stehen und musterte unsere lädierten Gesichter. »Guten Morgen, Inspector«, sagte Lockwood. George hielt ihm eine Schüssel hin. »Ein paar Promis gefällig?« Barnes antwortete nicht, sondern sah uns nur lange an. »Anstrengende Nacht gehabt?«, fragte er schließlich. »Das kann man wohl sagen.« Das kam von Mr. Skinner, der aus der Schankstube herbeieilte. Wenigstens er war gut gelaunt, denn so einen Umsatz hatte er schon seit Jahren nicht mehr gemacht. »Mr. Lockwood und seine Freunde hatten alle Hände voll zu tun, Oldbury Castle endlich von Geistern zu befreien. Sie sind erst zwei Nächte im Einsatz und schon ist alles viel besser. Sie haben mein Haus von Heimsuchungen gesäubert und viele andere Häuser auch. Ihn verdanken wir, wieder ruhig schlafen zu können. Junge Helden sind das, Herr Inspektor, einer wie der andere.« Barnes Schnurbert bog sich skeptisch nach unten. »Ach ja, das höre ich zum ersten Mal.« Weiter sagte er nichts, stand einfach nur da, die Hände tief in den Taschen seines Regenmantels vergraben und wartete, bis der Gastwirt wieder am Haus verschwunden war. »Freut mich, dass Sie so gut im Geschäft sind,« fuhr er dann fort, »und keinen Ärger mehr machen.« »Stimmt, Inspektor«, entgegnete Lockwood. Ich sah ihn an, er fing meinen Blick auf. Wir saßen ruhig auf unseren Stühlen. »Tja, wenn es sonst nichts gibt, mache ich mich mal wieder auf den Weg.« Barnes schickte sich an, zu gehen. »Na ja,« sagte ich, »da wäre schon noch etwas.« »Wir müssen dringend mit Ihnen sprechen, Mr. Barnes,« fügte Lockwood hinzu. Der Inspektor blickte uns wieder an, dann hob er die Hand, als wäre ihm eben etwas eingefallen. »Der Junge da drüben,« sagte er gedehnt, »der wie ein Geisteskranke am Gartentor schaukelt.« »Was ist mit ihm?« »Ob er sich wohl ein paar Pfund verdienen möchte?« Noch ehe die letzte Silbe über die Lippen des Inspektors gekommen war, stand Danny auch schon in Habachtstellung vor ihm und salutierte unbeholfen. »Brauchen Sie was, Herr? Sie müssen es nur sagen.« »Ich brauche ein Mittagessen für mich und für drei meiner Beamten. Ob du vielleicht da reingehen und ein paar belegte Brote schmieren könntest? Wenn sie ordentlich schmecken, sind für dich fünf Pfund drin.« »Aber klar, Herr Inspektor, was erledigt, Herr Inspektor? Sie kriegen die besten Brote, die Sie je gegessen haben.« Danny trabte ins Haus. »Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Fünfer,« sagte George. »Das Einwickelpapier wird das einzige sein, was an den Broten genießbar ist, glauben Sie mir.« Barnes nickte grimmig. »Darum geht es nicht. Ich hatte nur den Eindruck, dass der Kleine lange Ohren macht. Groß genug sind sie, ja. Und ich habe mich nicht getäuscht, wissen Sie was? Warum machen wir nicht einen kleinen Spaziergang, Mr. Lockwood, Miss Carlyle? Kommen Sie doch mit auf den Dorfanger, dann schnappen wir ein bisschen frische Luft.« Barnes verließ den Garten und überquerte die Straße. Wir gingen über den Anger, bis der Gasthof ein gutes Stück hinter uns lag. »Ager, bis der Gasthof ein gutes Stück hinter uns lag.« »So, hier stört uns niemand. Also, was wollten Sie mir sagen?« »Es geht um das, was letzte Nacht vorgefallen ist,« antwortete ich. »Um das Institut.« »Das Institut?« Barnes rieb seinen Schnurrbart und sahen uns vorbei. »Die Ermittlungen sind noch in vollem Gange. Ich darf Ihnen nicht mehr verraten, als dass sich dort letzte Nacht ein Unfall ereignet hat.« »Darum geht es ja,« entgegnete Lockwood. »Es war eigentlich kein Unfall, sondern...« »Irgendein Experiment ist fürchterlich schiefgegangen,« fuhr der Inspektor unbeirrt fort. »Nach allem, was ich gehört habe, gab es mehrere Tote.« »Richtig. Und Steve Rodville. Leider kann ich Ihnen nicht mehr berichten,« schnitt mir Barnes das Wort ab. »Tut mir wirklich leid, aber vielen Dank für Ihr Interesse. Bedauerlicherweise weiß ich selbst auch nicht mehr.« Wir sahen ihn erstaunt an. »Und Sie beide wissen natürlich auch nicht mehr.« Lockwood machte Anstalten zu widersprechen. »Also, Sie waren nicht mal in der Nähe des Instituts,« sagte Barnes. »Äh, genau genommen sind wir. Sie haben rein zufällig zur gleichen Zeit ein paar Heimsuchungen hier in Oldbury Castle ausgetrieben. Ein Auftrag, der nicht das Geringste mit dem zu tun hatte, was sich dort auf dem Gelände ereignet hat. Sie interessieren sich weder für Rodville noch für sein Institut und auch nicht dafür, was sich in dem Hauptgebäude in der Mitte der Anlage abgespielt hat. Und wenn Sie noch über eine Spur Restverstand verfügen, machen Sie das jedem, der Sie danach fragt, unmissverständlich klar. Übrigens auch jedem, der Sie nicht danach fragt. An Ihrer Stelle würde ich diese Information laut und deutlich sehr schnell verbreiten. Haben Sie mich verstanden, Mr. Lockwood, Miss Carly?« Barnes musterte uns mit seinen müden Bluthundaugen. »Die B-Büb hat nämlich unter anderem die Aufgabe, Leib und Leben von Agenten zu schützen, auch von Querulanten, wie sie welche sind. Ich möchte nicht eines Morgens aufwachen und erfahren, dass sich in der Portland Row weitere vier Unfälle ereignet haben. Das würde mir mein Frühstücksei ernsthaft verhageln.« Lockwood sah mich an und holte Tiefluft. »Vielen Dank, Inspektor«, sagte er dann. »Wir haben Sie sehr gut verstanden. Wirklich schade, dass Sie uns nicht mehr darüber erzählen dürfen, woran im Rodville-Institut geforscht wurde, aber wir müssen uns wohl damit abfinden, dass wir es nie erfahren werden.« Barnes nickte zufrieden. »Sehr schön, genau so habe ich es gemeint.« »Habe ich es gemeint.« Wir blieben noch zwei Nächte in Oldbury Castle und hielten Ausschau nach eventuell noch verbliebenen übernatürlichen Vorkommnissen. Doch wie Mr. Skinner schon gegenüber Barnes geäußert hatte, waren die Dorfgeister größtenteils abgezogen. Mit der Vernichtung des Bannkreises im benachbarten Institut und dem Ende der mysteriösen Aktivitäten des flammenden Phantoms hatte sich die Lage deutlich beruhigt. Die meisten Besucher erschienen überhaupt nicht mehr, und diejenigen, die sich noch blicken ließen, waren jetzt viel schwächer und weniger bösartig. So konnten wir behaupten und taten es auch, diese Veränderung sei allein auf unser Eingreifen zurückzuführen. Wir machten noch ein bisschen Theaterdonner und warfen hier und da noch eine Salzbombe, damit es aussah, als würden wir etwas unternehmen, doch die meiste Zeit blieben wir im Gasthof und spielten Karten. An unserem fünften Morgen auf dem Land hatte sich auch die Lage auf den Feldern im Osten wieder beruhigt. Viele B-Büb-Fahrzeuge waren schon wieder weg und die Absperrungen rund um das Dorf wurden aufgehoben. Inzwischen genossen wir bei den Dorfbewohnern echten Heldenstatus. Ein paar Typ-1-Geister streiften noch umher, was uns aber nicht mehr von der Abreise abhielt. Vor allem Kipps hatte es eilig. Schon seit zwei Nächten hatte er sich entscheiden müssen, ob er lieber mit George in einem Bett oder in der Speisekammer bei dem Schädel schlafen wollte. Aus nicht näher genannten Gründen hatte er dem Schädel den Vorzug gegeben. Aber auch wir anderen freuten uns auf zu Hause. Ein Abschiedskomitee des Dorfes brachte uns zum Bahnhof. Danny Skinner marschierte mit stolzgeschwellter Brust vorneweg. Die dankbaren Dorfbewohner überreichten uns Geschenke in Form von Wurzelgemüse. Lockwood wurde ein Umschlag mit Bargeld zugesteckt, unser Honorar. Die Kinder streuten Blumen. Als der Zug abfuhr, winkten alle mit ihren Taschentüchern, bis wir nicht mehr zu sehen waren. Dann saßen wir in unserem Abteil. Lockwood mir gegenüber sah blass und müde aus. Wir hatten uns immer noch nicht über das ausgesprochen, was uns widerfahren war. Doch wenn sich unsere Blicke gelegentlich begegneten, tauschten wir etwas aus, das sich mit Worten nicht ausdrücken ließ. Wir lächelten einander an und schauten durchs Fenster auf Wälder und Felder. Eine wunderschöne Frühlingslandschaft glitt an uns vorbei. Die Rauchsäule über den Hügeln im Osten war längst verweht. Trotzdem lag immer noch ein Hauch Brandgeruch in der Luft. Er war mit ins Abteil gedrungen und obwohl Holly das Fenster geöffnet hatte, begleitet er uns bis nach London. Terroristische Verbindung zur Agentur Rodville. Verbotene Waffen in zerstörtem Institut sichergestellt. Steve Rodville immer noch verschollen, vermutlich tot. Exklusivinterview mit B-Büb-Chefermittler Montague Barnes. Die sensationellen Entdeckungen in den Ruinen des Rodville-Instituts in Hampshire fanden gestern ihre Fortsetzung. Die Polizei bestätigt, dass in einem Nebengebäude eine Waffenfabrik von gewaltigen Ausmaßen entdeckt wurde. Unter den sichergestellten Gegenständen waren angeblich mehrere nicht explodierte Geisterbomben, wie sie bei dem terroristischen Angriff auf die Agentenparade im vergangenen November verwendet wurden, bei dem auch ein Attentat auf das Leben von Mrs. Penelope Fitz verübt wurde. Mehrere Institutsmitarbeiter, darunter auch der Leiter Mr. Saul Johnson, wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, zusammen mit dem Inhaber der Agentur Steve Rodville, in dieses Attentat verwickelt zu sein. Mr. Rodvilles Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Man nimmt aber an, dass er bei der Explosion, die das Institut zerstört hat, ums Leben gekommen ist. Im heutigen Exklusivinterview mit der Times berichtet der Chefermittler der B-Büb, Mr. Montague Barnes, ausführlich von den riskanten Untersuchungen, die seine Einheit in den Ruinen durchgeführt hat. Als wir dort ankamen, war es eine Flammenhölle, sagt er. Aber es ist gelungen, ein Lager mit illegalen Waffen, darunter auch tödliche Ektoplasma-Gewehre, auszuheben. Die Geisterbomben sind nur die Spitze des Eisbergs. Das können Sie mir glauben. Er wollte sich nicht näher dazu äußern, was sich im Hauptgebäude der Anlage befand, das bei dem Unfall schwer beschädigt wurde. Leider ist der Zweck dieses Gebäudes noch unklar. Ich darf Ihnen aber versichern, dass wir mit Hochdruck ermitteln. Die Untersuchungen der Polizei wurden gestern ausgeweitet, nachdem angeblich verbotene Quellen gefunden wurden, die im Institut gelagert waren. Mehrere Mitarbeiter der Entsorgungsanstalt in Clerkenwell wurden verhaftet, weitere Festnahmen werden erwartet. Doch diese Entwicklungen verblassen gegenüber der Krise, mit der die Agentur Rodville derzeit zu kämpfen hat. Nachdem ihr Inhaber verschwunden ist und mehreren Hauptverantwortlichen schwere Vergehen zur Last gelegt werden, ist das Vertrauen der Öffentlichkeit dahin und die Zukunft des Unternehmens mehr als ungewiss. Neuesten Berichten zufolge hat die Bbüb, die Inhaberin der Agentur Fitz, Mrs. Penelope Fitz, gebeten, vorübergehend das Ruder des führungslosen Konkurrenzunternehmens zu übernehmen, um dessen Geschicke wieder zu stabilisieren. Sie wird beide Firmen von ihrem Büro auf der Strand aus leiten. Lesen Sie das ganze Interview mit Mr. Barnes auf Seite 3. Geister, Bomben und Plasmagewehre, die dunklen Geheimnisse der Waffenfabrik auf Seite 6. Sonderbeilage der angeschlagene Löwe, die Geschichte der Agentur Rodville auf Seite 24 bis 25. 24 bis 25 Tja, sagte Lockwood, und wieder wurde eine Ermittlung erfolgreich unter den Teppich gekehrt. Er warf die Zeitung auf den Tisch und nahm sich einen Toast. Unser guter Barnes ist ein Meister solcher Winkelzüge. Das ganze Tamtam wegen der illegalen Waffen sorgt dafür, dass er das Entscheidende einfach vertuschen kann, nämlich den Bannkreis. Trotzdem sollten wir wohl froh sein, weil er so auch unseren Anteil an der ganzen Geschichte ebenfalls vertuscht. Darüber bin ich sogar sehr froh, sagte Holly. Das ging uns allen ähnlich. An diesem Morgen waren wir über so einiges froh. Deshalb waren wir übereingekommen, in der Portland Row 35 ein offizielles Festfrühstück zu veranstalten. Es war der Tag nach unserer Rückkehr aus Oldbury Castle. Die Sonne schien. Holly hatte die Küchentür aufgemacht. Vögel zwitscherten, junge Blätter glänzten im Licht, kühle Frühlingsluft erfüllte den Raum und vertrieb beinahe den Gestank von Georges gebratenen Bücklingen. Und das Allerbeste war, dass unser Team vollzählig anwesend war, um den Anlass feierlich zu begehen. Vollzählig. Und das hieß ich ebenfalls. Mein eigenes Glücksgefühl rührte auch daher, dass ich diese Nacht wieder in meiner alten Dachkammer geschlafen hatte. Jetzt war ich richtig wieder hier. George hatte sogar, sozusagen als symbolische Geste, die meisten seiner Klamotten rausgeräumt. Trotzdem musste ich immer noch aufpassen, wo ich hintrat. Der Fußboden war nach wie vor ein Minenfeld, gruseliger Socken und ekliger Taschentücher, aber es war trotzdem wieder mein Zimmer. Mein Zimmer und das des Schädels. Bevor ich mich ins Bett gelegt hatte, bekam er wieder seinen Stammplatz auf dem Fensterbrett, von wo aus er sich, angeblich, am Anblick der friedlichen Nacht erfreuen und, was wahrscheinlicher war, die kleinen Kinder am Haus gegenüber mit seinem schaurigen, grünen Leuchten erschrecken konnte. Und jetzt am Morgen war er ebenfalls unten in der Küche, weil seine Rettung zu den Ereignissen gehörte, die wir zu feiern hatten. Doch es dauerte kaum eine halbe Minute, da machte er sich schon wieder unmöglich, indem er Holly auf eine Art und Weise anschaute, dass sie ihren Teller mitsamt der Vollkornwaffel in ihren Schoß fallen ließ. Daraufhin wurde das Geisterglas vom Tisch entfernt, in eine dunkle Ecke neben der Spüle verbannt und halb mit einem Geschirrtuch verhängt. Der Schädel war jedoch nicht der einzige moralisch fragwürdige Gast an diesem Morgen. Auch Quill Kipps war gekommen, obwohl er eigentlich nicht zu Lockwood und Co. gehörte. Da hätte er sich lieber, wie er sagte, splitternackt durch den Park von Wimbledon peitschen lassen. Gab es Erwägungen, ihn als Berater einzusetzen, der bei Bedarf hinzugezogen werden konnte. Er saß an diesem Morgen in unserer Runde, um diese Überlegungen zu besprechen und unsere Rückkehr nach London zu feiern. Eier wurden gekocht, Speck wurde gebraten und sogar Hollys supergesunde Waffeln glänzten verlockend unter Unmengen von Honig und frischer Butter. Wir griffen alle herzhaft zu. Lockwood saß am Kopfende des Tisches, reichte volle Teller weiter und passte auf, dass alle satt wurden. Ich stellte erleichtert fest, wie normal er wieder aussah. Er hatte frische Farbe im Gesicht und bewegte sich mit seiner üblichen Ungezwungenheit. Trotzdem hatten wir beide weiterhin damit zu tun, uns von unserem Spaziergang jenseits des Bannkreises zu erholen. Ich war immer noch angeschlagen und wurde von seltsamen Albträumen geplagt, die jedoch allmählich seltener zu werden schienen. An einem Morgen wie diesem konnte auch ich mir gut vorstellen, dass die Nachwirkungen dieser verstörenden Erfahrung bald verblassen würden. Schließlich klopfte Lockwood mit der Gabel an einen Milchkrug. »Alle mal herhören«, sagte er. »Ich möchte euch für euren Einsatz in Oldbury Castle danken. George, Holly und Quill, ihr habt Großartiges geleistet. Ohne euch hätten Lucy und ich die Sache nicht überlebt.« Gläser wurden erhoben, Orangensaft wurde getrunken. Dann wandte sich Lockwood mir zu. »Lucy, dir gebührt ein besonderer Dank. Erstens dafür, dass du zu uns zurückgekommen bist. Ohne dich war Lockwood und Co. einfach nicht vollständig. Zweitens dafür, dass du dazwischengegangen bist, als mich Rodville in die Enge getrieben hatte. Du hast mir in dieser Nacht das Leben gerettet. Danke.« Sein Blick ruhte auf mir. Ich bemühte mich, möglichst lässig auszusehen, spürte aber, dass ich trotzdem ein bisschen rot wurde. Dann wurde mir klar, dass uns alle ansahen. »Puh, wie peinlich«, sagte George. Lockwood grinste und schnippte einen Toastkrümel in seine Richtung. »In Wahrheit sind wir doch alle, wie wir hier sitzen, aufeinander angewiesen. Egal, wer von uns fehlt. Die anderen sind dadurch geschwächt. Aber wenn wir zusammen sind, gibt es nichts, was wir nicht bewältigen könnten.« »Bravo«, rief Holly. Was mich zum letzten Punkt meiner kleinen Rede bringt, fuhr Lockwood fort, nämlich zu neuen Horizonten. Denn nach dem flammenden Phantom und dem Bannkreis und allem, was Lucy und ich auf der anderen Seite erlebt haben, ist die Welt für mich nicht mehr dieselbe. Wir haben unglaubliche Entdeckungen gemacht. Barnes will Stillschweigen darüber bewahren, aber das ist natürlich Unsinn. Von nun an müssen sich unsere Ermittlungen in einem viel größeren Rahmen abspielen. Massenhaft neue Fragen tun sich auf, und wir stehen mit unseren Recherchen erst am Anfang. Auf, und wir stehen mit unseren Recherchen erst am Anfang. Wir tranken und setzten die Gläser wieder ab. Eine Weile waren alle still und lauschten dem Vogelgezwitscher, das durch die offene Tür hereinkam. »Eins wüsste ich gern noch«, ergriff Holly dann wieder das Wort. »Was hat der Schattentyp eigentlich auf der anderen Seite gemacht? Er ist dort doch nicht nur zum Spaß herum marschiert. Was hatte er vor? Warum geht jemand ein derartiges Risiko ein? Ich kann mir keinen Grund vorstellen, der so etwas rechtfertigt.« »Es muss nicht unbedingt ein bestimmter Grund sein.« Das kam von George, den seine Bücklinge nicht gesättigt hatten und der sich daraufhin ein Schinken Senfbrot von gigantischen Ausmaßen schmierte. »Manchmal geht es einfach nur darum, das Unbekannte zu erforschen. Gib mir einen Eisenpanzer, und ich mache mich sofort auf den Weg zur anderen Seite.« »Das müsste schon ein XXL-Panzer sein, jedenfalls dann, wenn du diese Monsterstulle aufisst«, frotzelte Lockwood. »Du kannst dir aber jederzeit meinen Geisterumhang ausleihen.« »Echt schade, dass ich den anderen Umhang verloren habe«, sagte ich zerknirscht. Lockwood zuckte die Achseln. »Nicht mehr zu ändern. Und wer weiß, was oben noch alles in den Kisten lagert. Aber zurück zum flammenden Phantom. Er hatte dort ganz bestimmt etwas vor. Rodville hat auch so etwas angedeutet. Wir müssen herausfinden, was.« »Erst müssen wir das alles mal verdauen«, sagte Kipps. »Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das schaffe.« »Ich auch nicht«, stimmte ihm Holly zu. »Es ist nicht zu fassen, dass ihr beide heil und gesund zurückgekehrt seid.« »Dazu sagte ich nichts.« »Wenn ich abends die Augen schloss, sah ich immer noch den schwarzen Himmel über dieser anderen frostigen Welt vor mir.« »Also, ich erkläre mir die Sache so«, meldete sich George Cowan zu Wort. »Lucy und Lockwood waren an dem Ort, wo die Geister herkommen. Jedenfalls lungern dort etliche von ihnen herum und lauern darauf, durch irgendwelche Schwachstellen in unsere Welt zu gelangen. Normalerweise haben wir zu diesem Ort keinen Zugang, auch wenn die Schauenden unter uns gelegentlich einen Blick darauf erhaschen, wie ich vermute.« »Aber dann ist das Phantom dort eingedrungen, und das hat die Geister so richtig aufgemischt. Außerdem hat das Phantom die Grenze zwischen den Welten erheblich geschwächt. Als ihr es auf dem Friedhof beobachtet habt, sah es wie ein Geist aus, oder? Ihr habt es noch in der Erscheinungsform gesehen, die es auf der anderen Seite hatte, was bedeutet, dass die Grenze total zerschlissen war.« »Ich wüsste gern, ob jemand uns beobachtet hat«, sagte Lockwood. »Hab ganz vergessen, nachzufragen.« »Was mich interessiert«, redete George weiter, »ist, ob schon früher jemand die Geister auf diese Weise in Aufruhr versetzt hat, und wenn ja«, er deutete mit dem Senflöffel auf die Karte an der Wand, wo er mit konzentrischen Ovalen die Ausbreitung der Heimsuchungen im ganzen Land eingetragen hatte, welchen Einfluss das auf das Problem hatte.« Es klingelte. Holly saß der Tür am nächsten, sie verschwand in der Diele. »Rätsel über Rätsel«, sagte Kipps versonnen, »ganz schön knifflig.« »Lassen den Mut nicht sinken, Quill«, gab Lockwood zurück. »Mit dem Team, das hier zusammensitzt, werden wir sie eines Tages lösen.« Er lehnte sich zurück und streckte sich. »Wer war's denn, Holly?« Holly war wieder hereingekommen, und noch bevor sie etwas sagte, fiel uns allen auf, wie blass sie war, wie versteinert ihr Gesicht. »Wir haben Besuch, Lockwood. Ich habe nicht... konnte nicht... na ja, die beiden sind schon hier. Ich musste sie reinlassen.« Sie trat beiseite. Hinter ihr stand Penelope Fitz und lächelte ihr Hochglanzlächeln. Die Küche war nicht sehr groß, sodass nicht mehr viel Platz für die Agenturchefin blieb. Mrs. Fitz ließ den Blick über den schon ziemlich verwüsteten Tisch wandern. Sie trug ein knielanges grünes Kleid und darüber einen dunkelbraunen Mantel. Wie immer sah sie aus, als wäre sie gerade zu einer exklusiven Einladung unterwegs. »Guten Morgen allerseits,« sagte sie. »Ich störe hoffentlich nicht. Darf ich herankommen?« Was sie natürlich bereits getan hatte. Lockwood sprang auf. »Aber selbstverständlich, bitte.« »Nur ein kurzer Besuch. Aber bleiben Sie doch sitzen. Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Ich habe übrigens noch jemanden mitgebracht.« Sie deutete auf einen schlanken, jungen Mann mit hellblonden Locken und säuberlich gestutztem Schnurrbart in der halbdunklen Diele hinter ihr. Er trug einen teuren Tweetanzug und hatte einen Degen am Gürtel. »Ich glaube, Sie kennen Rupert Gale bereits, ein alter Freund der Familie Fitz.« »Allerdings, ja, tut mir leid, dass es hier so unordentlich ist,« entgegnete Lockwood. »Wollen wir ins Wohnzimmer rübergehen?« Mrs. Fitz lächelte. »Aber nein. Ich möchte gern sehen, wo Sie in Ihrer kleinen Agentur arbeiten. Was für ein üppiges Frühstück. Und die Tischdecke mit den Skizzen?« Sie beugte sich vor, um sie näher zu betrachten. »Wie treulich, wie charmant.« »Naja, diese Kritzelein hier vielleicht nicht unbedingt.« Lockwood holte eilig noch einen Stuhl. »Tut mir leid, ich sage George immer, er soll es bei Geistern belassen. Setzen Sie sich doch, Penelope. Sir Rupert, nehmen Sie meinen Stuhl.« »Nein. Vielen Dank. Alles bestens.« Sir Rupert Gale trat ans Fenster, lehnte sich lässig an die Spüle. Wir waren nicht gerade erfreut, ihn in unserem Haus zu haben, denn wir kannten ihn als Schurken und Sammler illegaler Artefakte. Unsere bisherigen Begegnungen waren mit Androhungen von Gewalt gespickt gewesen, aber dass Penelope Fitz hierherkam war eigentlich noch viel befremdlicher. Diese berühmte Persönlichkeit saß in unserer Küche und lächelte uns an. Der Stuhl, auf dem sie Platz genommen hatte, war ein Korbklappstuhl, ein billiges Teil mit Ektoplasma-Brandspuren auf der Lehne, die eins von Georges Experimenten hinterlassen hatte. Trotzdem sah das Sitzmöbel unter dieser eleganten Dame, die ihre langen Glieder anmutig darauf trappiert hatte und deren smaragdgrünes Kleid in der Sonne schimmerte, richtig stilvoll aus. Sie schien völlig entspannt zu sein. Wir dagegen saßen oder standen, allesamt verblüfft und stumm herum. Besonders Kipps sah tödlich verlegen aus und schob sich unauffällig hinter die Tür. Lockwood riss sich zusammen. »Ein Tee, Penelope? Wir haben gerade frischen gemacht.« »Vielen Dank, Anthony. Ich trinke gern eine Tasse mit.« Nachdem somit die Formalitäten erledigt waren, sah sich Mrs. Fitz gründlich in der Küche um, wobei ihr keine Einzelheit zu entgehen schien. Die gebrauchten Teller, die Salz- und Eisenvorräte in der Ecke, die Tür zum Garten, Georges Englandkarte an der Wand. »Ich bin hergekommen, weil ich mich bei Ihnen bedanken möchte,« sagte sie dann, »für Ihre Dienste. Es war wirklich sehr freundlich von Ihnen.« »Welche Dienste denn, Mrs. Fitz?« Lockwood reichte ihr den Tee. »Wie ich sehe, haben Sie die Zeitung gelesen«, sie deutete auf die Titelseite der Times. »Dann wissen Sie ja schon, dass sich in London einiges verändert. Speziell bei den Agenturen Rodville und Fitz, die eine Zusammenarbeit anstreben. Inoffiziell kann ich Ihnen verraten, dass es weit mehr sein wird. Es handelt sich um eine Fusion. Rodvilles Ruf ist ruiniert. Die Firma steckt in einer tiefen Krise. Wenn niemand eingreift, geht sie zugrunde. Deshalb wird Rodville komplett von der Agentur Fitz übernommen. Soll heißen, Rodville ist jetzt ein Teil von Fitz und untersteht meiner Leitung.« Sie blickte uns nacheinander an. Jene Frau, die jetzt Londons beide größten und mächtigsten Organisationen unter sich hatte. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte Lockwood bedächtig. »Das ist bemerkenswert.« »Allerdings, es ist ein historischer Wendepunkt. Vor mir liegt viel Arbeit, wenn ich Rodville wieder auf Kurs bringen will, aber ich bin zuversichtlich, dass es mir gelingt. Jedenfalls bin ich jetzt für beide Agenturen verantwortlich. Und ich glaube, dass ich diese glückliche Wendung vor allem Ihnen zu verdanken habe.« »Glückliche Wendung vor allem Ihnen zu verdanken habe.« Es war einer dieser Momente, in denen sich alle dermaßen anstrengen, unschuldig und ahnungslos auszusehen, dass die Atmosphäre mit einem Schlag angespannt ist. Sir Rupert Gale lächelte, nahm eine von Georges gestreiften Lieblingstassen in die Hand und betrachtete sie interessiert. »Entschuldigen Sie, Penelope«, sagte Lockwood dann. »Aber ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Wir haben zufällig in einem Dorf ganz in der Nähe gearbeitet. Doch was die Vorfälle im Institut und die Ursache des Unglücks betrifft, falls Sie darauf anspielen, da tappen wir genauso im Dunkeln wie alle anderen auch.« Mrs. Fitz ließ ihr eigentümliches Lachen erklingen. Ich hatte ganz vergessen, wie tief und heiser es klang. »Schon gut. Ich bin nicht dieser alberne Inspektor Barnes. Mir gegenüber müssen Sie nicht vorsichtig sein, aber ich will Sie nicht drängen. Nehmen wir einfach mal an, dass Sie dort Dinge gesehen haben, die nicht für Ihre Augen bestimmt waren. Vielleicht war das verwirrend für Sie, oder es quält Sie immer noch.« Es war sonnenklar, wovon Sie sprach, »Aber da wir von Anfang an alles geleugnet hatten, konnten wir jetzt nicht einfach zurückrudern. Lockwood tat so, als müsste er überlegen.« »Dort im Dorf sind wir tatsächlich ein paar grausigen Erscheinungen begegnet. Unser George ist vor einem augenlosen Mädchen weggerannt und wollte gar nicht wieder stehen bleiben. Stimmt's, George?« »Sie hätten die Staubwolke mal sehen sollen,« bestätigte George. Die Dame lächelte wieder. »Sie sind wirklich amüsant. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass ein paar von Wattwills Wissenschaftlern oder sollte ich sie jetzt eher meine Wissenschaftler nennen und einige Laboranten aus dem Institut mit der Polizei gesprochen haben. Sie erwähnten irgendwelche Einbrecher.« »Fünf Einbrecher«, kam es von Sir Rupert Gale. »Zählen Sie nach. Die Finger einer Hand.« »Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht genau, was Sie dort alles gehört und gesehen haben,« sagte Mrs. Fitz. »Aber ich rate Ihnen, es schleunigst wieder zu vergessen.« Der arme Steve Rodville war ein exzentrischer, getriebener Mensch, den es nach Erkenntnissen verlangte, die uns nicht ohne Grund verwehrt sind. Welche finsteren Experimente auch immer er in seinem Privatlabor durchgeführt hat, werden wir nicht mehr ergründen, und ganz gewiss sollte sich keine rechtschaffende Agentur damit beschäftigen.« Wir saßen schweigend da und ließen ihre Worte auf uns wirken. Neben der Spüle hing das Geschirrtuch über dem dunklen, stillen Glas, in dem sich nichts zu regen schien. Wenigstens hielt sich der Schädel aus der Sache raus ein Glück. »Ich glaube, ich verstehe Sie«, erwiderte Lockbuttern ruhig. »Sie bitten uns, alles zu vergessen, was wir möglicherweise gesehen oder nicht gesehen haben.« »Ich würde es vielleicht nicht bitten nennen, aber im Prinzip haben Sie es erfasst.« »Darf ich fragen, warum?« Die Dame trank einen Schluck Tee. »Seit fünfzig Jahren«, sagte sie dann. »Führen wie Krieg gegen das Übernatürliche, sich mit Geistern einzulassen oder sie zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen, wie Rodville es in seiner Verblendung getan hat, ist ein zuverlässiges Rezept für eine Katastrophe. Die Geheimnisse des Todes sind tabu und dürfen nicht erforscht werden.« Penelope Fitz blickte in die Runde. »An manche Dinge rührt man besser nicht.« Jetzt kam Bewegung in George. »Entschuldigung, aber da muss ich Ihnen widersprechen. Ganz gewiss sollten wir für unseren Kampf gegen das Problem so viel wie möglich darüber erfahren.« »Ach, mein lieber George, Sie sind noch so jung.« Wieder das heisere Lachen. »Ich kann verstehen, dass Ihnen diese Sichtweise noch fremd ist.« »Nein, George hat recht«, sagte Lockwood energisch. »George hat immer recht. Wir dürfen uns nicht scheuen, Dinge aufzudecken, die im Dunkeln liegen. Wir müssen Licht in sie bringen, so wie die Laterne im Logo Ihrer Agentur. Denn genau das ist die Aufgabe eines Agenten.« Mrs. Fitz hielt seinem Blick stand. »Sie wollen damit doch hoffentlich nicht sagen, dass Sie mein Angebot schon wieder ablehnen.« »Äh, nun ja, doch. Wir lehnen Ihr Angebot, oder Ihren Befehl, wie auch immer, ab.« Lockwoods Ton war auf einmal scharf. »Nichts für ungut. Aber wir gehören nicht zu Ihrer Agentur. Sie können nicht einfach in unsere Küche reinplatzen und uns vorschreiben, was wir zu tun haben.« »Doch, das können wir«, erwiderte die Dame. »Hab ich recht, Rupert?« »Und ob.« Sir Rupert Gale kam vom Fenster herüber geschlendert und baute sich hinter uns auf. »Für « Er beugte sich vor, schnappte sich George's Schinkenbrot vom Teller und biss ein gewaltiges Stück davon ab. Andere dagegen haben keinerlei Konsequenzen zu befürchten. So wie in diesem Fall hier. Mh, köstlicher Schinken. Und auch noch mit Senf, sehr lecker. Was fällt Ihnen ein? Lockwood sprang von seinem Stuhl und war ihm nur halb um den Tisch herumgelaufen. Doch dann blieb er unvermittelt stehen, denn mit derselben Geschwindigkeit war etwas Silbernis vor ihm aufgeblitzt. Sir Rupert hatte seinen Degen gezogen und die Spitze verharrte dicht vor Lockwoods Brust. Dabei sah er Lockwood aber kaum an, sondern kaute zufrieden weiter und betrachtete angelegentlich die Brotkruste. »Ein unbewaffneten Bedrohung, Sir Rupert«, sagte George, »das hat echt klasse.« »Gib mir doch mal das Buttermesser rüber, George«, entgegnete Lockwood halblaut. »Das reicht wahrscheinlich, um mit ihm fertig zu werden.« »Sie sind wirklich ein Spaßvogel«, erwiderte Sir Rupert gelassen. Penelope Fitz hob die Hand. »Bitte keine Gewalt! Wir statten Ihnen schließlich einen Höflichkeitsbesucher ab, Rupert. Steck den Degen weg. Anthony, setzen Sie sich wieder.« Lockwood zögerte lange, dann kehrte er langsam wieder zu seinem Stuhl zurück. Der immer noch kauende Sir Rupert schob seine Waffe wieder in den Gürtel. »Schon besser«, Mrs. Fitz lachte wieder heiser. »Typisch, Jungs. Was soll ich bloß mit euch machen? Also, es liegt doch auf der Hand, was ich möchte, und ich verstehe nicht, was Sie dagegen einzuwenden haben. Sie sind eine charmante, kleine Agentur, und von mir aus können Sie auch weiterhin unbehelligt Ihre charmanten, kleinen Aufträge erledigen. Aber von nun an halten Sie sich gefälligst an solche Ermittlungen, die besser zu Ihnen passen, an die kleinen Heimsuchungen, die unsere Gesellschaft so zermürben. Keine weiteren Dummheiten wie das hier.« Sie zeigte auf Georges Wandkarte. »Keine müßigen Spekulationen mehr, und Sie stecken Ihre Nase auch nicht mehr in Angelegenheiten, die Sie nichts angehen.« »Sie, mein lieber George, hatten schon immer irgendwelche verrückten Ideen. Es wäre besser, Sie würden sich mit nützlichen Dingen beschäftigen, zum Beispiel mit Ihrem Äußeren. Ziehen Sie sich besser an. Gehen Sie aus. Lernen Sie ein nettes Mädchen kennen. Suchen Sie sich ein paar Freunde.« »Sich mit einem Deo anzufreunden würde auch nichts schaden«, kommentierte Sir Rupert Gale von hinten und tätschelte George die Schulter. George blieb reglos sitzen. »George blieb reglos sitzen.« »Jetzt machen Sie doch keine so ernsten Gesichter.« Penelope Fitz lächelte uns einen nach dem anderen an. »Sie haben alles, was eine perfekte kleine Firma braucht, wenn auch im Miniaturformat. Einen stabilen und verwüstlichen Rechercheur, das ist George. Und natürliche Lockwood, der resolute Mann der Tat. Mit der reizenden Miss Monroe haben Sie sogar eine ideale Sekretärin und Schreibkraft. Vielleicht nicht gerade die mutigste Agentin nach allem, was mir meine neuen Kollegen von Rotville berichten, aber dafür entzückend anzuschauen. Jetzt reicht's!« Es war meine Stimme. Mein Stuhl kippte nach hinten, ich war aufgesprungen. »Sie wissen überhaupt nichts von Holly und auch sonst von keinem von uns. Lassen Sie sie in Ruhe!« »Oha, Miss Carlyle!« Die Frau drehte sich zu mir um, und zum ersten Mal spürte ich die ganze Grausamkeit ihres Lächelns. »Sie ahnen ja nicht, wie leid es mir tut, dass Sie mein Angebot neulich ausgeschlagen haben. Zusammen hätten wir beide Großes vollbringen können, aber es hat keinen Zweck, sich wegen verpasster Gelegenheiten zu grämen. Was mich zu Ihnen bringt, Mr. Kipps.« Damit nahm sie Kipps zum ersten Mal offiziell zur Kenntnis. Er stand immer noch hinter der Tür und drückte sich an die Mülleimer, als könnte er auf diese Weise ganz und gar von der Bildfläche verschwinden. Als sie ihn nun anlächelte, zuckte er zusammen. »Nach allem, was ich höre, waren Sie in letzter Zeit ebenfalls fleißig, Quill«, sagte sie, »und haben sich mit einer Brille vergnügt, die Ihnen nicht gehört. Wie lustig!« »Hoffentlich haben Sie mit Ihren neuen Freunden eine schöne Zeit verbracht, aber bei aller Begeisterung sollten Sie das Wichtigste nicht vergessen, nämlich, dass Sie, und zwar auf eigenen Wunsch aus meiner Agentur ausgeschieden sind und sich damit um jegliche Chance gebracht haben, an ruhmreichen Einsätzen teilzunehmen und sich Ansehen zu erwerben. Abtrünnige wie Sie werden nicht geduldet und ich werde an Ihnen ein Exempel statuieren. Ihre Altersvorsorge wird eingezogen, Ihr Ruf ruiniert. Ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder für irgendeine seriöse, übersinnliche Ermittlungsagentur arbeiten werden.« »Macht nichts, Kipps«, warf Lockwood ein. »Wenn du willst, kannst du für uns arbeiten. Wir sind sowieso unseriös.« Kipps äußerte sich nicht dazu. Er war sehr blass, seine Nase und Lippen waren bläulich angelaufen. Vor lauter Furcht und Demütigung sah er schon fast wie ein Toter aus. »Dann will ich mal wieder los«, sagte Penelope Fitz munter. »Ich habe schrecklich viel zu tun. Ach ja, das Leben geht manchmal seltsame Wege, nicht wahr, Anthony? Mein früheres Angebot haben Sie abgelehnt und mir trotzdem unabsichtlich einen größeren Gefallen getan, als ich mir je hätte träumen lassen. Vielen Dank auch für den Tee.« Sie stand auf und sah sich noch einmal in der Küche um. »Was für ein hübsches kleines Haus? So charmant, so schutzlos. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.« Damit ging sie hinaus. Sir Rupert Gale futterte noch Georges Schinkenbrot auf, nahm dann ein Geschirrhandtuch vom Abtropfbrett, wischte sich das Fett von den Händen und ließ das Tuch in die Spüle fallen. Er grinste uns ein letztes Mal an und verließ die Küche. Wir hörten, wie die Haustür ins Schloss fiel und seine Schritte draußen auf den Steinplatten verklangen. Kurz darauf brummte Mrs. Fitz Wagen in den hellen Frühlingsmorgen davon. Keiner von uns sagte etwas, keiner rührte sich vom Fleck. Lockwood auf seinem Stuhl, George und Holly einander gegenüber am Tisch, ich am anderen Tischende und Kipps stehend hinter der Tür. Keiner sah den anderen an, aber keinem entging, wie still die anderen waren, wie reglos. Der gleiche Schreck hielt uns alle gefangen. Dann lachte Lockwood schallend los. Der Bann war gebrochen, alle regten sich wieder, wie aus einem bösen Traum erwacht. Wir sahen ihn an und er grinste breit. »Donnerwetter«, sagte er, »das war deutlich. Wir sollen uns gefälligst raushalten«. Kipps scharrte mit den Füßen, George hüstelte leise. »Dann lass uns doch mal Klartext reden«, fuhr Lockwood fort. »Wer ist alles der Meinung, dass wir in Zukunft lieber brave, kleine Agenten sein sollten, die tun, was Tante Penelope sagt, und nicht rumschnüffeln.« Er sah in die Runde. Niemand sagte etwas. »Prima«, Lockwood strich über das weiße Tuch, bis es wieder schön glatt lag. »Gut zu wissen. Dann also bitte handheben, wer glaubt, dass wir das Gegenteil von dem tun sollten, was sie gesagt hat. Wer der Meinung ist, dass es unser gutes Recht ja geradezu unsere Pflicht ist. Penelope Fitz, nachdem sie jetzt die Samthandschuhe ausgezogen hat, zum Ziel unserer künftigen Ermittlungen zu machen, und zwar ganz egal, womit sie und dieser geschniegelte Flegel uns drohen.« Alle hoben wortlos die Hand. Sogar Kipps, auch wenn es bei ihm aussah, als wollte er sich eigentlich nur am Hinterkopf kratzen und würde nur deshalb den angewinkelten Arm in die Höhe recken. Wir alle in dieser Küche, in der die Frühlingssonne so hell durchs Fenster schien, hoben die Hand. »Sehr schön«, sagte Lockwood. »Danke. Ich freue mich, weil ich derselben Meinung bin. Dann wollen wir mal den Tisch abräumen. Setz du noch mal Wasser auf, George. Höchste Zeit, dass Lockwood und Co. sich an der Arbeit machen.« Zwei Minuten darauf stand ich an der Spüle, wusch das Geschirr ab und schaute durchs Fenster auf nichts Bestimmtes, als mir aus dem Augenwinkel auffiel, dass es hinter dem Geschirrhandtuch grünlich schimmerte. Ich zog das Tuch weg und stellte fest, dass mich der Geist im Glas beobachtete. Zum ersten Mal war sein Gesicht nur ein kleines bisschen abstoßend. Seine Miene war sehr sachlich und ernst. »Da hat dein Lockwood ja eine nette Rede gehalten«, sagte der Schädel. »Hervorragend formuliert. Einen Augenblick lang hätte ich fast selbst geglaubt, dass ihr nicht dem Untergang geweiht seid, was vermutlich auch seine Absicht war. Aber jetzt klär mich doch bitte mal auf. Ich habe ja hinter dem Tuch kaum was gesehen. Wer ist denn da vorhin reingeschneit?« Penelope Fitz. »Wer soll das sein?« »Die Chefin der Agentur Fitz, die Herrscherin über ganz London, wie es momentan aussieht, jedenfalls ihrer Meinung nach. Komm schon, stell dich nicht dümmer als du bist, das weiß doch jeder.« »Ich bin bloß ein armer, alter Schädel und ein bisschen schwer von Begriff.« »Das war also Penelope Fitz, so, so, die Chefin der Firma Fitz, die Enkelin der alten Marissa, die sie das Unternehmen damals gegründet hat.« »Richtig. Und auf einmal ist sie gar nicht mehr so freundlich, wie wir immer dachten. Was hast du denn? Warum lachst du?« »Ach, nur so. Was meinst du? Wie alt ist sie wohl?« »Wieso? Willst du ihr einen Heiratsantrag machen? Woher soll ich das wissen?« »Sie hatte einen Leibwächter dabei«, fuhr der Schädel fort. »Diesen blonden Burschen mit dem flaumigen Schnurrbärtchen.« »Ja«, knurrte ich, »Sir Rupert Gale, ein widerlicher Kerl.« »Stimmt. Ein lächelnder, blauäugiger Mörder, aber kein Wunder. Sie hatte immer jemanden um sich, der für sie die Drecksarbeit erledigt.« »Wer?« »Marissa Fitz.« »Wir reden hier über Penelope.« »Hm, ja. Spül diesen Teller lieber noch mal ab, Lucy, da klebt noch Ketchup dran.« Ich widmete mich wieder meinem Abwasch und blickte in den Garten hinaus. Neben mir kicherte der Schädel nervtöten vor sich hin. »Was ist denn so komisch?« fragte ich schließlich. »Ich will auch mitlachen.« »Ich bin Marissa ja mal begegnet«, sagte der Schädel. »Ich habe mit ihr gesprochen. Das habe ich dir ja schon erzählt. Oder hast du es wieder vergessen?« »Nein, du hast erzählt, dass sie dich in das Glas gesteckt hat.« »Schon komisch, sie auf einmal wiederzusehen.« »Sieht Penelope ihr denn so ähnlich?« Ich dachte an die Greisen auf den Fotos im Fitzgebäude, aber die Bilder waren gegen Ende von Marissas Leben aufgenommen worden. Früher hatte sie Penelope vielleicht wirklich ähnlich gesehen.« »Das kann man wohl sagen. Sie sieht noch ganz genauso aus wie vor 50 Jahren. Boah, ich könnte echt das Gruseln kriegen. Dabei bin ich ein Geist in einem Glas. Aber ich will dich nicht ablenken. Du musst noch das ganze Besteck spülen, Marmeladenmesser und Eierlöffel, wenn das nicht spannend ist.« »Tut mir leid«, sagte ich. »Aber ich kann dir nicht folgen, bitte noch mal von vorn.« »Ich frage mich, wie sie das hingekriegt hat. Sie hat sich wirklich überhaupt nicht verändert. Sie muss inzwischen über 80 sein, aber sie sieht fast noch jünger aus als damals.« Ich schaute den Geist an. Er schaute mich an. Dann schielte er schauerlich. »Ich sag's mal ganz langsam, damit du geistig mitkommst, Lucy.« »Penelope Fitz ist nicht Marissas Enkelin. Sie ist sie.« Ich hielt mit den Händen im Seifenwasser inne und starrte das Geisterglas ungläubig an. Hinter mir hängte George Teebeutel in die Tassen, das Wasser im Kessel kochte. Lockwood und Kipps stritten sich über irgendwas. Holly war im Garten und schüttelte die Krümel aus dem Weisentuch. Und der Geist im Glas ließ mich nicht aus den funkelnden, dunklen Augen. »Sie ist sie?«, wiederholte ich verständnislos. »Du hast's erfasst. Penelope Fitz ist Marissa Fitz. Sie sind ein und dieselbe Person.« Auf Wiederhören bei Audible.